Servus Leute, willkommen auf Twitch, willkommen auf YouTube, willkommen bei Black Force Booker, eurem Kanal für RFID Homegames. Wie gewohnt, Samstagabend, Episode 3, wir legen los. Wie immer schwafel ich nicht lang rum und gehe direkt an den Tisch. Alles andere kann ich euch nachher erzählen, wer streamt 3 Stunden oder das Replay geht 3 Stunden, können wir noch genug Palabern. Drei Hände sind schon gespielt, die haben wir verpasst. Schauen wir gleich rein, wie es weitergeht mit der nächsten Hand. Und ab dafür würde ich sagen, ich mache euch den Tablesound an und dann schauen wir mal, wer heute wie performt. So, als erstes schauen wir mal, wer überhaupt am Tisch sitzt. Gutes Lineup haben wir heute. Kravitz ist am Start, sein Bruder Uwe am Start, Besti am Start heute. Dann haben wir, machen wir gleich mal weiter, auf Seed Nummer 8, Kevin im Granatenoutfit, Seed 1 des Pocahontas. Wir haben auf Seed 2, Nico, wir haben Vize und Koni. So, das war unser Lineup im Schnelldurchlauf. Also, schauen wir mal, was die Herren und die Dame der Schöpfung heute zum Besten geben. Ich bin gespannt, es wird bestimmt eine gute Runde. So, ich mache gerade mal kurz nebenher hier mein Stream auf, um zu sehen, ob alles läuft. Aber ich bin guter Dinge, Stream läuft, jawollow. So, was ich noch nicht aufhabe, ist der Chat, das muss ich natürlich auch noch machen. Ich bin nämlich ein bisschen spät dran, wie immer. Also, so, da sehe ich aber, der Chat läuft auch schon. Also, alles Bestens. Ich habe die zwei größten Grinder aus dem Black Forest Stream am Tisch sitzen. Pizza und ich, ja. Pizza hat 1.200 Hände, ich habe 1.060 oder sowas. Gut, ja. Ah ja, am Tisch wird schon über unsere All-Time-Stats gesprochen. Alle 24 Stunden. Genau. Alle 24 Stunden. Alle, klar. Neue Folge, neues Glück. Wir hatten jetzt zuletzt das Season Recap für die Folge 2 gemacht. Deswegen ist der Kevin heute wahrscheinlich mehrfach darauf erpicht, auf die Statistik zu sprechen, zu kommen. War ganz interessant. Wir sind jetzt aber aktuell in Staffel 3 und Episode 3 heute. So, schauen wir mal, was da abgeht. Koni gegen Nicomag. Koni hier mit dem Race am Flop. Interessant, was er auch immer da bezwecken möchte. Der Turn ist die 6. Und Koni bleibt auf dem Gaspedal. Ich habe auf jeden Fall Basti Nachtschicht. Okay, welcher Basti bin ich jetzt? Jetzt ist es aber wirklich verwirrend. Ja, kurzer Soundcheck mal bei mir. Nico raced you all in. Es gibt jeden Vorsatz. Es gibt nur einen, nur einen. Was, und Koni callt ihn hier. Was ist denn das? Was bin ich sehend? Warte, ist schon fertig. Da kommt noch ein River, oder? 3 und 3 bis ... Was bin ich sehend, Koni? Was ist denn da los? Jetzt wieder. Also, Koni schmeißt hier weg. Alle sind das hier. Was bin ich sehend? Also, die Runde legt hier schon los wie die Feuerwehr. Vor allem Koni. Ich glaube, der ein oder andere ist schon länger nicht mehr am Tisch gesessen und hat sich was vorgenommen heute. Koni hat versucht, hier den Nico einfach rauszupressen. Aber, ja, hat wohl nicht geklappt. So, was seh ich im Chat? Der Timo schreibt, Grüße an Lenny und Ruven. Ja, geb ich durch. Kevin haut hier vom Tisch 100 Bits raus. Sehr gut. Und Mr. Brubsch ist auch da. Grüße an Lennart und Ruven. Sehr gut. Ich seh schon die Lenny-Army am Start. Grüß euch, Leute. Schön, dass ihr da seid im Chat. Ich bin mal gespannt, was die beiden heute reißen. Der Lenny hat ja schon zweimal mitgespielt bei uns und gut performt. Kann man ja nicht anders sagen. Hat wild gespielt oder viel gespielt, aber gut performt. Ich bin mal gespannt, wie sein Bruder heute abliefert. Für die von euch, die zugucken, ihr könnt, während gedealt wird, immer Emotes über die Kanalpunkte an den Tisch schicken. Haben wir so gemacht, dass man auch so eine kleine Möglichkeit an den Tisch schicken kann. Da macht es immer kurz Blinks und die Spieler sehen das auf so einem kleinen Monitor. Wenn ihr da Bock drauf habt, direkt an den Tisch chatten. Machen wir nicht, weil man sonst Karten verraten könnte. Ist ja alles quasi ohne Delay. Von daher gehe ich aber nachher gerne mal rein und richtig Grüße natürlich von euch aus. Mache ich. So, jetzt schauen wir aber mal, wie die performen. Ich stelle mal wieder um auf Hooker Game. Braucht er meine Rübe nicht so lange hier im Stream sehen. So, ich sehe aber oder höre gerade noch so auf einem Ohr, dass der Carlos Cash & Bar, unser Dealer, schon wieder mit dem Kevin Pallabert, was er drücken muss. Ja, ich glaube, die buchen gerade einen Rebuy ein und ich glaube, der Cash & Bar hat noch so ein paar Probleme, wie er die Steuerung machen muss. Kann sein, dass ich gleich mal rein muss. Ich versuche das irgendwie auf dem Ohr hier mitzuhören, aber ich glaube, er hat es geschafft. So, endlich, los geht's mit Poker. Hand Nummer 5. Ja, und für alle, die zum ersten Mal bei uns zugucken, wir machen es dann immer so, dass wir nach jedem Orbit mal die Stats einblenden. Wer ist im Plus, wer ist im Minus, wer spielt wie viele Hände. Da machen wir immer so einen kleinen Rundumblick. Also, immer nach acht Händen. Immer wenn der Coni, der jetzt gerade aus der Tasse nippelt und im Stuhl schon fast einschläft, dran ist, dann machen wir unseren Steps Break. Ja, ich bin gespannt auf die Action heute, was die Spieler denn so bringen werden. Wir haben eben zwei Newcomer, hier Uwe auf der 6 und Besti auf der 7. Spielen zum ersten Mal mit bei uns im Stream. Bin ich mal gespannt, wie die sich hier schlagen werden. Uwe limpt hier auf alle Fälle rein, nach dem Straddle von Vize und Besti mit dem Minray. Interessant. Mir hängt immer noch diese eine Hand im Kopf vor, wo wir gespielt haben bei Matze. Gut, aber weggegangen bist du dann. Ja, ja. Wo ich mit As König gefoldet habe. Mit dem Fold. Vize kreut natürlich die 25. Warum soll er da auch foalen? Und jetzt haben wir noch Uwe. Komm, Uwe, hau rein. Wer die 25 bringt, bringt auch die 50. Sehr gut. Also, drei Spieler am Flop. Schauen wir mal, was die denn... Brauch es machen aus der Hand. Ich habe mir drauf in deinen Händen angeschaut. Königdame, drei. Womöglich hätte ich wahrscheinlich... Ja. ...or den hierhin sagt. Verpassen alle, zumindest zwei Spieler mit einem Gutshot. Besti hier noch mit der besten Hand. Mal gucken, ob er hier eine Conti-Bette rauspackt. Checkt auch. Oh, hat er eine Chance verpasst? Natürlich war er so. Aber ich glaube besser wie du. Und die Chance wird der Vize sich jetzt nicht nehmen lassen. Der wird anspielen. You never know. 75 ist die Bad. Man weiß, dass der Gegner so tight ist. Kann man mal blüffen. Uwe hier mit dem Call. Interessant. Mit seinem Gutshot. Das sind alles Reads. Ach so. Erzähl mir zu viel. Alles aufgeschrieben. Da ist eh schon alles im Handy. Den habe ich schon durchschaut. Den? Nee, die. Also mich. Call. Und auch Besti hier mit dem Call. Geht dir guterorts. Der River Pertis Board. Welche gute Karte hier für Vize. Check. Check. Guck mal, ob der Besti noch einen auspackt, und sich den Pott kaufen will. Nee. Er zeigt hier Ass hoch. Ass hoch. Nicht gut. No good. Eine 4. 10. 10 hoch. Ja. Der kreuzelt ja eine für 15 Jahre. Okay. Nice. Also easy game hier für den Vize. Selten so einen einfachen Pott gemacht. Die ganze Routine hier legt der Vize in die Waagschale. Ich habe zwischendurch mal 75. Da geht es dann alle auf einmal. Wir haben nichts. Nee, 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 nee. Du hast mit deiner 1200 Hände Erfahrung die 75 noch ausgelernt aus den schlechteren Händen. Ach, so muss man sehen. Ja, genau. Das ist ein richtiger Value-Bed. Gut zu hören, ja. Ja, also Kevin sagt es hier. Vize ist ja unser Ironman, unser Dauergrinder. Der spielt ja jede Folge mit. Hat schon über 1200 Hände bei uns im Stream gespielt. Oh, Alena ist auch online. Haut gleich hier das Abo raus. Danke, Alena. Servus, grüß dich daheim. Genau, mein Gedanke wieder aufgreifend. Viel zu unser Ironman. Ist ja auch Spieler der Season 2 gewesen. Ist natürlich viel zu routiniert und holt ja noch die 75. Holt da einfach noch ab von den anderen beiden Spielern. Genau, Alena, ja, schön, dass du zuguckst. Ich habe schon gehört, du bist schon daheim auf der Couch. Hast ja schon gemütlich gemacht. Hättest vielleicht noch mitspielen wollen, aber der Tisch leider schon ausgebucht. Schade, bestimmt das nächste Mal oder spätestens beim 24-Stunden-Poker. So, ich habe mich heute schon mal so ein bisschen mental drauf eingestellt. Also erstmal habe ich mich hier mit Salbei-Tee eingestellt, weil ich so ein bisschen rauen Hals habe. Hört ihr vielleicht. Heute habe ich so eine tiefere Stimme. Ich habe mich mental darauf eingestellt, dass heute viel gelimmt wird. Also die Kandidaten werden heute, glaube ich, passiv spielen. So mal als kleinen Ausblick in die Runde. Ich glaube, da wird nicht viel geraced. Es gibt genau zwei Spieler, die racen werden und die betteln sich jetzt hier auch gleich. Kevin eröffnet und Nico Mack mit der 3-Bett. 2,25. Und Uwe hat gleich die erste Entscheidung. Also er hat eröffnet. So, und Grüße aus München. Ja, vielen Dank. Grüße zurück. Wahrscheinlich weitere Zuschauer aus der Lenny-Army. Sehr gut. Oh, ich sehe schon Uwe. Uwe will spielen. Limt hier und callt die 3-Bett. Jetzt schauen wir mal, was Kevin macht. Kevin kriegt das natürlich viel zu gute Odds hier zu folden. Callt ja auch. Schließt die Action ab. Wer kennt ihr, den Carlos? Den Carlos kam nicht direkt. Also jetzt inzwischen halt schon. Aber ich arbeite mit Jens. Spannender Flop. Okay, der schockert es hier. Gucken wir mal, ob Nico hier eine Conti-Bett raushaut. Der schockert hier. Alles für den Weber. Ah, Nico, eigentlich ein stabiler Poker-Spieler. Der haut ja bestimmt eine Conti-Bett raus auf dem Board. Ist deine Hauptstelle, oder wie? Nee, nee, ich bin in Offenburg. Ah. Ja. Cool. Ah ja, wir bauen mit den Abgründen das Friday Night. 3,25. Auch bei den Bewebern? Nee, mein Bruder. Ah, ne Bruder. Genau. Ah, und Uwe callt. Callt. Was macht Kevin? Was macht Kevin? Woher kennst du? Wie kommst du hier? Oh Gott. Weil sie fragt das. Du bist jung und naiver. Ja, genau. Die haben es mich hierhergelobt. Oder braucht ihr das Geld? Wer ruft das Geld? Boah, keine Ahnung. Das waren mal die Turnierin, oder? Du bist ja irgendwann mal bei den Turnierin aufgeschaut. Genau, oder? Das war einfach gespawnt. Ja. Da war er. Das war ein Salvatore. Kevin foldet, so wie es aussieht. Ja, ja. Also gut, trotz der guten Odds hier findet der Kevin auch den Fold. Macht er gut. Heads up geht es weiter. Ja, Pick, interessante Karte. Gibt dem Nico natürlich jetzt noch raus. Und natürlich spielt er hier für alles, für den Rest. Ja, ich glaube, der Nico hat den Rufen schon gut eingeordnet. Der weiß schon, wo er steht in der Hand. Da kommt er eh nicht mehr raus. Dann kann er es auch gleich reinstellen. Ace Queen. Ich hätte Toubär am Turnierin alles raus. Und Pick, oder? Was ist das? Ein Pick zum Blasch, ja. Achso, du bist schon noch ein paar. Schon noch bin ich Arsch. Ja, da geht doch was. Toubär, also was. Okay, Odin, call. Man teilen wir da. Ah, genau, man kann zweimal zählen. Man teilen wir da. Äh, wie oft willst du? Einmal, zweimal? Davon weiß ich nix. Also einmal. Mach mal. Wenn du quasi zweifach spielst, die Karte, und dann wird der Pod quasi durch zwei geteilt. Und wenn du beides gewinnst, kriegst du alles. Wenn du nur eins von beiden gewinnst, kriegst du nur die Hälfte. Und wenn du alles verlierst, kriegst du halt alles. Also das ist quasi Spielerei. Also einmal. Die echten Männer spielen einmal. Genau. So, so, so machen wir das. Oh, da kommt der King. Schwarz Vase. Also eine Blank. Schwarz Vase, aber leider kein Kreuz. Also Nico doppelt hier den Uwe auf. Nice Hand hier für unseren neuen Spieler, für Uwe. So spielt man Poker. Nice Hands. Ja, so macht er gut. Ja, spannende Herangehensweise. Ich habe es ja gerade eben schon mal kurz angerissen. Ich erwarte heute echt eine ultra krasse Limper-Runde. Lenny hat schon so Tendenzen, dass er gerne reinnimmt. Uwe habe ich jetzt fünf Hände gesehen. Ich glaube, der limpt auch mal gerne. Der Bestie ist auch so ein alter Limper. Limper Klimper. Und Kevin und Nico werden heute dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber auch Limper können treffen. Und dann wird es natürlich wieder unangenehm für unsere aggressiven Spieler. So, let's go Uwe. Schreibt Mannerschnitte. Sehr gut. Ich sehe schon, die haben hier einen richtigen Fanclub am Start. Ich gehe gleich mal rein und sage mal Grüße hier von euch allen. Wir haben ja keinen Direkt-Chat an dem Tisch. Stimmt, dass du hier nirgst. Aber falls es nicht gehen sollte. Ich sitze ja hier im Nebenraum und kommentiere das Ganze. Kevin, bleib mir hier. Durchsagemöglichkeit haben wir leider nie. Alles gut. Darf ich drauf. Das Spiel soll ja nicht gestört werden. Uwe auf die Eins. Ja, das schauen wir uns dann mal schön an, ob der auf der Eins nachher landet. Ah, genau. Gut. Jetzt darfst du entscheiden. Auf alle Fälle schon mal krass. Uwe und Kravitz haben beide schon aufgedoppelt. Oder einen großen Pott gezogen. Kravitz vor dem Stream mit Zet gegen Tupair. Schon eine dicke Hand gezogen. Und Uwe natürlich jetzt auch schon im Plus. Also wird spannend mit den beiden heute. Da haben wir schon eine Paradehand. Vier Spieler, alle nur reingelümmt. 40 Cent im Pott. Und alle checken hier runter. Nee, Uwe, spielt an. Ich habe aber eher so den Juggel-Modus gewollt. Ja, Juggel-Modus. Trif den. Da hoffe ich eigentlich drauf. Lennart hat schon in der letzten Season zweimal mitgespielt. Ja, kriegt hier einen Call von Kony. Da war es aber drüber. Ja, Sebo war immer dabei. Dann ist die 5. Nein, ist auf alle Fälle eine Karte, die wir da Kony weiterspielen wollen. Ja, und jetzt checken beide durch. Ja, damit dass ich ja mit zweimal bin, bin ich ja wahrscheinlich schon einer der wenigsten. Check. Und Ripper ist auch eine 5. Oh, Kony verpasst hier die Bett. Ja, traurig. So, Uwe check behind und gewinnt hier mit Dame hoch. Das ist aber wieder eine knaller Hand. Ja, also, die Hand sagt alles über den Abend, was wir heute zu erwarten haben. Kony, für die, die ihn nicht kennen, auch ein sehr aktiver Spieler. Und Uwe scheint ja auch gern mehrere Hände spielen zu wollen. Also, so Hände werden wir heute öfter sehen. Nice Hand hier, Uwe. Macht schon wieder einen Pott. Ja, wir sind gleich durch mit dem ersten Orbit. Dann gibt es dieses erste Stats-Break. Stats-Break, ich muss kurz das Wort richtig aussprechen. Bin heute, wie gesagt, nicht ganz auf dem Damm. Dann schauen wir uns mal an, wer im Plus ist. Ist natürlich nach einem Orbit nicht so interessant, aber nachher dann natürlich umso mehr. Ja, also, weiter geht's. Weil der Nächste kann dann auch wieder Geld machen und so weiter und so weiter. Weißt du, wenn es immer höher ist? Ja, Cash & Bar erklärt hier nochmal ganz kurz die Regularien. Bei uns gibt es die Möglichkeit zu straddlen. Also, man kann quasi einen freiwilligen, doppelten Big Blind setzen, wenn man das möchte. Um die Action hier ein bisschen anzuheizen. Aber bei Uwe trifft er da wohl auf taube Ohren. Alle bringen freiwillig. Alle öffentlichen. Nachbächter. Äh, nee, so Kasse und ähm... Nee, 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 hat nicht ihr gewonnen. Was, wer hat das? Uwe limpt hier rein und Besti erhöht. Ja, jetzt bin ich raus, verdammt. Ich glaube, verdammt spannend ist, sorry. Das passt doch total zu ihm. Ja, während der Hand nicht mit dem Dieter spreche. Also, sonst steht noch hinten. Wie beim Busfahrer, oder? Aber er darf halt auch nicht antworten, dann, gell? Nee, muss ich nicht darauf zurückhalten. Krass, okay. Das heißt, wenn ich jetzt... Ja, 120 Prozent. So, einen Caller gibt's. Vize am Button hier mit YouTube-Cards. Easy Call hier für Vize. Und Uwe, limptfoldet hier. In allen. Interessant. Macht der Museum Hopping, oder? Was kommt runter? Oh, Dame hoch. Ach so. Ja, also Besti trifft hier seine, äh... Er macht alles keiner. Karten, musst du direkt. Du kannst ihn nicht mit allem beantworten. Gehst du das Spiel direkt an. Der, der, der tut alle Museen in Freiburg laufen, oder was? Ja, mit anderen zusammenhalten. Das ist ja nicht nur einer. Alle, alle machen alles. Ja, ich sing das Ding. Ja, Besti callt hier zumindest einmal. Ja, das heißt das doch, ne? Ja, also Schauen wir mal, was der Tarn bringt. Der Tarn bringt einen König. Ja, eine Karte, die wird einem Vize vielleicht nicht so gefallen, aber er setzt trotzdem weiter. Und dann steht in deinem Lebenslauf alles Ex-Museum, oder was? Freiburg. Ein Tarn ist aber nicht bei einem Freiburg. Genau. Jetzt wird es schon ein bisschen teurer hier für Besti. Und habt ihr Zuschauer? Du musst den Heckmann nochmal erzählen. Und die Zuschauer? Ja, ja, ich habe das Video ordentlich geteilt. Sehr gut, sehr gut. Also Vize gewinnt hier die Hand. Nice Hand. So, dann schauen wir uns mal die Stats an nach einem Orbit. Also Uwe hier im Plus nach einem Orbit, der Chip-Leader. Eine Lage im Plus. Gravitz im Plus. Vize im Plus. Und der Einzige, der hier abgeschenkt hat richtig, war der Kony. Und Pocahontas ein bisschen in der Hand gegen Gravitz. Vpip, interessante Statistik. Wie viele Hände oder in wie vielen Händen investieren die Spieler freiwillig Geld? Da sehen wir schon Uwe und Gravitz. Die werden aktiv sein heute. Die erwarte ich ganz oben. PFR, wer ist der aggressivste Racer? Nach einem Orbit natürlich nicht aussagekräftig. Aber Besti und Nico haben hier ein bisschen geraced. Alles klar. Und links oben seht ihr unseren Table-Durchschnitt. Der wird nachher noch interessant. Ja, wir spielen. So, jetzt geht es aber weiter. So, kurze Statistik-Runde. Ja, Uwe. Schauen wir mal, ob der bis zum Ende durchhält mit der Taktik. Ich meine, wir haben jetzt hier auch schon reingespielt, ne? Ja, wir haben jetzt hier auch schon reingespielt, ne? Ist denn alle schon platt? Ja, kennt man ja beim Pokern. Die, die viele Hände spielen, haben öfters auch mal irgendwie ein bisschen Kartenlauf oder Kartenglück und dominieren da mal ein bisschen den Tisch. Aber das kann sich auch ganz schnell umkehren. Wer viel spielt, kann auch viel verlieren. Schauen wir mal. Die Sonnenbrille ist schwer-saalisch. Ja, das ist für sich. Aber was ist denn hier bei? Ja, was ist denn der Saal? So, jetzt wird es spannend. Beste hier mit dem Straddle und Pokerhontas hier mit dem Aßen erhöht. 85 total. Kriegt ein Call von Koni am Button. Hier oben kann eigentlich alles callen. Ja, eigentlich okay die Race-Größe, war ja first in, aber in so einer Limp-Call-Runde würde ich dann, glaube ich, Pinflop schon einfach höher mit den Premiums-Raisen. Aber gut, wir gucken mal, wie es sich auszahlt für Pokerhontas. Oh, es zahlt sich sehr gut aus. Natürlich ein Top-Flop. Uwe trifft hier auch noch das KSAs. Das wäre teuer. Und Beste donkt hier mal rein. Ich glaube, der will heute abliefern. Ist motiviert. Uwe hat ganz schnell die Chips in der Hand. Der überlegt da nicht lang. Uwe zeigt, Beste zeigt auch so sehr die Karten. Gut, dann Hosen runter. Showdown. Dann zeigt mal. Schlechte Nachrichten hier für Uwe. Ja, da wird nicht mehr viel gehen hier für den Uwe. Drawing Dad. Und der Junge noch. Nice Hand hier von Pokerhontas, Lisa. Hat's gut gemacht. Schöner Doppel-Up. Double-Up. Schäm dich. Also Pokerhontas zieht hier den Pott. Verdoppelt hier ihren Stack. Nice Hand. Doppel-Up. Also ich habe heute auch wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Wie gesagt, heute bin ich nur eingeschränkt, zurechnungsfähig. Schlecht geschlafen. Mit Halsweh aufgewacht. Den ganzen Tag irgendwie Kopfweh gehabt. Also von daher verzeiht mir meine sprachlichen Fehler. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich werde uns aber sicher durch diesen Stream manövrieren. Das bringen wir mit Anstand zu Ende. Wir haben es mit Anstand angefangen. Ich hoffe nur, dass die Spieler auch gut mitmachen. Ja, Uwe scheint ein interessanter Spieler zu sein. Ich habe den ja auch erst heute kennengelernt. Ich bin mal gespannt, wie der weitermacht. Und Besti auch. Den kenne ich ja schon. Der hat sich heute was vorgenommen offensichtlich. Ja, und die Stimmung ist auch gut am Tisch. Finde ich auch schon mal gut. Gegen Bereitschaftsdienste habe ich es letztes Mal mitbekommen. Aber Haustechnik in einem Heilig-Geist-Stift. Aber ja, nicht den Diener. Ich bin einfach nur voll. Ich bin einfach nur voll. Ein Zimmer in Rotzertorf. Also ein Bett in Rotzertorf ist noch frei. Darf mit irgendeinem Super-Schneiser. Mia oder Fiezer oder Karlsson. Donnerstag geht's los. Was geht denn nach Tschechien aus? Ja, unsere Dauerpoker-Grinder, erwähnt es gerade am Tisch, sind ab Donnerstag in Rossverdorf im Poker-Casino. Kleiner Poker-Trip. Soll weniger sein als bei dem anderen Event. Ich bin mal gespannt. So, was ist denn der Hand los? Drei Spieler. Fiezer setzt hier mit seinem Open-Enter und kriegt natürlich einen Call von Kravitz hier mit Top-Pair. Und Pocahontas, so. Holdet den Gutschat. Gar nicht so viele Tische wie der Spieler waren. Also das war echt krass. Ja, Königin Kreuz verändert nichts. Voll, voll. Check. Fiezer check. Und Kravitz wird setzen. Also Kravitz setzt hier, halben Pot, zwei Feeds mit dem schnellen Call. Und die sieben. Schau mal. Fiezer checkt, gibt hier auf. Ich glaube nicht, dass Lenny hier noch was kriegt. Natürlich nicht. Check behind. Ja, den hätte der Fiezer da auch nicht mehr von der Zehn runtergekriegt, den Kravitz. Sehr klar. Ich weiß gar nicht, warum der Fiezer da zeigt. Er kann auch einfach direkt machen. War absehbar die Hand. Also Kravitz macht auch mal einen Pot. Nachdem er vorhin wieder ein bisschen abschenken musste. Ich bin mal gespannt, wie er heute weiter performt. Ja, ich gehe jetzt mal rein und richte die Grüße aus hier von euch allen. Die ganzen Namen werde ich wahrscheinlich nicht merken können. Ich nehme einfach mal ein Handy mit und lese die dann gerade vor. Bin gleich wieder da. Aber zockt ihr das dann so mal, Oma, oder? Ja, ja. Wenn es uns langweilig wird. Okay? Am besten Double Ball. Na gut. Double Ball. Double Ball. Double Ball. Wie geht's dir los geht's, Uwe? Simo Ecki schreibt, Uwe, die Gefahr. Die in. Die in, oder? Die Gefahr. Die erste. Die Gefahr. Die Gefahr. Also ihr habt, glaube ich, gerade einen großen Fanclub. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Sehr gut. Aber hier, was? Das ist Spector oder so. Der schreibt, Uwe holt sich das Ding. Weißt du nicht, was wir machen? Das war jetzt schon fast, genau, oder? Weißt du nicht, was wir machen? Du hast aber Grüß zurück an Arbon, Tivo, Tivo. Arne Chips holt er sich. Shout out. Du holst dir den Weltmeistertitel heute Abend in Freiburg. In der Gnade. In der Gnade. Von daher, das kann man auch machen. Man kann sich halt auch einen eigenen Fanclub mitbringen. Ja, das stimmt, ja. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Grüße und so. Das ist echt schön. Arbon. Die Sounds sind teilweise so leise. Wurde schon gesagt. Also, also. Standing, standing. Standings. Kannst du ein klein wenig hören. Naja, das hört sich schon mehr an. Oh. Das war ein Abo. So. Verstehen. Ja. Aber warum haben wir es jetzt? Ja, drühe du mal draußen weiter. Ja, ja. Call. So, also. Da bin ich wieder zurück. Die Stimmung am Tisch ist hervorragend. Hab die Grüße ausgerichtet. Ich hoffe, das kam an im Stream. Uwe mit seinem eigenen Fanclub, das ist schon selten, oder hat Seltenheitswert. So, was haben wir denn hier? Sechs Spieler am Flop. König 10, 7. Interessant. Koni mit dem Treffer. Spielt ja an. Ich muss euch ja auch ein bisschen. Ja, okay, ich verstehe. Drei Korner, nee, zwei Korner. Flasche trägt er bekanntlich. Die Stratze. Oh, Turn ist noch eine 7. Interessante Karte. Mal schauen, ob ihr noch ein paar vier akquirieren könnt. Koni bleibt weiter auf dem Gaspedal. Nee, nee, nee. Ja, wenn der, weil sie Asse hat und sagt. Jetzt ist aber Kravitz hier in Gefahr. Die 2 ist eine absolute Blank. Koni wird weitersetzen. Muss ja auch noch gecoilt werden. Ja, das Glück hat man dann halt mal nie, als noch jemand oben Asse hat. Kravitz überlegt. Zumindest kurz, aber der wird kreuen. Sehe ich hier nicht folgen. Koni guckt schon Richtung Himmel. Bezahlt, ja? Das hast du sehen. Ich muss jetzt erst Werbung sehen, bevor ich sie um die Streamlinken kann. Ja, nice. Brauchst du das halt Prime, ne? Ah ja. Klassiker. Nice hands, oder? Ja, mein Prime ist leider schon vergeben. Nice hand, Koni. Also, holt hier, äh, ja, fast das Optimum raus. Die Frage, ob er hier am River noch all-in gehen kann. Kravitz ist ja da schon bereitwillig und callt ja immer schnell. Ja, man kann die Kamera mal umstellen auf mich, Holger. Ja, man kann die Kamera mal umstellen auf dich, Kevin, ja. Ja, ich glaube, da ist so automatische Filter drauf. Moment, welche ist da? Nicht alles dran. Will ich meine kommen? Nee, danke. Ah, zu spät, warte, nochmal, nochmal, nochmal. Was auch immer Kevin jetzt da machen will. Hey, wie ist das, warum das so lange? Wie ist das in der Verzögerung so lange? Ja, ich habe keine Ahnung, was Kevin da machen will. Ich habe ihm jetzt die Kamera umgestellt. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade das Abo rausgehauen hat, oder was er gemacht hat. Irgendwas hat er gemacht. Wir schauen lieber mal wieder auf die Poker-Action. Und die Straddle-Action geht weiter. Also, bei uns gibt es ja die Möglichkeit zu stradeln. Machen wir eine Rübe wieder aus dem Bild. Miku hier mit dem Straddle fliegt zu einem Doppel-Straddle. Also quasi ein freiwilliger Dritter und Vierter Blind, um hier ein bisschen die Action anzuheizen. Aber bei den Starthänden sehe ich da nicht so viel Potenzial. Auf zwei. Ich bin nicht drauf. Jetzt bin ich auf eine andere Kamera an. Scheiß. Vize geht auf zwei. Vize erhöht hier. Und Uwe hier wieder mit Limb-Call. Uwe in Gefahr. So könnte man eigentlich die Folge nennen. Guckt mal mal, was da passiert. Nico kriegt hier gute Odds, schließt ab und drei Spieler. Ich habe das Schwab auch mal gemacht. Das Schwab ist auch mal All-In gegangen mit ihm. All-In, ohne Hände, ohne Chips. Ich bin da ins Sport. Oh, und Uwe trifft. Check. Der hat gar nichts mehr gesehen in dem Abend. Aber auch Nico hier. Mit Pair plus Platschers. 2,50. Nein, den Start ist kann man es natürlich auch noch haben. Ja, ja, ja. Soll wir ja auch, habe ich gemacht. Ich brauche noch einen Screenshot. Okay, wir müssen kurz warten. Das ist nur was zögert. Uwe nie wirklich in Gefahr. Naja. In der Hand gegen Pocahontas war er ganz schön in Gefahr. Ja, der Dealer hat gerade Probleme, die Karten hier einzulesen. Ist noch ein bisschen fehlerhaft, unsere Technik. Haben wir ja selber gebaut. Da muss man ab und zu mal so ein bisschen hin und her drücken mit den Karten. Jetzt hat er es aber geschafft. Ist auch noch so ein Projekt für den Winter, unseren Tisch mal wieder auf Vordermann zu bringen. Elektronisch. Also, Uwe hier mit der Bett gleich mit Toppair. Kriegt hier einen Call von Nico. Törn ist die Dame. Blank. Sieht so aus, als will Uwe weiterbetten. Was ist das denn für eine Bett hier? 75 am Törn. Also, das ist ja die Wahnsinns-Setsgröße. Also, das ist ja quasi eine freie Karte, die er hier dem Nico gibt. Hoffentlich recht sich das nicht. Im Gegenteil. Von wegen. Da kommt das Ass. Nico mit dem Jack. Ich glaube nicht, dass der Nico hier noch eine Bett callen wird. Vor allem nicht so eine große. Fünf. Bisschen weniger wie halber Pott. Das kann der Nico hier nicht callen. Also, sehr unkonventionelle Setz-Folge hier von Uwe. Vier Stunden oder was? Uwe, die Gefahr, ja. Ich glaube auch, dass Uwe eine Gefahr für den Tisch ist. Bei der Spielweise. Wahrscheinlich auch eine Gefahr für sich selbst. Dünnststück, aber ab drei von Sturz zwischen 23 und 23 Jahren. Das wäre ein ganz dünner Call von mir. Ganz, ganz dünner Call von mir. 24 Stunden Veteranen. Nice. Das gibt es ja gar nicht. Nico hier mit dem Call. Leck o mi o je. Also, Uwe zieht hier maximal Value. Ja, Uwe, das ist ein Kollege von dir, ja. Ja, nice Hand hier von Uwe. Hat er gut gemacht. Genau, unser Table-Cruise-Feature hast du gerade entdeckt. Über die Kanalpunkte könnt ihr im Cruise jederzeit an den Tisch rausschicken. Wird durchgesagt. Man kann auch Table-Emotes rausschicken. Die kriegen die auch auf dem Monitor. Und jetzt will der Kevin wieder irgendwas. Ich muss, glaube ich, wieder umschalten. Sonst merkt er Kevin. Also, zeigen wir mal an Kevin. Irgendwas hat er vor. Jetzt macht was, Kevin. Jetzt hat es geklappt. Was auch immer Kevin gemacht hat, ich habe es ihm ermöglicht. Also, okay. Keine Ahnung, was der Kevin da gemacht hat. Ich habe es auf alle Fälle eingeblendet. Ja, genau. Also, Uwe scheint ja echt eine Gefahr zu sein. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Ich muss hier Chat lesen und habe den ganzen Table-Sound auf dem Ohr. Uwe scheint ja echt eine Gefahr zu sein hier. Also, der spielt offensichtlich jede Hand und die auch sehr unkonventionell. Also, die bett gerade am Turn mit 75 und dann mit 5. Die hat den Nico total verwirrt. Und Nico ist eigentlich einer unserer stabilen Spieler, sage ich mal. Der hat sich da jetzt mal die Info teuer erkauft, dass der Uwe hier mit der starken Hand auf alle Fälle so eine Riverbett raushaut. Aber die Info hat er und Nico wird die sicherlich noch zu seinem Vorteil nutzen. So, jetzt hat der Dieter wieder alles im Griff. Vize wieder mit dem Strattle. Coni limt rein. Okay, das wird ja auch callen. Natürlich gucken wir, ob Uwe 2,9 spielt. Nee, gibt auch Hände, die spielt Uwe. Selbst Uwe spielt 2,9 nicht. Besti jetzt auch mit Sonnenbrille. Stark. Kevin am Button. War er kurz versucht, die Hand zu spielen. So, nachdem Nico gerade den halben Stack oder quasi den ganzen Stack verblasen hat an Uwe. Hat er hier noch so einen kleinen Anstandsrest und den stellt er natürlich sofort rein. Westmeer vermuten als die Rieser. 1,2,1,50. Aber Nico ist immer gut drauf. Den wirft es nicht um. Wenn er mal eine Lage verliert oder nachfassen muss. Ja, Coni hier mit dem schnellen Callen. Der wird auch spielen. Und Nico wird natürlich auch callen. Nico, Lenny Kravitz wird auch callen. Hat er immerhin suited cards? Besti jetzt mit dem Ass. Wenn der nur wüsste, dass er allein das Ass hält. Achso. Ja, natürlich. Also für mich ist das ersichtlich, aber für... Stimmt, stimmt. Der verdeckt ja auch hier. Ja, das wusste ich mir. Du bist groß. Das ist irreführend. Das ist diskriminierend. Oh, diszipliniert hier von Besti, der Folds. Also 3 Spieler. Nico ist all in. Und Coni und Kravitz spielen hier am Walter. 10 und 8 mit 2 Pick. Oh, interessant. Kravitz mit dem Topper. Coni mit dem Flush Draw. Und beide haben noch gut Chips hinten dran. Soll das mit dir aber auch gut sein. Ich dachte jetzt eigentlich auswärts suited. Das ist aber gar nicht. Aber du schaust dir ja nicht deine Karten an. Coni setzt dir. Direkt an der Reihe bin. 1 zu 20. Natürlich auch ein ganz kleines Bett. Wird natürlich von Gravitz hier gecallt. Boah, der Kevin ist schon ganz nervös. Der muss Asser haben. Das ist schon als allererstes angekriegt. 1 zu 50. Coni wieder mit einem kleinen Bett. Will sich die nächste Karte erkaufen. So eine kleine Blocking-Bett. Wird gecallt. Menges ist online. Sadi Menges. Grüß dich. Danke fürs Abo. Ist er auf dem Sofa aufgewacht? Oder auf dem Sofa gelandet? 1 zu 2. So. Der River bringt den König. Für das Supercard hier. Holger, bin ich in der Hand? Brauchst du mir keine Infos? Ich dachte, du hast so vibrierenden Stick im Amos. Beispiel wie der eine Schachspieler. Coni noch mal in einem kleinen Bett. Und ich glaube, die kriegt er hier auch noch vom Gravitz. Den hab ich aber nicht dafür. Coni hat hier den König. Aber kriegt natürlich nicht den ganzen Pot. Nico gewinnt hier den Main-Pot. Verdrei-vervierfacht hier. Und Coni holt sich aber die Kohle hier von Gravitz ab. Nice Hand hier von beiden. Ja, also macht er gut. Cash in Bar spricht sich noch ganz kurz mit Kevin ab, ob er jetzt irgendwas machen muss. Eigentlich muss er gar nichts machen. Einfach nur weiterspielen. Servus, Menges. Grüß dich. Willkommen im Stream. So, ich hoffe jetzt gerade noch, dass hier unser Dealer-Tentakel die Hand zu Ende bringt. Weil in dem Moment, wo er draufdrückt, kann ich für euch die Stats machen. Und genau das werde ich jetzt. Also, schauen wir mal, wie die Standings sind. Da haben wir sie. Uwe, unser Chip-Leader. Zwei Lagen im Plus nach zwei Orbits. Gravitz noch leicht im Plus. Und der Rest in den roten Zahlen. Aber natürlich jetzt nach zwei Orbits noch nicht viel los. Oder hat noch nicht viel zu heißen. V-Pip interessanter. Da kann man schon eine Tendenz ablesen. Wir haben Uwe und Gravitz weiter hier vorne. Die spielen viele Hände. Und Kevin, der teilteste Spieler bisher. Der hat einfach noch keine Hände gehabt. So, PFR. Da ist Besti ganz vorne. Der raced am häufigsten. Und Kroni und Uwe noch keine Hand geraced. Natürlich auch eine krasse Statistik. Die Win-Rate kann man langsam auch mal einblenden. Wie viel Prozent der Hände gewinnt man, wenn man zum Showdown kommt. Und da ist Nico ganz vorne und Gravitz ganz vorne. Kevin, der schafft es irgendwie noch gar nicht so richtig an den Showdown. Links oben seht ihr übrigens auch noch die Durchschnittswerte des Tisches. Interessante Statistik auf den ganzen Abend. Der Durchschnittspot ist bei 10,30. Das ist jetzt auch hier den vielen All-Ins geschuldet. Durchschnitts-V-Pip 40%. Und Durchschnitts-PFR 10,6%. Das wird nach sechs Orbits natürlich noch mal ein bisschen interessanter und aussagekräftiger. Also, weiter geht's. So, Signal geht raus an den Tisch. Da können sie spielen. Und jetzt müsste nur noch Cash und Bar weitermachen. Ich glaube, die haben gerade ein Rebuy gemacht. Deswegen war da so ein bisschen Trubel am Tisch. Aber sie haben es geschafft. Genau, ich war stehen geblieben. Servus, Menges. Grüß dich. Willkommen im Stream. Willkommen auf Twitch. Willkommen auf der Couch. Gönnt ihr hoffentlich ein kühles Kaltgetränk dabei. Ich bin, glaube ich, auch gleich soweit. Trotz Halsweh. Ich habe ja schon meinen Salbertee getrunken. Ich glaube, ich bin aber gleich bereit für ein Kaltgetränk. Schauen wir uns aber erst mal die nächste Hand an. Hand Nummer 14. Also, Kravitz und Uwe bleiben ihr Motto treu und Limpen rein. Ich weiß nicht, ob die heute eine Hand raisen werden. Ich weiß es nicht. Kevin hat endlich eine Hand gefunden, mit der er hier einsteigen kann. Pocahontas jetzt hier mit 6-7 suited am Button. Eigentlich eine schöne Hand für eine 3-Bett. Ah, der Pharao ist da. Grüß dich, Pharao. Grüße gehen raus. Der Spieler der Saison geteilt mit dem Vize. Glückwunsch noch hier an dich. Glückwunsch an Vize, unsere Spieler der Saison 2. Habt ihr euch verdient. Daumen hoch. Also, Pocahontas hier nur mit dem Call. Verpasst ihr hier die Chance auf eine schöne 3-Bett. Und dadurch werden jetzt alle callen. Also, das ist wirklich absehbar. Also, 6 Spieler. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich kriege schon Applaus für meinen Call. Ich kriege schon Applaus für meinen Call der Straße. Das ist eine Gesellschaftsspiele, genau. Das ist eine Gesellschaftsspiele, genau. Dass ihr Gesellschaftsspiele malen, dass sie nicht auf der Straße irgendwo sind, fabrizieren. Das Bord kommt runter. Ass 10-7. Interessant. Zwei Kreuz. Die Verwahrlosen sind alle. Stimmt das wirklich oder ist das? Tatsächlich, Kevin hier trifft sein Top-Par. Safe. Ja, da auf dieser Kevin-Lin-Alazu. Wer hast du schon? Ich habe die Checkung. Ja, ich guck dir den mal an. Ja, Cash in Bar ist noch nicht so ganz auf der Höhe. Betraut sich aber keiner, der immer mal zu sagen wäre, wenn denn die. Nee, das ist doch. Also, alle checken. Kevin hier mit der Conti-Bett. Halber Pott. Finde ich gut. Indirekt versuchen wir es doch. Gerade gegen so einen Riesenhaufen Limper. Jetzt hast du Junge auf der Hand. Guck mal, wie der sich angezogen hat. Und jetzt guck mal, wie du aus siehst. Papa. Ja, sogar der Vize geht raus hier mit seinem Treffer. Wir machen es zukünftig dann auch kirchlich. Wenn du zwei Damen auf der Hand hast, musst du immer folgen. Weil das geht nicht ganz schön. Was ist der Pott? Der Pott ist aktuell 67. Ohne, ohne mit die. Mit. Bei zwei Jungs. Zwei Jungs geht. Zwei Jungs geht. Zwei Jungs geht. Es kamen alle 9 zu schnell. All in. Also Besti will spielen. All in. Was überlegt mir Kevin da jetzt? Da muss er ja quasi gar nichts mehr nachlegen. Überlegt der Kevin tatsächlich, ob er hier noch folgen soll oder was? Was? Für dich 1,20. Also hat er offensichtlich verpeilt, der Kevin. Ich denke schon, was überlegt der denn da so lange? Das gibt es doch gar nicht hier für die 1,20. Muss er doch immer callen. Das macht er jetzt auch, nachdem er es hier mitbekommt. All in und call. So, also lassen wir das doch auf der Straße klären, oder? Oh, runner, runner, straight hier für Besti. Oh, ganz bitterer Runout hier. Ei, ei, ei. Ich sag's euch. Ei, ei, ei. Aber gut, der Mut wird belohnt hier von Besti. Schöner Doppler hier. Da freut er sich, da lacht er. Maroon ist im Chat. Grüß dich Jens, Sadi. Grüße gehen raus. Schön, dass du reingeschaltet hast. Große Action heute hier. Gravitz, dein Mann, dein Kollege am Start. Und Uwe, Uwe, Bruder Uwe, auch am Start. Du wirst ihn wahrscheinlich auch kennen. Die werden heute den Tisch prägen. Dominieren würde ich nicht sagen. Sie werden ihn prägen. Ja, und Besti hier mit seinem Stream, mit seiner Stream-Premiere. Legt auch gut los. Finde ich gut. Ist bemüht, ist aktiv. Finde ich immer gut am Tisch. Unterstütze ich als Dealer, Organisator, Moderator, Kommentator. Weitermachen, Besti. Ja, Maroon, auf alle Fälle bei den nächsten Terminen gern wieder eintragen. Ich glaube, am 1. November hast du ja keine Zeit, wenn ich es jetzt richtig sehe. Okay, dann, weiß ich gar nicht, haben wir schon unseren November-Termin rausgehauen. Den nächsten gerne eintragen, wenn du kannst. Ja, alles gut, Maroon, hau rein. Schönen Abend, viel Spaß. So, in der Hand könnte aber ein bisschen was gehen. Da sind doch viele gute Starthände unterwegs, oder vermeintlich gute Starthände. Kravitz und Uwe haben sich in die Straddles reinreden lassen. Nico am Button, der wird die auf alle Fälle erhöhen. Macht auch 1,75. Und jetzt ist Kravitz in Gefahr. Uwe hat natürlich die Riesengranate jetzt hier im Doppel-Straddle. Schauen wir mal. Der callt hier auch nur. Natürlich mit Ask König ein bisschen dünn. Da würde ich auf alle Fälle ein Rays auspacken. Für die Königs kommen sie zu flucht als die Dortmund, Brüder. Aber er wird ja belohnt. Der Flop kommt gut runter, König hoch. So, mit Finch. So, mit Finch. So, mit Finch. So, mit Finch. Das ist eigentlich ein gutes Board für die anderen. Und das wird denen das Geld sparen, weil ich glaube, Uwe wird das hier anspielen. Ich glaube nicht, dass der Uwe hier checkt. Jetzt hören wir zum ersten Mal. Was, die Hände? Die Hände sind nice. Also, die Hände an den Armen, oder? Die Hände, die sind nice. Nee, nee, nee. So, das. Ich habe etwas missverständlich, mein Lieber. Die Hände sind gleich. Also, die da liegen. Ja, spielt hier ganz klein an. Aber das ist für Nico jetzt natürlich easy folds. Ganz einfaches Poker. Und auch Kravitz, kein Gegner hat was. Uwe nicht in Gefahr. Uwe wieder mit der nächsten Hand. Also, der hat echt einen guten Lauf hier zum Anfang. Nice hand, Uwe. Hat er gut gemacht. So spielt man Poker. Oh, yeah. Okay, während Uwe die Chips stapelt, ist es, glaube ich, soweit für die, die zum ersten Mal zugucken. Wir haben so eine kleine Kategorie, nennt sich Getränk des Tages. Kevin, der Mann in dem abenteuerlichen Kostüm auf Seed 8, bringt mir immer ein Überraschungsgetränk mit. In der Regel sind es immer furchtbare Sachen. Ich glaube, heute war er aber gnädig und hat mir was mitgebracht, mit dem ich tatsächlich hier den Stream durchhalte. Und zwar ein Monster Energy. Zero Sugar, Louis Hamilton, Hamilton Edition, also quasi so ein Formel-1-Getränk. Danke, Kevin, dafür. Den werde ich jetzt gleich mal aufmachen und hier live verkosten. Dann schauen wir mal, was mich erwartet. Louis Hamilton. Ist das dann irgendwie so britisch Minz-Geschmack oder was ist das? Keine Ahnung. Ich werde es gleich sehen. Nach der Hand mache ich den auf. Schauen wir uns an. Das ist ja ein Programm mit Windows. Uwe und Besti haben jetzt wieder gestraddelt. Also die scheinen da Gefallen dran gefunden zu haben. Und alle Limpen nur rein. Alle callen hier sechs Spieler wieder. Jetzt mit Ace-Jack ist der Limpen natürlich auch wieder viel zu schwach. Da verpasst er das Race-Free-Flop. Nico am Cut-Off mit Dame 10. Ist mir auch zu dünn. Dann nur rein zu limpen. Das kann der Holger ja mal ein bisschen farblich umgestalten. Michi. One, three, five. Ja, Coni mit dem Treffer. Spielt direkt an. Kontrollierte Offensive über Michi. Kennt man so gar nicht. Port-Control. Klassische Port-Control. Donk-Bett. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ja, Messerscharf analysiert hier von Nico. Das ist doch so auf, wenn ich so kurz kommen darf. Das reicht tatsächlich. Donk-Fold von mir auf jeden Fall. Ich kratze, ich halte meine kleine Chips noch mal. Ich glaube, die beiden haben sich heute gefunden. Turn ist nur zwei. Schenk dir eine Free-Card. Das sind deine duplige Juden. Gute Jürgen. Auf alle Fälle, guter Table-Talk hier von Coni. Wie viele habe ich denn noch? Ich zähle nur so Scheinheit auf der Arbeit. 3,50. 3,50. Das ist auch genau die Vorstellung von mir, was ein Banker macht. Also, Kravitz geht hier all in. Hier drüber. Ist der Jürgen arg schlecht hier? Der Jürgen? Der Junge. Gibt es bessere und schlechtere? Ja. Ja, ja. Gut, aber einfach nur zwei. Hier sind zwei, natürlich haben wir schon noch schlechter. Aber bei dem Ohr, das fällt da so. Koni überlegt hier, ob er noch juckeln will. Und Koni foldet nie. Also rein mit Koni. Das wäre sonst kein Koni-Move gewesen. Ja. Das ist ein Schlager unten. Ja. Also klassischer Koni hier. War Jürgen als... Oh, Kreuz hat er auch noch. Ja, ja. Jürgen war Rube. Ja, ja. Weil Jürgen hat sicher noch ein mieses und künstler. Jürgen war Rube. Ja, Jürgen war Rube. Ja, Jürgen war Rube. Ja, das ist jetzt gerade... Ja, ja. Wann ein Tag? Ja, ja. Wollte ich mal was spielen denn? Ja, one time. Also, hau raus, Carlos. Oh! Oh, Ace on the River. Ja, macht nichts mehr. Die Hand ist gegessen. War eigentlich schon klar. Ja. Also, Koni in bester Manier hier. Koni in bester Manier. Dong, Call, Rindy-Marie, der will spielen. Der ist nicht zum Folden hier. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Immerhin, gute Stimmung am Tisch. Also, jetzt ist es soweit. Ich mache das Ding auf, Kevin. Weil Kevin guckt sich immer unsere Replays an. Lewis Hamilton Edition, Monster Energy, Zero Sugar. Oh. Oh, was riecht denn das? Der Kevin hat gesagt, das ist gut. Das ist doch Zero Sugar. Das schmeckt brutal süß, Kevin. Und so citrusartig. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Muss ich erst mal einen Tiefenschluck nehmen. Ja, also, interessant hier, interessantes Getränk. Lewis Hamilton, Monster Energy, Formel 1 Edition. Ich muss den Geschmack noch zuordnen. Da brauche ich, glaube ich, noch eine Hand für. Interessant auf alle Fälle. Und ich garantiere Sodbrennen. Okay. Vicka schreibt, Grüße an meine Brüder, Lennart und Rufen. Ah, du bist auch noch ein Bruder aus dem Clan. Warum spielst du nicht mit, Vicka? Ja, geil, drei Brüder hier am Tisch zu haben. Ich gehe gleich rein und sage das durch. Also, ich schaue mir eine Karte an. Ich schaue mir die Karte an. Ja, mach. Ja, mach. Ich call's. Schau rein. Aber du schaust einfach nur eine Karte an. Oder du machst so Rony einlesen? Ja. Ja, muss ich. Ja, muss ich nicht. Warte doch, du fühlst dich nicht mehr an. Oh, Mann, Leute, ja. Poker Disziplin hier, ja? Ja, ist mir leid. Aber jetzt hast du Chancen. Du hast ganz viele Reels gerade gekriegt. Ja, also die Stimmung ist gut am Tisch. Nico gut drauf heute und motiviert. Versucht jetzt mit der nächsten Nummer hier seine Hand endlich reinzubringen. Endlich den Stack loszuwerden, damit er nachkaufen kann. Dame 5 ist hoffentlich schlecht genug, um hier zu verlieren. Ja, Nico will nachkaufen. Und Coni jetzt auch ein bisschen angefressen nach der Hand gerade gegen Kravitz. Callt ja natürlich auch im Juckelmodus. Das ist der badischste südbadische Dialekt. Südbadisch. Die können kein ER. 92. 92. Ich habe mir auch alle in Druck gemacht. Aha. Und gepusht. Volker ist wirklich stark. Und liebe Grüße von der kleinen Schwester. Ah, bist du die kleine Schwester, nicht der Bruder? Alles klar, Mikael. Schreibe ich, sage ich. Gehe gleich rein und sage das durch, wenn die Hand gelaufen ist. Also, Besti hat jetzt noch hier eine Option zu callen oder drüber zu prägeln. Ich bin gespannt, was er macht. Ey, überleg es dir wirklich. Man lasst dir Zeit, ja. Time. Da gibt es sicher bessere Chancen. Oh, er fohlt. Das gibt es doch gar nicht, Besti. Viel zu tight gegen die beiden. Natürlich. Sonst hätte er ja nicht gekocht. Das ist aber nicht schlecht. Aber Biolo. Guck, die reicht. Die brauche ich nur die Zeige. Ich brauche nur die Zeige. Schon vorne, ja. Kannst du aber nur mit einer spielen. Ich auch. Ja, die reicht auch. Nee, dann müssen wir beide sehen. Also, die beiden haben es endlich geschafft. Don't call in bad. Und jetzt? Also, Nico will endlich nachkaufen. Schauen wir mal, ob er es schafft. Ass hoch. Das reicht. Dame hoch. Reicht hier. Warte doch mal. Warte doch mal. Reicht. Also, zwei Sieben sind schon reicht. Wie jetzt? Grönig. Reicht Dame hoch? Ich habe sie schlecht gesehen. Uah. Jawollo. Ich hätte gerne gebraucht, ich hatte. Also, Nico gewinnt hier den Coinflip, das blinde Ohrleben und doppelt wieder auf. Wer schafft es wieder nicht nachzukaufen? Also, ich gehe mal kurz rein und richte den Crews aus. Bis gleich. Wir drehen einen kleinen Stack hier an. Ja, ja. Dann schieb doch noch ein Moment. Wollte ich gerade sagen? Ey, so komme ich auf die schiefe Bahn, wenn ich so Weihnachten ausschiebe. Ja, ja, ja. Dann würde ich aber 50 Euro. Verdoppelung-Strategie. 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 Ganz klar Verdoppelung-Strategie, ja. Ist das eine Nachkauf-Strategie oder Verdoppelung-Strategie? Ja, ich schaue noch eine Karte an und habe dann den krassen Tell angegeben, dass es mit Scheißkern weiter reinkommt. Du hast schon nur den Heiligen Tell abgegeben. Wenn du nur noch eine Karte ankommst. Ich gucke jetzt auch noch eine. Ich muss ausrichten und zwar von Nikkei, 490, die Grüße an meine Brüder und die Grüße an meine Brüder und die Grüße an die beiden von der kleinen Fresse. Ich auch noch, aber ich entscheide, ob ich jetzt on-in gehe. Ja, klar, du geschützt. Was auch immer das heißt. Ich bin die ganze Schwester, gell? Ja, alles klar. Alles klar, alles gut getan. Ist es zurück? Ja. Ja, ja, dann musst du mit der Karte anbieten sein. Irgendwo weiter so. Vielleicht. Ja, ich bin mir noch mal. Ja, schon die Karte, die Hand jetzt sind nicht alle bisher. Ja, ich habe mich auch noch mal anbieten. Ja, wir hatten ja vorher schon klar, dass ich auch nicht. Ich glaube so aus, oder? Ich glaube so aus, oder? Ich glaube so aus, oder? Ich glaube so aus. Ja, ja, ja. Weil eigentlich müsste jetzt gerade Nico als Kindesignal sein. Gucken wir die erste an oder die zweite? Jetzt könnten wir auch mal an die zweite, ich habe die erste. Dann lasse ich dir jetzt mal so liegen. Ja, ich auch. So, jetzt war das an. Ja. Das ist maximal eine Vier. So, Gruß habe ich ausgerichtet, kam an. Nächste Hand, Hand Nummer 18. Ja, das ist dein Call hier schon, wenn du jetzt da. Ja, oh, oh, jetzt muss ich mich ja beide angucken. Achso. Achso, ja, das spielst du jetzt so, oder wie? So, schau mal. Und das hat wieder ein Pocket Pair und eröffnet hier. Von der Karte, die ich ja anguckt habe, das ist ein Call. Ja, du hast doch ein Call gerade. Das ist ein Call, ja. Aber jetzt gucke ich dir halt auch mal an, wenn du es ansagst. Ich glaube, Coni und Nico haben sich jetzt gerade so ein bisschen aufgestachelt. Die werden jetzt wahrscheinlich jede Hand spielen. So spielt man Poker. So spielt man Poker. Sag dabei. Okay. Das ist nur mein Gesicht. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Das stimmt jetzt von Carlos. Ja, ich bin bei mir halt nur für das Optische gereicht. Aber du bist ja auch dabei. Das ist ja nicht so schlecht. Also fünf Spieler. Und Nico floppt hier. Genau. Tu per. Ja, okay. Das ist höchstark. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ist er wahrscheinlich selber verdutzt. Bestimmt. Pocahontas wird der Flop eigentlich ganz gut gefallen. Mit kleinen Gemüse. Und einen kleinen Conti-Batch. Schwierig. Wenn er wieder so ein kleines Deck hat, dann kann er gleich wieder Pusher hochspielen. Genau. Darauf will ich ja wenigstens richtig juckeln. Ich will das jetzt durchziehen, immer noch eine Karte anzukundern. Kann man machen. Das hat ja gerade gut funktioniert. Ja, wenn du so richtig machst. Ja, turn ist hier die 3. Guck mal, ob er das hier weiterspielt. Bei der Deckgröße gibt es halt nicht mal viel Spielraum. Sie findet aber noch eine kleine Bett. Hat ja immerhin noch hier ihren Gutshot gerade aufgegabelt. Und Nico wird es natürlich reinstellen jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie hier callt. Nee. Stell es rein. 3,20 mehr. Dann gucken wir mal, ob Pocahontas hier noch folden kann, folden will. Ja, was soll's. Ja, was soll's, ist die Ansage. Da geht's rein wieder. Ich hab das anguckt, ob wir die hier. Nice. Fünfer, sechser. Aber da habe ich halt noch den. Oh nein. Der wird sehr süß. Super. Nice hier. Also läuft gut für Nico. Seine Strategie. Verdopplungsstrategie. Verdopplungsstrategie. Alle Vierer, alle Vierer. Egal. Was brauchst du denn noch? Oder Fünfer oder Fünfer? Ah, machen wir's gut. Dann zweimal. Also gut. Also Run it twice. Unser Feature. Der Pod wird geteilt und zweimal gespielt. Gucken wir mal, ob Cash & Bar das hinkriegt. Ach toll. Erster Run. Kurz und schmerzlos. Full House hier für Nico. So, zweiter Run. Bringt das Ass. Auch eine sichere Karte hier. Ja, Nico gewinnt die Hand. Double up again. Nice Hand, Nico. Nice Hand. Stark gemacht. 6-2. Einfach mal wieder reingeblökt. Reingelimpt. Und einfach mal floppen. Einfach mal hitten. Macht er richtig. Echt? Ja, Cash & Bar sortiert jetzt hier noch mal die Stacks. Und Nico macht mal eine Ansage an den Tisch. Nico ist die Gefahr heute. Also nicht Uwe, sondern Nico. Heckenwitz ist online. Grüß dich, Jörg. Schön, dass du da bist. Hast du es endlich geschafft. Feierabend. Hoffentlich auch ein kühles Kaltgetränk. Hopfenartiger Natur. Und schaust dir diesen Stream an. Da kannst du dir mal Anschauungsunterricht hier nehmen. Wie man pokert oder auch nicht pokert. Heute wird viel gelimpt und viel gecallt. Müsste genau dein Pokerstil sein. Ich glaube, der kommt dir entgegen. Heute wird viel gespielt. Spannende Runde auf alle Fälle. Wir schauen mal, wie Nicos Abenteuer weitergehen. Der wird auch noch einen hohen V-Pup heute haben. Das sage ich auch schon mal an. So, ich habe jetzt gerade mal einen Schluck von diesem Lewis Hamilton-Zeug getrunken. Ist auch ein furchtbares Getränk. Ja, was jetzt? Wie viel habe ich denn? Nee, das kann ich machen. Ich muss noch. Ja, jetzt foldet er endlich mal, der Nico. Also, gibt auch noch Hände, die er foldet. Spezielle Situation. Okay. Achso, sorry. Ja, das stimmt. Ich interveniere dann. Also, komm, dann mal. Nein, nein, nein. Wir sind ruhig zurück. Sonst hätte ich das jetzt gecallt. Wenn der Dealer sagt, das ist okay. Spezielle Situation. Also, das war nicht okay, aber es ist okay. Interner Table Talk. Ist okay. So, genau so. Komm, ich in deinen Kopf jetzt auch rein. Du mischst es nicht mit. Du kannst auch mit spielen. Oh, Kravitz hier mit der 3-Bett auf 1,50. 7,2. Für die, die es nicht wissen, wer die Hand mit 7,2 Offsiehung gewinnt. Die schlechteste Hand im Poker gewinnt von jedem doppelten Big Blind. Nennt sich auch 7-Doos-Game. Aber hier hat er das Pech, dass der Vize dagegen spielt. Erhöht hier All-In von Vize. Immer und außerhalb des Streams. Ich zieh halt durch, Nico. Ich zieh halt durch. Ja, wenn der König auch gerade... Koli hier auch mit dem Instacall. Und Kravitz muss aufgeben, leider. Schade. Hätte ich gern gesehen, die sind zwei. Also, schmerzfreier Call hier von Kony mit diesem 9,2. Der ist gekommen zum Juckeln. Und die lassen es auch noch einmal laufen. Sicher noch hier für den Vize. Junge hoch. Oh, jetzt Straßen-Outs. Da geht es schon was. Viele Outs hier für Kony. Und die 6 ist keins davon. Zu viele Outs. Vize verdoppelt hier. Nice Hand vom Vize. Nice Hand, Vize. Ja, mit dem Geld. Ja, mit dem Geld. Also, da grast er hier den Kony ab. Kony heute im Juckel-Modus. Wird dem Vize natürlich entgegenkommen. Und Kony muss sich selber an die Stirn beigen. Ja, also gute Runde heute. Ich bin echt begeistert. Ich dachte, das wird so eine Larifari-Wischi-Waschi-Runde. Aber so langsam nimmt es die Fahrt auf. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Orbit 3 ist gleich gespielt. Das heißt, nach der Hand werden wir dann nochmal den Zwischenstand einblenden. Insgesamt 6 Orbits, wie immer bei uns im Stream. Ist so unser Programm. Und dann je nach Laune vom Dealer-Tentakel, vom Cash-in-Bar, machen wir noch einen 7. Orbit. Gucken wir mal, wie fit und wie motiviert er nachher ist. Ne, was rede ich denn? Noch zwei Hände. Dann gibt es die Statistik-Pause. Habe ich kurz falsch entdeckt, falsch gesehen. Immer, wenn der Kony am Button ist. Also, weiter geht's. Es wird wieder gestraddelt. Nico mit dem Straddle, Vize mit dem Doppelstraddle. Das ist mit Matze. Wie schmerzt er ich jetzt? Er hat gesagt, er schaut nur, wenn er nicht reinklickt. Weil er schon frei ist. Ich gucke mal, dann können wir zumindest mal reinklicken. Ja, er geht sich gut. Dann hat er gesagt, vielleicht ist er ganz schlimm, wo es in der Arme kam. Ich bin voll nervig. Ich gehe raus an dem Tisch von Simerki. Wer? Bitte, Wunsch. Simon. Simerki, Simon-Kollegen. Ja, also. So, soll man grüßen? Welche Kamera? Wo kann man reinwinken? Ah, sehr gut. Also haben Sie es gecheckt, unsere Spieler, wo Sie hinwinken müssen. Nice. Ja, ist ganz cool eigentlich. Gefällt mir eigentlich mit dem Interaktionsfeature. Das muss ich echt noch weiter ausbauen. Ist aber schwierig, da die richtigen Features zu finden, die auch nichts verraten den Spielern. Also Hallo und so und mal, dass man hier die Farbe im Hintergrund ändern kann. Könnt ihr übrigens auch, ne? Also wenn es euch hinten das Bunte nicht passt, könnt ihr auch da die Farbe umstellen mit den Kanalpunkten. Schwierig, da die richtigen Interaktionsfeatures bei so einer Live-Poker-Runde zu wählen, damit man nichts verrät. So, Krabbit raced hier. Er öffnet die Hand im Min-Race nach dem Doppel-Threadle. Spiel schon mal stark. Und Kevin hier im Small Blind haut hier richtig einen raus. 480. Das ist doch jetzt mal eine Bet hier, Preflop. Das ist doch jetzt mal ein richtiges Race. Ich glaube, Kevin spielt halt auch Serious-A-Game-Poker. Das Outfit spricht Bände. Jetzt gucken wir mal, ob Krabbit hier so eine hohe Bet-Preflop callt. Das ist schon ein klarer Call, oder? Also nach 1200 hätte ich auch. Hat er bisher noch nicht gehabt. 2300. Ich muss mal Caller mitspielen. 2200. Gar nicht. Ah ja. Musst du wieder fragen, wie viel? 84. 1, 4. So, noch mal ein Call. Ja, das ist ein Call. Und Uwe in Gefahr? Erfohltet er? Callt er? Nee, erfohltet. Also, Uwe, nichts in Gefahr. Das ist für Kevin natürlich ein Problem, weil Krabbit's auch gar nicht mehr so viel hinten dran hat. Oder beide haben nicht mehr viel hinten dran. Aber egal, Kevin floppt und trifft. Das heißt, Kevin wird weiterspielen. Was meinst du? Die Karten sind da dran gehabt. Ach, hat's falsch angelesen. Äh, nee. Ach, das hat zu viel Information. Ah, okay. Ja, dann hat's... Wir sind jetzt ein 30. Kevin geht all in. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, oder? Quatsch, was so... Ich hab's nicht gesagt, fast gleich. So, mal. Und Kravitz callt natürlich hier mit dem Pick-Ass. Keine Chance hier auf dem Fold. Interessante Hand. Ja, wie egal. Springerhammer. König. Absoluter Coin-Flip. Interessant hier. Äh, von den Prozenten. Beide Spieler gleich auf. Bei dem Protokoll, wenn er wischt, zwei Mal. Wie war das? Managed bei Flips? Äh, so zu schnell trittst du das, oder? Jetzt zweimal, ja. Okay. Also, auch die Hand wird zweimal gedealt. Run it twice. Oh, das Ass, er ändert nix. Kurzer Schockmoment am Tisch. Und die fünf auch nicht. Kevin gewinnt den ersten Durchlauf. Immer gut, den ersten Run zu gewinnen. Ich nehm' es schon mal zurück. Always good to win the first one. Die sieben ist auch ne Blank. Kevin sagt, always good to win the first one. Und er gewinnt auch den zweiten. Nice. Also, Kevin nimmt hier Kravitz die Lage ab. Hat ihn ja gecovert. Ich hab je Filmschnitt so bezählt. Also, nice, he? Na ja, das sehen alle aufgedacht. Da war ich jetzt auch alle aufgedacht. Von allen aufgedeckten Karten kommen. Was redet ihr? Ich hab's jetzt aber auch. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab' ich angeguckt. War sehr undäufig vom Theater gemacht. Ich, ich, ich dachte so, hey, ich hab's suited gehabt. Ähm, darf ich schon mal nach Hause? Also, nice Hand, Kevin, auf alle Fälle. Nice Hand. So spielt man Prokert. Ah, okay. Immer da. Ja. Wie immer, perfektes Outfit. Ja, macht er gut hier, der Kevin. Ähm, gewinnt hier einen großen Pott. Ähm, zwingt Kevin, äh, Kravitz hier zum Rebuy. Ah, okay. Also, von daher, alles richtig gemacht. So, ähm, ich glaub, wir sind jetzt soweit. Und dann schauen wir uns an, wer im Plus ist, wer im Minus ist. Hier ist die aktuelle Statistik. Uwe immer noch im Plus, äh, knapp zwei Lagen. Kevin jetzt nach der haben sie da im Plus. Nico im Plus. Fiz im Plus. Und drei Spieler im Minus. Pocahontas, Kravitz und Kony hier. Aber natürlich jetzt grad mal eine Lage anderthalb. Das ist noch nichts für so ein Live-Cash-Game. Der VPIP, äh, ja, bleibt hier im Trend. Uwe und Kravitz sind unsere aktivsten Spieler. Die investieren, äh, am häufigsten, äh, Preflug. Kevin kommt so langsam ins Game rein. 22% VPIP und PFR. Pocahontas, Kravitz heute, ja, hat auch schon ein paar Mal geraced. Kevin hat, äh, ein paar Mal geraced. Nur Uwe und Kony haben noch keine einzige Hand geraced. Win-Prozente, die Win-Rate, da ist Nico und Kevin prozentual noch vorne. Ist jetzt aber nach drei Orbits auch noch nicht so viel. Interessant, äh, die Table-Stats links oben. Durchschnittspots, Durchschnitts-VPIP, Durchschnitts-PSR. Alles geht nach oben, ja. Sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Das ist auch typisch, äh, der Pokerabend nimmt Fahrt auf. Und das sieht man hier auch eindeutig. Also, weiter geht's. So, äh, Mr. Probst schreibt noch einen Chat an den Moderator. Äh, ich heiße Holger übrigens. Äh, für die, die es noch gerne wissen wollen. Ähm, an den Moderator. Kannst du wetten mit den Kanalpunkten machen? Beispiel, wer gewinnt oder so? Ja, hab ich schon mal, hab ich schon mal so ein bisschen rumgefummelt. Schon mal so ein bisschen rumumprobiert. Ähm, hat aber nicht so cool funktioniert. Ähm, irgendwie mit Vorhersagen. Und so Wetten hab ich noch gar nicht gemacht. Äh, hab ich jetzt auch nicht eingerichtet aktuell. Und, äh, ich hab grad die PCs umgebaut. Das heißt, ich sitze jetzt eigentlich nur an einem PC, der hier die Kamera aufnimmt und wo das Mikrofon ist. Das heißt, von dem PC, wo ich hier sitze, äh, mal kurz hier einmal so rumdrehen, äh, kann ich das grad nicht machen. Kommt aber für die Zukunft. Wir werden im Winter noch hier einen großen Umbau haben. Jetzt PC und Kameras und Gedöns. Und dann kommt all so ein Zeug kommt dann. Aber da brauch ich einfach Zeit für. Ist aber eine gute Idee auf alle Fälle. Mehr Interaktion. Ja, bedauerlich, äh, ja, ja. Aber, äh, kommt ja noch, kommt ja noch. Müssen sie auch noch weiterentwickeln können hier mit dem Stream-Projekt. So, Hand Nummer 21. Übrigens, äh, Hand Nummer 21 gibt mal hier ein kurzes Insight, äh, Backstage, äh, kommen natürlich auch immer wieder mal die Spieler. Hier ist der, äh, Cody grad und der hat grad den Zwiebelkuchen entdeckt. Ah, ja, sehr schön, ne? Ich schalte mal hier kurz wieder um auf Spiel. Ähm, aha, final. Wenn die aktiv sind, ist die, äh, 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 race auf 1, außer, außer Holger macht, ne, äh, Automodus quasi auf. Und sagt, okay, will jetzt was Spezielles zeigen. Dann, äh, ich, äh, äh, der will schon mal hier, äh, äh, der will schon mal hier. Ich würde ihn einfach mal fragen. So, ich steig jetzt mal wieder ein hier. Genau, da kommt der nächste Kurs raus. Also, Hand Nummer 21, äh, Nico hier jetzt ausnahmsweise mal mit einer guten Starthand, äh, woher auch immer er die hat. Checkt hier aber nur, keine Conti-Bet. Boah, da gibt's ja noch Süße. Das ist für ein, was für ein, was für ein PC. Checkt. Der Turn wird Nico gefallen, aber er spielt nicht an. Äh, wieder ein wieder Handy. Das haben wir da. Das ist heiße Koffer. Äh, 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 äh. So, Lenny, jetzt haben wir alle gecheckt. Ja, alle gecheckt, ja. Alle checken? Keine Action. Gucken doch, alle hier. Das induzive Ladefänge hier. Und die 5 am River verändert auch nichts. Seitlich. Kommt das irgendwie rein, dann könnt ihr auch... Also hier ist da ein Anschluss. Da haben wir auch noch. Ja. Und dann, wenn wir am allergrößten sind, dann am allergrößten sind, dann kommt. Goldbeschichtung natürlich auch noch, gell? Oh ja. Ja. Oh. In der Größe bei dem Holzboden, ich glaub, das wäre dann zu viel. Dann hab ich den Tisch nämlich bei mir im Wohnzimmer stehen. Papa. Okay, Vize schmeißt weg nach langer Überlegung. Und Kravitz mit King High kann hier natürlich auch nicht callen. Das war schon ein Loch. Schade hier für Nico, dass das Ast kam und nicht der König. Bei einem König hat er hier von Kravitz auch nochmal sicherlich ein, zwei Bets gekriegt. Egal, wird ihm recht sein. Den Pot nimmt er mit. Und er bleibt da dran. Ja, ich ziehe jetzt mal auf alle Fälle einen kurzen Zwischenfazit zu diesem Formel-1-Getränk hier. Monster Energy Lewis Hamilton Edition Zero Sugar. Schmeckt wirklich interessant. Ich hab überlegt, wonach schmeckt das? Irgendwie so citrusartig. Aber es ist, ähm, wo stand's? Ich hab's doch vorhin gelesen. Äh, Sternfrucht. Interessanter Geschmack. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Äh, auf alle Fälle ist das irgendeine Edition, die zusammen mit Lewis Hamilton kreiert wurde, äh, damit man, äh, fit und toll und, äh, turbocharged ist. Ähm, keine Ahnung. Äh, danke Kevin dafür. Äh, ich revanchiere mich bei Gelegenheit. Es war nicht so schlimm wie das, äh, sonstige Zeug, was du mir als mitbringst. Irgendwelche Bubble Tees oder irgendwas. Äh, ich hab's, äh, genossen. Werde es jetzt leer trinken und dann hole ich mir erstmal ein kaltes Bierchen. Weil mit Bier geht das Ganze viel besser von der Hand hier. Ja, äh, Coni war übrigens grad draußen bei mir in der Pause. Und, äh, hat offensichtlich Hunger. Ne, hat hier nämlich noch den Zwiebelkuchen von gestern entdeckt. Und die Suppe, die da Carlos vorher gegessen hat. Und wollte da schon mal rein, äh, lunzen in den Topf. Ähm, hab ich jetzt grad noch von abhalten können, hier den Kühlschrank zu plündern. So, Uwe erhöht zum ersten Mal. Gibt's doch gar nicht. Uwe erhöht die erste Hand. Aber, das ist noch nicht so groß. Aber, dass man Sachen... 6,5 Sutits und ein Nikomag mit der 3-Bett. Dass man ein Abo da lassen kann. Nee, nee, nee. Kann man das... Ich dachte eigentlich, dass... Da braucht man eine gewisse Größe. Ganz low. Ich glaub, ich glaub, das stimmt. Die Anforderung war quasi null. Null hier? Bis jetzt, ja. Wenn du magst, ja. Wenn du magst. Okay. Okay. Okay, ja, ich mach's. Wir sind gültig in Gefahr. Das Board kommt runter. König hoch. Das wird dem Nico vielleicht nicht ganz so gefallen. Auf alle Fall, wenn wir dann eine Conti-Bett ansetzen. Kann man auch mal priorisieren. SC in Dortmund. SC in Dortmund. SC spielen Dortmund. Der hat mir überlegen, nach Dortmund zu wollen. Da hat mich Julian Schnuster heute getroffen. Klar statt. Ja, Nico mit der kleinen Conti-Bett. Und Uwe direkt hier mit dem Fold. Also nice Hand hier von Nico. Ja, im Chat wird's geschrieben von der Mannerschnitte. Ich soll als den Tisch ein bisschen leiser machen, wenn ich labere. Das ist auch noch so ein Ding, was kommt, wenn ich auf einen PC umstelle. Dass ich die Ton-Level automatisch regulieren lasse. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Tisch laut ist und gut drauf ist. Wie an so einem Abend, wenn die laut krakeelen. Dann komme ich da quasi tonmäßig nicht drüber. Gibt's aber Automatik-Features für. Wird aber erst kommen, wenn ich den Tisch hier quasi umbaue und dann alles über einen PC laufen lasse. Und das kommt jetzt erst wahrscheinlich so im Dezember bei uns. Wenn wir hier Zeit für einen großen Umbau haben, dann wird hier einiges umdekoriert. Kameras werden umgehangen und, und, und. Ist alles schon im Hinterkopf. Ist schon bekannt. Wenn ich das dann für YouTube nochmal abmixe, dann kann ich die Ton-Level nochmal anders machen. In der Videoschnittsoftware geht das Ganze ein bisschen besser. Aber guter Hinweis auf alle Fälle. Wenn ich das jetzt immer manuell runter mache, muss ich natürlich auch immer dran denken, wieder das manuell hoch zu machen. Und das ist die größte Gefahr, dass ich es dann am Ende verbrille. Weil ich bin auch kein junger Spund mehr. Aber ich schaffe es. Also Tisch wieder laut. Poker wieder an. Weiter geht's. Nächste Hand. Besti erhöht. Ah, der spielt halt richtig aggressiv. Der hat sich was vorgenommen, das merkt man. Nico, hast du mal wieder eine Karte angeschaut oder nicht? Nur eine? Okay. Das ziehe ich jetzt so durch. Oh. Ah, Nico bleibt natürlich dabei. Und Coni hier im Blick bleibt. Oh, Mann, schau mir jetzt solche Dinge. 2,25. Coni mit der 3-Wett. 2,25. Das ist natürlich auch eine kleine Größe hier. 2,25. Bei 80 und Call. Da wird er hier keinen vertreiben. In dem Fall kann es ihm natürlich recht sein. Berg. Bist du noch 2,75? Ah, ja. Heckenwitz schreibt, viele Asse. Ja. Also 5 insgesamt. Also mit dem. 6. Genau 5. 5. 5? Du hast die Rechtsstelle. Genau 5. Hm. Sachen gibt's. Mhm. Stürmer. Geht's so da ab, du, oder? Äh, nein. Äh, ich bin, Entschuldigung, ich bin immer verlegen. Ähm. Dann trinke ich kurz was, okay? Besti hat hier offensichtlich gerade eine Entscheidung. Ich bin etwas hinten hergerissen. Ich warte aufs Signale von, äh, von... Ach so, du hast den Knopf im Orden, auch bei der Webcam, äh, beim Livestream, wenn jemand so viel arbeiten muss. Ähm. Ich hab's da, äh, von mir. Ich hab's da, ja. Ich hab's da, ja. Ja, ich hab's da. Ja, mir gefällt halt nicht, dass du hinter mir hockst. Das ist ein Berg an Chips. Und das ist halt nicht gerade so meine Lieblingssiehe. Und tatsächlich foldet hier der Bestie, nachdem er hier erhört hat. Und Nico stellt hier den Koni direkt all in. Und Koni natürlich direkt mit dem Call. Also, die beiden haben sich gefunden. Die wollen es heute krachen lassen. Ja, Koni natürlich auch jetzt hier mit einem kleinen Stack. 50 Big Blinds hat er gerade mal. Und da wird der Nico, äh, nicht lang rummachen. Machen wir nachher, ne? Mhm. Also soll ich die zweite? Machen wir nachher. Nee, nee. Dann das rausnehmen, was dran ist. Ja, da kommt schon ein Pick. Und der Junge von Bestie wäre da. Nicht. Oh, noch ein Junge. Das wird ein Bestie, äh, nicht gefallen. Und ein Ace am River. Also Bestie hätte hier schön voll Haus gemacht. Schade, Bestie. Das hast du davon, wenn du verholtest. Ja, und Nico doppelt hier den Koni auf. Nice Hand. Hier marschiert sich hier der Koni und holt sich jetzt auch mal hier die, äh, Penunzen, die Chips ab vom Nico. Das ist ja mit dem Geld. Ja, mit dem Geld. Äh? Von Kreuzland. Nitt. Opa Nitt. Das ist ja abwaltig. Ich hasse diese, ich mag die Hand nicht. Also ich, ich spiel sie ja. Mach weiter so. Okay. Ja, also wird nochmal kurz thematisiert hier am Tisch, äh, ob der Ace Junge überhaupt, äh, foldbar ist. Offensichtlich ist es foldbar. Ja, also wenn man immer fold ist, dann, äh, das haben wir ja auch im Sweater. Ja? Ja. 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 Und das macht ja auch immer passen. Die Geile Waffe. Raid gibt's ja gar nicht, ne? Also du kannst mit Null wieder rausgehen. Außer Tipps für den Dealer. Okay. Opa. Tipps. Den machen viele Tipps, aber er setzt den hier um. Die mal. Die Tipps, Mann. Die kriegt er kostenfrei. Oh mein Gott. Gute. 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 Es geht raus an den Tisch von. Dies ist es. Felix CTIR. Ah ja. Der. Wer soll es? Gut. Das sind Nicknames. Okay. Ja, ich glaube, die Nicknames mit der Computerstimme sind nicht immer ganz so kompatibel. Die ihr da so habt. Sixty. Glückscabby. War das Jude falsch. Wie jetzt? Wie kämpft ihr das? Warte. 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 Koni erhöht hier Preflop und kriegt zwei Caller. Kravitz und Uwe. Also, sagen wir mal, Koni in Gefahr diesmal gegen die beiden. Ja, von wegen, Koni fliegt ja Kravitz ist in Gefahr. Koni gleich mit der Conti-Bag. 1,25. Kravitz hier mit dem schnellen Call. Und auch Uwe mit dem Call. Interessant. Mit dem Ass. Was auch immer, Uwe da in der Hand noch. Oh, der floppt das Ass. Ist ja ein Traum hier für Koni. Kann er sogar verdreifachen. Und dann sagt er, Freunde, ihr könnt euch warm anziehen. 3,75. Das macht er gut, der Koni. Hier nur klein anzuspielen. Das weiß er, dass die beiden gerne callen. Hält die Bets hier klein. Das reicht nicht. Mindestens doppelte. Mindestens doppelte. Ja, 5,50 dazu. Ja. 4,50. Mach mal, mach doch. Ja, ja. Ja, Uwe mit dem Race. Und Kroni jetzt natürlich mit dem Call. Das ist ja klar. Und jetzt hat Kravitz seine Entscheidung. Ob sein König hier noch gut ist? Nee, das macht er hier gut, der Kravitz. Foto hier. Nice. Nee, wenn du es angesagt hast, ist es dann mit dem Race eigentlich. Ja, eben. Weil das, was er jetzt gemacht hat, wäre ja nicht cool. Also, zwei Spiele drin. Uwe in Gefahr. Kroni hier ganz weit vorne. Nee, nee, nee. Ich wollte es nochmal verstehen. Ja, ja, ja. Also, das ist so. So, da muss ich mich so. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Kroni zeigt den Jungen. Ja, absolut. So. Hm. Dann, one time nehme ich an. One time. Also, hau raus, Kados. Oh, 10 am River. Das ändert nichts hier für Kroni. Kroni zieht den Pot. Bing, 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 bing. Nice Hand hier vom Kroni. Easy Double Up. Easy Double Up. Nice Hand. Nice Hand. Ja, macht er gut hier. Die kleinen Setzgrößen waren genau das Richtige gegen die beiden Gegenspieler. ist auch wichtig, wenn man das identifiziert am Tisch, wenn man Spieler hat, die gerne so ein bisschen passiver spielen und kleine Beds callen, die Bettgröße hier anpassen. Macht er gut, der Koni. Gibt einen Daumen hoch von mir. Hat er gut gemacht. Schafft hier fast den Verdreifacher. Und zieht den in den Pot. Genau, Heckenwitz. Kruz kam an. Kruz geht raus nach Hause. Und ich glaube, ich bin jetzt endlich soweit. Ich habe diesen Energy Drink hier fast leer und werde jetzt gleich mal ganz kurz austreten. Überlasse euch dann dem Stream, dem Pokergeschehen und hole mir dann ein Kaltgetränk, um mich hier mal ein bisschen zu erfrischen und meine Stimme wieder ein bisschen zu ölen. Also, weiter geht's. Im Automodus. Bis gleich. So, einmal strengeln. Kort. Äh, 40. Hä? Äh, das geht nicht. Ach, sorry, 40. 40. Ah, mein Fehler. Kort. Oh, nur rechts. So gut, meine Hand ist... Ah, du hast gerased. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ja, gerased. Man muss auch ein bisschen am Tisch halten. Und? Kruz geht raus an den Tisch von Al-Maria. Hey, Alina. Hallo. Hi. Steine Tochter, ja? Genau. Wäre fast mitgekommen. Aber nur fast. Ja. Hat sich aber geschlossen, lieber eine ganz Ruhe zu machen. Couchy. Ist sie ja Dealerin machen können. Stimmt. Ist das erste Mal Dealerin? Ne. Wieso ist das erste Mal? Schon wieder gedealt. Ach so, hier mit dem. Werbe zu sich. Oh, wie der alte Anheizer. Ja. Gut funktioniert. Wahnsinnig alt. Das erste Mal heute Abend. Super. Check. Check. Jawohl. Oh, heute ist Red Bull Rampage Finale. Okay. Ich sehe schon ein bestrichtiger Fan von Red Bull. So. Wir tragen uns gerade vor. Ich weiß nicht. Sagt euch was Red Bull Rampage? Oh. Das ist aber nichts. Da ist so ein Mountain, also Downhill im Red Canyon. Oha. Ganz crazy. Ich habe gesehen, auf der Zone läuft er momentan mehr. Von Red Bull solche. Aber ich glaube, es gibt ja auch Red Bull TV. Aber ich glaube, es gibt ja auch Red Bull TV. Aber ich glaube, es gibt ja auch Red Bull TV. Aber ich glaube, es dürfte das eigentlich auch laufen. Ich fand die Auktion ganz gut bei der Tour de France. Als da der eine Mountainbiker oder auch Downhill, ich weiß es nicht, da über so einen Berg runter geschanzt kam. Da sind die gerade durch so einen Wald gewandelt. Ja, ja, ja. Und dann hat das von oben so einen Berg runtergefallen. Das sah so krass aus. Und alle von der Pulte-Frost-Curie tragen. Ja, ja. Fühlt völlig krass. 21... 34. Jetzt habe ich über das Schlagern von euch gehabt. Hier, Red Bull Rampage. Ich kann mal live, hoffe ich, anschauen. Na, cool. Kruz geht raus an den Tisch von Neslitz. Grüßen alle. Wo ist gerade hier im Team da? Es ist alle Moritz. Grüße. Neslitz ist auch geil. Crazy Dicks. Alle drei. Machst du aber auch so ein bisschen... Nein! Ja, danke. Ich habe neulich vor einer nach den Bull gesehen, der über den fahrenden Zug gefahren ist. Habe ich auch schon gesehen. So, da komme ich gerade zurück. Und das sieht doch nach dem größten Pott des Tages aus bisher. Was ist denn hier los? Kevin hier mit dem Set und Koni mit dem nackten Gutshot, der zum Open Ender improved. Kann man sich nicht vorstellen, dass der Koni hier noch foldet. Genau zur richtigen Zeit zurück. Spannende Handtee. Die Gaps sind die Sprengung. Aber es war ein schöner Move. Ich dachte, ich kriege jetzt noch kurz bloß die letzte Karte. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist irgendwie so zu vergleichen wie ein Benchir. Sehr gut, Koni. Da geht es rein. Also Koni ist überhaupt nicht tot. Hat natürlich noch seine Open Ender Outs. Und kriegt da hier 1 zu 4 am River. Fast. 23,5. Oh Gott. Und Kevin sieht gleich, dass da noch Outs da sind. Größter Pott des Abends. Ich glaube, wenn du das als Mountainbiker gewinnst, oder wenn du das gewonnen hast, dann bist du halt einfach einmal. Mach mal. Richtig so, richtig so. Richtig trocken rein. Kodi will einmal. Verreckt wird am Tisch. Also, hau raus, Kadus. Oh, die Dame am River. Ganz sicherer Runout hier. Kevin gewinnt. Nice Hand. Größter Pott des Abends. Nice Hand. So spielt man Poker. Ja, da komme ich gerade noch rechtzeitig zurück, um den größten Pott des Abends zu sehen. Da seht ihr, unsere Spieler sind gewillt, heute zu spielen. Gerade Kodi. Das ist so ein Kandidat. Wenn der mal ein Stack vor sich hat, der spielt gern auch die ganz großen Pötter. So, im Chat ist auch schon wieder einiges los. Alena schreibt, ah, Kadus kann das so gut mit dem Diener. Was? Da braucht der mich nicht. Okay, was auch immer, Alena, es wird schon stimmen. Ich habe es endlich geschafft und habe mir jetzt endlich ein verdientes Kaltgetränk geholt. Hier nach drei Orbits und ein bisschen Action. Nach Tee und Energy-Trink bin ich endlich bereit und trinke jetzt auch mal ein Kaltgetränk. Jedes Abends ist ein klassisches Rothaus-Tandenzäpfle. Das hat mich gerade angelacht im Kühlschrank. Alena schreibt im Chat, ihr wurde angeboten, Liederin zu sein. Ja, herzlich gerne. Machst du mal. Kannst du doch bestimmt auch ganz gut. Prost an den Chat, Prost an die Zuschauer, Prost an die Replay-Gucker. Haben wir uns verdient. Ich trinke mal eins. Zum Wohle. Oh ja. Welche Wohltat nach diesem Energy-Trink. Ich zeige euch wieder den Tisch. Schauen wir mal, was der Kevin noch zum Besten zu geben hat. Der ist auf alle Fälle jetzt gut gelaunt nach dem dicken Pott, den er gerade gezogen hat. Und wird jetzt wahrscheinlich endlich mal ein paar Hände mehr spielen, nachdem er jetzt hier drei Orbits rumgenettet hat. Schön. Und es gibt, wenn du Amazon Prime hast, kannst du einmal im Monat geladen. Koni hat auf alle Fälle nachgefasst. Ich habe nochmal 200 Big Blinds geladen, damit er hier auch weiterspielen kann. Und Kevin gleich motiviert hier mit dem Straddle. Gucken wir mal, was seine zwei Kontrahenten hier machen. Nachgefasst, ja. Uwe foldet hier im Small Blind. Besti füllt auf. Also jetzt werden mal kleine Brötchen gebacken nach der Riesenhand gerade eben. Gibt es auch mal einen kleinen Pott. Besti spielt hier zehn einen Big Blind an. Muss selber dabei lachen. Und Kevin natürlich direkt mit dem Insta-Race. Und gewinnt hier die Hand. Zeigt natürlich auch direkt hier drei, neun. Noch ein bisschen Informationen sammeln. Du musst dir nicht mal was sagen. Du musst dir nicht mal was sagen. Jetzt vielleicht im Internet. Weißt du, wenn ich schon die Fold-Taste vorher eingestellt habe. Ja, Vize sagt es ja. Ist vielleicht so ein klassischer Internet-Online-Poker-Move. Einfach mal anspielen. Vielleicht hat der andere schon Auto-Fold angeklickt. Ja, aber beim Kevin gibt es kein Auto-Folds. Kevin analysiert immer messerscharf. Und gibt auch noch ein bisschen Table-Talk hier. Ja, Kevin ist auch einer der wenigen Spieler, die so schwache Setz-Moves schnell identifizieren. Und dann einfach schon aus Prinzip irgendwie ein Rays auspacken. Da haben wir einen Cody noch. Der könnte das noch. Also der erkennt, er riecht förmlich die Schwäche hier beim Gegner. Und haut direkt drauf. Ja, genau. Ich spiel meine Position. Gegen mich, oder was? Ja, natürlich. Aber jetzt guck ich jetzt wieder beide an. Taub 1.300 Händler haben das nicht gemacht. 1.300 Händler haben das nicht gemacht. Plötzlich spiel der Position. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das mal zum Running Gag werden soll. Ja, Table-Talk ist richtig gut heute. Also sind alle hervorragend drauf. Ich, ähm, checke. Ja, 4 Spieler. Jetzt mal ein Bier. Bringst du mir eine Radle mit? Ja. Wir nehmen auch noch was. Wasser wäre cool. Den würde ich auch nehmen. Stilles. King, King, Queen. Der ist sehr gut. Sterleinsprudel. Ja, da könnte was geben. Also Wasser auf dem Wasserhahn halt. Das würde ich auch. Also wir haben uns. Klassik. Klassik, oder? Einmal Check vom Bestiegel. Klassik. Und du machst vor? Ich hab vor, ja. Kravitz checken. Ja, ja. Mach mal mit. Ach so eins. Ja, ja. Alle checken. Auch der Kravitz hier. Da ist eine Blank. Jetzt wird es dann aber langsam Zeit hier für den Kravitz was zu machen. Aber. Von wegen Bananen. Nico macht was. Setzt hier rein. Will sich einen Pott erkaufen. Und kriegt gleich die Antwort von Kravitz hier. Mit dem Race. Und Bestie mit dem Insta-Fold. Denkt noch nicht mal drüber nach. Nico verabschiedet sich auch schnell. Ja. Schnell gelesen hier die Messe in der Hand. Kann da Kravitz keine Value hier mehr generieren. Ja, weiß ich auch nicht. Hätte er vielleicht mal einen Flop mal anspielen sollen. Oder einen Turn-O-Call, dass er da vielleicht noch irgendjemand drin hält. Die Gegner hatten halt gar nichts. Da kann er nichts machen. Der Kravitz. Aber gewonnen ist gewonnen. Und am Kühlschrank höre ich gerade den Kevin rumeiern. Der sucht noch nach den Getränken hier über den Tisch. Macht gerade hier die Getränkerunde für alle Spiele am Tisch. Nicht so geil. Und ist offensichtlich noch ein bisschen verwirrt. Nach dem Riesen-Ford gerade eben ist er noch nicht ganz orientiert. Kann man sagen. Könnte aber auch an seiner durchaus monströsen Sonnenbrille liegen. Willst du den Fans was sagen, Kevin? Geiler Stream heute. Gute Laune am Tisch zumindest. Premium Table Talk. Alles andere will ich jetzt mal nicht kommentieren. Das macht ja der Holger. Ja, sehr gut. Ist auch besser so. Lass das mal die Profis machen. Lewis Hamilton war interessant. Interessant. Nicht schlimm. Aber auch nicht gut. So ist mein Fazit. Das hat mir geholfen, Kevin. Also, Kevin geht wieder rein. Wir schauen uns die nächste Hand an. Hast du schon geholfen? Ja, du hast schon geholfen, Kevin. Ich habe keine Ahnung. Also, drei Spieler. Kannst du mal eine Runde machen? Dann lauf der nächsten Stats runter. So, in der Hand ist nicht so viel los. Das sind alle verpassen. Alle verpassen hier grandios. Außer Uwe. Der trifft hier die 10. Und spielt direkt an. Die 8. Die 8. Die 8. Die 8. Natürlich für Nico. schreibt, ich kann nur nicht so viel davon trinken. Ja, kann nur nicht so viel davon trinken. Ja, ja. Du trinkst eins und dann… Ich stand nämlich neulich im Supermarkt und habe an euch gedacht, dann hatte er da eine Barbie-Limonade in der Hand. Miko nur mit dem Check hier am River. Ich glaube, da verschenkt er hier Value. Da wird der Uwe doch oft behind checken. Der kontrolliert jetzt auch hier. Das wird dem sicherlich nicht gefallen. Ich habe noch ein paar Getränke zum... Nee, ersetzt nochmal. Einen. Geht der Plan von Miko vielleicht doch auf? Jetzt bin ich gespannt auf die Setzgröße hier von Miko. Aber ich weiß es nicht. Wir haben immer so Sonderangebote irgendwie. Und sind immer so spezielle, spezielle... Speziell abgelaufene Getränke. Ah, ja. Ich habe noch was ganz Spezielles unten im Kühlschrank. Für den nächsten Stream. Geht der rein. Und das sieht nach vielen Chips aus. Wenn du im Bierladen oder wenn du Richtung... 5,75. 5,75. Also großes Race hier. Gibt dann Uwe vielleicht sogar den Jungen. Und denkt, dass er hier noch den Payout bekommt. Aber Uwe natürlich nur mit der 10. Schwere Entscheidung jetzt. Da ist so ein Skateboarderladen drin oder sowas. Nee, noch weiter... Noch weiter Richtung Schwabentor. Da ist der umgezogen so. Okay. Da ist die Volksbank mit dem Brunnen. Und dann schräg... Schräg noch weiter Richtung Schwabentor ist dann so dieser Bierladen, wo der eigentlich... Also hier gibt es auch einen. Okay. Ja, dann auch alles Mögliche. So, aber nimmt die Chips in die Hand. Will er hier wirklich callen? Die haben halt eher so Pale Ale und so. Das ist nichts für euch. Also Nico hat schon gut für sein Image heute gearbeitet. Da könnte sogar ausgezahlt werden. Und er wird ausgezahlt. Das ist ein Call. Ich kann schon nur einspringen. Und er zeigt die Straße. Nice Hand, Nico, hier. Ja, hat ihm nichts geglaubt. Also Nico holt hier das Maximum raus. Also macht er richtig gut. Starke Bett hier. So spielt mein Poker. Starke Bett hier von Nico am River. Macht er richtig gut. Da will ich hin. Genau, also Nico macht das hier richtig gut. Und hat hier sein Image quasi gespielt. Hat sich dann quasi gelohnt, die ersten zwei Orbs hier richtig mal reinzulangen. Und auch den Uwe mal mit einer schwachen Hand zu callen. Sieht man ja. Das zahlt sich jetzt aus. Uwe zahlt ihm das zurück. Die Scherenschwester schreibt hier gerade noch. Gruß an Uwe und Kravitz. Mache ich, wenn ich gleich reingehe. Nach der nächsten Statistikpause, was da nach der nächsten Hand sein wird, mache ich Getränkerunde für den Tisch. Und dann werde ich auch die Grüße ausrichten persönlich am Tisch. Gehe ich gleich rein und mache das klar für euch. Es gibt ja einige Fans hier von den beiden. Lusen scheint ja offensichtlich einen eigenen privaten Fanclub zu haben. Schön, dass er zuguckt. Bei Nesselried. Also wir wohnen ja aus der Munde-Nähe von Offenburg. Ah ja. Das ist ein kleiner Dorfverein. Auch wenn er sich gerade hier die Dinger hier so ordentlich reinbeamt, diese Salzdinger. Oh, hier ist ein Brocey-Sandwich. Coming in hot. Das war ein Teil, dass du das machst und so. Der hat nicht einfach... Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Schiri, das war abseits. Siehst du denn? Das war echt positiv. Ich lege alle die Scheide um, wenn das Spiel mal gepfiffelt. Danach direkt entschuldigt. Aber ja. Ich war ja auch mal Schiri früher und habe auch eine Jugend angefangen. Und die erste von dem Spiel hast du so Beobachter. Schiri-Beobachter draußen. Der halt auch guckt, wie das läuft und alles. Und ob das passt. Und gibt dir dann Tipps. Nach dem zweiten Spiel. So, Coni hat er erhöht. Kravitz und Uwe callen hier. Wer steht mit dem Ass? Folded. Kevin am Button. Oh, das wird ein Kevin fuchsen, dass er hier am Button keine Hand kriegt. Folded hier. Und auch Nico hier füllt natürlich auf. Das ist echt krass, ja. Gibt es auch. Wie bitte? Gibt es genug Videos im Moment? Ja, deswegen weiß ich jetzt eigentlich ganz aus England. Gucken wir mal, ob Coni noch einen draufpackt. Ne, macht er nicht. Fünf Spieler. Sehen wir den Flop. Der Flop kommt hoch. König hoch mit zwei Kreuz. Der könnte für Action sorgen. Schade. Kravitz nur mit dem Check. Das ist immer jemand intern vor. Ja, ja. Das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so. Das ist eine absolute Folge. Drei. Ist eine Blank. Jetzt wird der Nico auf alle Fälle anspielen, nachdem durchgecheckt wurde. Wird das mal aufgemacht. Zumindest mal im Profibereich. Aber es ist viel zu lange gegangen. Hat man viel zu lange zugeschaut. Dann setzt hier ein Drittel pot. Was die alles sich erlauben durften. Das ist ein Call von Coni. Und auch ein Call von Kravitz. Voll. Was die Fans machen durften. Also beleidigungsmäßig und so. Das haben es viel zu weit gekriegt. Drüber bringt das Kreuz. Das ist so ein bisschen eine Scarecard. Die wird so ein bisschen die Action rausnehmen. Kreuz kommt an. Auf der anderen Seite hat keiner am Flop gebettet. Da wird der Nico hier check-callen. Das andere. Haben wir uns das angeschaut. Noch heute ein Spiel. Und dann hat er eine Frau. Raus an den Tisch von Timo unter Strich 2406. Hallo Timo. Ah. Ja, der Kravitz ist ein Kameraprofi. Er kennt sofort, wo er hingucken muss. Das ist ein Geburtstatum. Das ist ein Geburtstatum. Das ist ein 246. Meinst du? Ja, das ist richtig. Oder 2006 geboren. 2406 geboren. Das ist ein Geburtstatum. Oder Sterbedarf. Keine Ahnung. Ja, die Nicknames sind Thema am Tisch. Da wird fabuliert. Ich muss nur kurz zu Ende zusammen. Wir haben einfach einen Zuschauer nach vorne. Und der, der gefoult hat, hat er einfach angespuckt. Was? Der Zuschauer ist schön nach vorne gekommen. So ein asozialer Scheiß. Muss einfach mit sein. Geht gar nicht. Vor allem wäre ich noch 10 Meter erspannt. So, Nico hat jetzt echt eine Entscheidung. Also die Setzgröße von Kravitz hat es hier in sich. Wenn er rennt, um dann noch das Sprung. Nico, foldet tatsächlich. Das gibt es doch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich klarer Check-Call hier am River. Und die Bett geht durch. Junge. Busch raus, oder? Echt jetzt. Beste Hand folded. Nice Hand hier von Kravitz. Also macht er gut. Bringt Nico zum Folgen. Jetzt schon. Ja. Kam es da an der 3 oder das Kreuz? Wieso? Nix von beiden. Die Len. Gut. Die Len. Wieso? Na, Bruni ist das schlecht. Welche Hand war das noch? Dachte er eigentlich 21. Nach der nächsten Setzrunde gibt es ein Whisky. Seit deinem letzten Mal, ein Abschluss zu merken und daheim schon mit einem. Wir würden alles Whisky trinken. Aber du warst schon schlecht. Drei. Du warst einfach mal gleich. Ja, nachher so. Ich glaube, schade. Ja. Das ist ein bisschen sein. Also, was du hast, ist knapp. Ist knapp. Kicker 10 oder was? Ich hab's ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja. Zehner. Wenn der gereicht. Schau's dir wieder. Nee, er hat gereicht. Er hat gereicht. Was? Zehner 10 hat gereicht. Zehn Kicker. Zehn Kicker. Aber ein König hast du gerade noch. Ja, ja, ja. Was hast du bei Ihnen gefragt? Ah, bin ich eine Nid, du. Der kam alles an auf dem Röber. Ja, dann willst du ein Whisky. Nee, danke. Ich hab's ja auch. Und ich muss mal am Fußball spielen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist ja die Zweifel. Aber er ist wirklich. Ja, ja, ja. Niko, willst du ein Whisky? Warum legen wir noch fünf von Ihnen? Nein, nein. Dann nur vier. Dann kann eh dein Brot. Vier hier. Vier plus deiner, Holger. Alles klar, Kevin. Ich denke, der ist beim Energie drin. Da ist er schon durch. Also, Kevin hat gerade die Whiskys abgeklärt. Ähm, es gibt heute einen hervorragenden Whisky, den der Kevin mitgebracht hat. Geht schon mal Daumen hoch auf alle Fälle. Ähm, werde ich gleich mal kurz hier in die Kamera halten. Und, äh, sobald wir die Statsrunde gemacht haben, werde ich den Tisch hier mal verköstigen. Die muss man ja bei Laune halten, die Spieler. Und Spielerinnen natürlich auch. Selbstverständlich unsere Pocahontas, äh, auch die kriegt ein Whisky, wenn sie das möchte. Ist ja klar, ist ja Ehrensache. Ähm, ist denn langsam, ne? Und was? 50 Hände? Oder einfach Zeit? Äh, Zeit. Zeit noch nur. 1-2 Stunden noch. Okay. Normalerweise haben wir immer so 20-25 Hände pro Stunde. Aber du bist halt auch echt langsam heute. Dauernd in Gesprächen drin. Das hängt woanders an. Schöne Runde. Check, check. Schöne Runde. Ja. Koni auch schon? Ja. Wird gecheckt. So, da habe ich jetzt ein bisschen die Action verpasst. Wir haben auf alle Fälle wie immer 6 Spieler am Flop. Gefühlt spielt ja der ganze Tisch jede Hand. Und, äh, Kravitz floppt hier 2-Pair. Äh, Uwe hat auch das Ass. Das könnte teuer werden. Jetzt ist Uwe aber mal richtig in Gefahr. Vor allem weil er raced. Ähm. Und auch Nico hier mit 2-Pair. Wie es weiter geht? Fieze mit dem Flashtraum. Und Kravitz nur mit dem Call hier. Das ist natürlich ein fataler Fehler. Da hätte er direkt draufhauen müssen. Leck, oh mio. Jetzt brauchen wir einen guten Turn und guten River. Oh, Fieze mit dem Treffer. Was hast du für eine Flasche? Jetzt hätte ich wohl. Bauts ohne Ende hier gegen Kravitz. Ja, und die 2 sind halt auch viel zu wenig, viel zu klein die Bettchen von Kravitz. Okay. Big Time. Big Time. Big Time. Oh Gott. Da werden alle einfach dabei bleiben. Ich glaube, der Nico riecht den Braten schon. Bei so vielen interessierten Spielern. Oder er denkt sich, er hat jetzt noch Open-Enders dazu. Er packt jetzt mal Move aus. Könnte natürlich auch sein. Wir haben Nico durchaus zuzutrauen, hier groß zu raisen. Nee, er callt nur. Oh, Fieze stark hier. 88? 88. Mit Treffer und Flashtraum. Outs ohne Ende hier für Fieze. Da können sich noch was entwickeln. Mal gucken wir mal, was Uwe und Nico machen hier mit ihrem Open-Enter. Die kriegen ja jetzt auch gigantische Orts. Und fühlen sich vermeintlich hier vielleicht genötigt zu callen. Gerade Uwe, der foldet ja auch sehr ungern. Uwe in Gefahr. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was er macht. Er hat auch nicht mal viele hinten dran. Nur noch 7,15. Ich bin bei 8,19. Das ist passiert, was ich verstehe. 7,5. Aber hier stricke auch schon noch 2 von mir. Genau. 86 zum Call. Ja. 86 zum Call. 7,15 spielst du noch. Kannst aber auch quasi dann. Ja, genau. Du dürftest alles. Ich geh halt in. Ja, Uwe in Gefahr. Ohne Ende. Und jetzt kriegt Nico natürlich noch bessere Odds. Gucken wir mal, was Nico jetzt aus der Hand macht. Ich bin mal gespannt mit Top-Pair und Open-Enter. Da hat er sich in was reinwandelt. Friert her. Mal rechts auf V zu achten, bitte. Der grinst sich schon ein. Also 5,15. 8,15. Was ist das? Nein, 7,15. Er hat 8,15. Achso, er hat weniger, oder? Er hat 8,15. Er hat minimal mehr, ja. Er hat minimal mehr, ja. Nee, weniger. Er hat ja schon 2. Er hat ja schon 2. Also wie viel muss ich? Müsste ich? 7,15. Nee. Ich hab 2 noch schon drin. 6,15. Also auf 8,15 hoch. Was? Na ja. Warte, warte. Vize war doch insgesamt auf 8,80 jetzt, oder? Nein. 6,80. Und der Manu ist auch da. Der Schwab aus dem Haigerloch. Grüß dich, Manu. Salli, kommst grad richtig. Danke fürs Abo. Muss geht raus. Kommst grad richtig zur zweitgrößten, zur drittgrößten, zur größten Hand des Abends. Ja, aber ich hab's jedes Mal mitgezählt. Ah, zwei. Ah, zwei. Also da. Kann noch was gehen am River? So, das ist ein Call. Und jetzt kommt von mir noch, ich muss noch gleich 10. 35 Cent für euch, oder? Ah, ich geh raus. Nee, raus. Und? Okay, dann schauen wir mal. Ja. Geht's weiter. Wer hat jetzt hier einen Mainpot? Ich hab wilde Runde. 35. Ja, jetzt müssen die erstmal den Tisch hier sortieren mit unterschiedlichen Stacks und vor allem mal nachzählen. Das machen die auch. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis der Kevin und der Kadus die Pötte hier klar gemacht haben. Mainpot und Sidepot. Mainpot und Sidepot. Alles. Da die Spieler jetzt unterschiedlich viel hatten. Wir haben noch zwei All-ins. Genau. Eben. Kevin hat's im Griff. Guter Mann, Kevin. Kann ich nur sagen, Daumen hoch. Big Pot, okay. Nee, das ist... Größter Pot des Abends. Und es ist noch Action offen. Zusätzlich. Zusätzlich. Also Nico und Kravitz haben noch Chips behind. Die hat jetzt nochmal einen extra Pot. Ja, haben wir mal. Ripped. Also, jetzt brauchen wir guten River, Carlos. Sidepot, noch einen Sidepot. Habt ihr alles? Ja, wir müssen auf jeden Fall zählen, weil das kriegt das Programm ja nicht. Und der River blanked ist die 6. Blanked ein Anführungszeichen. Der Paar hat das Bord. Das heißt, es gibt einen Splitpot für die ganzen Asse. Das ist ja verrückt. Dann? Ich fang mal an mit... Check, check! Ace-Four. Vizestore Bricked. Also, Vize-Outs. Und alle Asse splitten. Das gibt's doch gar nicht. Also, Kravitz ist total enttäuscht. Das ist der Scheiße. Das ist der Scheiße. Das ist der Scheiße. Er hatte wirklich als einziger richtig Out hier gehabt. Nice Hand, Jungs. Gut gespielt. Niko guckt grad hier ums Eck und fragt, ob das ein guter Call war. Also, es gibt Leute, die sagen so. Es gibt Leute, die sagen so. Aber du hattest ja noch Splitpot-outs. Von daher ist ein Call immer gut. Wenn man splitten kann, ein Call auf Splitpot, finde ich immer gut, Niko. Weitermachen. Genau. Also, Niko war kurz hier und hat sich Bestätigung abgeholt. Was willst du sagen, ne? Die Hand ist so gespielt. Und ich glaube, das wird auch die Hand sein, wo jetzt Kevin und Cash & Bar am meisten brauchen, um den Tisch hier ein bisschen aufzuräumen. Ist natürlich extrem. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Statistik-Break, wenn der Carlos schon in die nächste Setzrunde schaltet. Das hat er schon gemacht. Dann ziehen wir das jetzt quasi vor, weil die brauchen jetzt eh noch eine Minute, um das hier alles ins Low zu bringen. So. Also, schauen wir uns mal die Stats an. Wer ist im Plus? Wer ist im Minus? So. Hier muss ich noch... Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, ich habe mich verdrückt, Leute. Sorry. So. Jetzt sind wir soweit. Also, hier sind die Stats. Hier sehen wir, was abgeht nach vier Orbits. Kevin zweieinhalb Lagen im Plus. Nico zwei Lagen im Plus. Uwe noch im Plus. Und der Rest in den roten Zahlen. Aber auch das hält sich noch in Grenzen. Eigentlich nur Vieze und Lisa mit einer Lage in den Miesen. Vieze jetzt nach der Hand natürlich, abgeschenkt. Und Coni mit zwei Lagen im Minus. Also nichts, was für so eine Poker-Live-Game-Session irgendwie bedenklich wäre. V-Pip hat sie auch nicht allzu viel verändert. Kravitz Uwe immer noch ganz weit vorne. Kevin die tighteste Sau am Tisch. Anders kann man es gar nicht sagen. 25 Prozent V-Pip. Das ist halt einfach zu wenig, Kevin. Aber ich habe die Hände gesehen. War okay. Lassen wir mal durchgehen. Zumindest bis jetzt. PFR. Wer ist der aggressivste Spieler? Die aggressivste Spielerin in dem Fall sogar. Pocahontas, Nico, Coni und Besti sind hier die aggressivsten Spieler. Die erhöhen am häufigsten Preflop. Oder steigen mit dem Race ein. Der Uwe ist der vermeintlich tighteste, passivste Winrate. Hier haben wir Nico und Kevin ganz vorne. Unsere Table Sharks, die vermeintlichen Online-Pros. Die haben hier die größte Winrate, wenn sie zum Showdown kommen. Pocahontas, der ist das Glück heute noch nicht ganz so hold. Da gingen noch nicht so viele. Aber die hat auch einfach nicht viele Hände gehabt. Und die Hände, die sie gehabt hat, hat sie gut getroffen. Aber leider auch nicht immer gut genug. See-2 per gegen Set. So, links oben wieder interessant. Durchschnittspot. Durchschnitts-V-Pip. Durchschnitts-PFR. Weiter am steigen. Wir haben jetzt 14, 15 Durchschnittspot. Ist schon ganz ordentlich für so eine Runde. 48, 12 sind die Stats. Auch das ist nicht ohne. So. Ich habe nur gedacht, dass noch ein anderer auf diesen Tor. Dann würde ich sagen, wir können weiterspielen. Wenn die Spieler soweit sind. Ich schalte in den Automatik-Modus und überlasse euch mal dem Geschehen. und werde mich dann jetzt um das leibliche Wohl der Spieler kümmern. Denn die wollten ja einen Whisky haben. Genau. Und den werde ich jetzt kredenzen. Also, ich bin gleich wieder zurück. Schalte mich mal auf Stumm und überlasse euch dem Geschehen. Bis gleich. Achso, das ist grad nicht passend. Wenn du was machen würdest. Roll. Roll. Sag mal einmal, die Teil, das ist eine Sau, ne? Oder was? Ja, ja, ja. Das kann ich nicht bei mir sitzen. Ich glaube auch. Wie heute ist es 60? Äh, vier. Nee, ich noch. Vier. Ja, ja. Ja, ja, ja. Fünf mit dir. Fünf mit mir. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, jetzt bin ich für 20. Ja, bin ich dabei. Jetzt aber. In Thailand. Oh, ein Tick. In Thailand? In Thailand. Thailand Check Kevin Highland Park 18 Jahre Wow Ok So Zumindest mal hier Ja Ja Achso mal hier Ich weiß nicht, dass da jetzt nur so ein Zwölfjäger drin ist Ich bin schon wieder rot Sie haben Etikettenschwinde Das ist recht Möchten Sie kosten oder direkt servieren Abservieren Oh, schöne Flasche Check Highland Park Ich war einer meiner ersten Bisquis der hat mich dann auch direkt abgeholt Ich bin schon seit 18 Jahren eingeschrieben Ja Stimmt, der Whisky der Luden Ja Das stimmt, wenn der Korken abgewissen ist Ja Ärgerlich Das könnte aber sein, er ist schon relativ alt Was war das? 1,90 Jetzt nicht letztes Jahr gekauft Wo ist das der Aktuell? 120 Eine Flasche Krass Das ist voll geil Die haben sie geabdeckt, die war früher nicht so... Ja Wo kommt der hin? Schottland Viking Pride Schottland Schottland Ganz gewagte These Von den Highlands? Von den Highlands in Schottland? Aber dann im Scotch und kein Whisky, oder? Ne No Yes Ich guck noch mal an wie er geworden ist Also ich war auch mal bei einem Whiskytasting Und hab Am Anfang auch gut zugrat Und immer mal haben wir da alles vergessen Ich hatte da 5 von denen der Dinger wegballerst Und dann ist wieder alles weg Ich wollt grad auch ein bisschen mein Wissen da reinbringen Aber hab gemerkt, ne Du warst gekramt so ein bisschen am Tag so, ne Also Ulka, Wäcker, ist ein kleinerer Mann Ich hab ein Teil Dann gib mir den großen Das sind ja Knutsche Zähl Das sind Knutsche Zähls Ah Der ist doch Super bekömmlich Ja So Bei dir, Ulka, einmal anlesen Und Lisa noch Zum Bruder Auf den Zuhälter Auf den Zuhälter Auf den einzig richtigen Shop Auf euch Auf den Zuhälter Auf den Zuhälter Auf den Zuhälter Mit Zukunftsaussicht It's not much, but it's honest work Okay Höh Aber der ist ja echt Ja, der ist unfassbar Der liegt dir auf Bei dem bin ich auf den Zuh Bei dem bin ich Ja, Schaden Kann man schon, ja Kann man mal machen, ja Der war am Anfang Als ich den das erste Mal gekauft hab War der bei Fufi 60er Der Zwölfjähriger war bei 40 damals Und der war bei ihm bei 20er Ah, ja, genau Zurecht Also Der Whisky der war lang Einfach zu Zufrieden Bewerbend Vom Markt Sozusagen So, ich hab's geschafft Die Pokerspieler und die Pokerspielerin sind versorgt Mit einem hervorragenden Single Malt Whisky Wer sich auskennt Oder wer drin ist im Whisky Thema Highland Park 18 Jahre Hat der Kevin heute mitgebracht Vielen Dank dafür, Kevin Starke Getränkeauswahl Starker Whisky Zum Wohle An den Chat Zu einem guten Pokerabend gehört auch ein gutes Getränk Die Stimmung ist gut Dann passt auch so ein Whisky hervorragend rein Mh, der riecht super Träumchen dieser Whisky So, wir schauen uns wieder Poker an Die Mannerschnitte schreibt Warum nicht Poker-Honters Ähm Ja, ja Das müssen wir die Lisa fragen Aber Poker-Honters Ähm Passt, glaub ich, ganz gut Wegen dieser War doch diese Disney-Figur, oder? Keine Ahnung Poker-Honters Da war doch irgendwas So, Hackenwitz schreibt im Chat Highland Park Kommt von den Orkney-Inseln Nicht von den Highlands Äh, okay Äh, äh Keine Ahnung, ob ich das gesagt habe Habe ich das gesagt? Äh, weiß ich nicht Keine Ahnung Äh, ist auf alle Fälle ein Whisky Single Malt War doch, glaub ich, richtig, oder? Auf alle Fälle gute Getränkewahl, Heckmann So, was geht denn in der Hand ab hier? Ähm, auf dem Board ist ein Haufen Kleingemüse Alter, Holger wollte einprogrammieren, dass quasi immer wenn gefoldet wird, dass dann auch Sound kann, ja Wie beim Online-Toker Wie beim Online-Toker Ah, ja Ich hab dann gesagt, das ist nicht zu viel Das ist nicht zu viel, aber Er wollte es Eiweiltäschchen Topax Du kannst jetzt machen ja immer Ach, jetzt wär keiner So, Pocahontas spielt hier den River an Mit ihrem Top-Pair Der ist stopp für Kohle auf jeden Fall Also Du meinst, der wertet die Kohle auf Ja, ja Den Kravitz hier, äh, mit der Acht Der wird hier callen, denk ich Ja, macht er auch Ich bin gespannt, ob der Holger denn auch im Stream degustieren wird und bewerten Wenn nicht, halt jetzt ne Ja Dann Showdown Also, nice hand hier von, äh, Lisa Holt hier am River nochmal richtig, äh, in Anführungszeichen richtig Value raus Also, ich glaub, das war somit das Maximum, was sie hier von, äh, Lenny von Kravitz kriegen kann Drei oder vier Euro hättest du wahrscheinlich nicht mehr gekriegt, also macht sie gut Ja, und Kevin hat's nochmal, ähm, gesagt grad eben Er ist gespannt, äh, ob ich den, äh, Whisky hier im Stream, im Kommentar auch hier nochmal verkosten werde Ich kann euch gerne noch was dazu sagen Whisky ist ja immer so ein Thema, ähm, wir haben den, äh, Heckenwitz im Chat, ehemaliger Whisky, äh, Händler oder Whisky Schieber, äh, kann man sagen Der wird jetzt wahrscheinlich, äh, die, äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich das mach Ähm, Whisky riecht man ja immer so ein bisschen dran Das ist ja immer so die, die erste, äh, Geschichte Erstmal so das, äh, Geruch, die Nase, äh, einfangen Und der, ähm, hat so eine ledrige Note, ich weiß es nicht, ein bisschen schwer, äh, zu, äh, zu beschreiben Zumal ich auch ein bisschen angeschlagen bin und das nicht ganz so richtig, äh, riechen kann Aber so eine leichte ledrige Note würde ich dem schon zuordnen Auf alle Fälle ist sehr, äh, angenehm im Geruch Mh, 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 mh Dann trinkt man ja immer Whisky so ein bisschen, mh, mh, mh Und lässt den so ein bisschen hier im Mund zirkulieren Mh, 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 und der ist wirklich butterweich So leicht drauf, Eiche im Antritt, mh, mh Wißt du, Kevin? Der hat schon was, äh, muss ich schon sagen Der kann was Und, äh, die Hand hier kann offensichtlich auch was Da komme ich nämlich gerade richtig Wir haben, äh, ein Straddle von Bestie Kevin eröffnet hier mit den Jacks Drei Bett hier von Nico Mack Zwei, sechs, fünfzig Cent mehr Und Kravitz im Small Blind Wird hier nochmal raisen, die vier Bett von Kravitz Und jetzt hat Kevin halt eine echte Entscheidung Ich mochte Whisky früher ja gar nicht, aber mittlerweile Kevin foldet hier, instant Also nice hier von Kevin, dass er hier die Stärke von Kravitz hier liest Und für Nico Mack natürlich schwierig hier noch zu folgen Kriegt er ja super Odds hier nach dem Min-Race Und kann sich ja schon noch hier das Ass als Live-Card selber geben Aber der floppt ist natürlich, äh, Komplex, äh Finde ich gut hier, dass Kravitz nur checkt Lässt den Nico vielleicht hier noch einen Move auspacken Der macht's, geht all in Und Instacall hier von Kravitz Oh, weit aufgerissene Augen hier von Kravitz Mit dem Set Und Nico drawing dead Da ist er auch drawing dead Du bist drawing dead, Nico Da kann nix mehr kommen Das einzige, äh Ne, nix Nix Full House, liegt auf dem Tisch Da geht nix mehr, Leute Drawing dead Also Hut ab hier von Nico Dass er's reinstellt, dass er's reinbringt Aber Drawing dead Ja gut, das ist ja 1 Euro irgendwas mehr Da bin ich Aber geil, weißt du, er raced schon Und du sitzt da mit dem König Und du schaust dann Ah ja, ja Okay, wir bleiben bei allen Ja, perfekt Ja, also gedealt wird auf alle Fälle hier zur Vollständigkeit Äh, zur Vollständigkeit Ich hab grad am Morgen geschrieben, dass ich lang nichts kriege Ich weiß nicht, was die jetzt hier noch machen, warum die mehrfach dealen wollen Drawing dead is drawing dead Also da gibt's wohl Wahrnehmungsprobleme bei unserem Dealer Aber er hat's geschafft, hier den Run zu machen Und Kravitz zieht hier den Easy Double Up So, jetzt haben wir noch Cash and Bar, der hier noch versucht irgendwie den Pot zu sortieren Ich übernehme mal hier wieder ganz kurz Nice Hand von Kravitz auf alle Fälle Full House floppen Der Gegner drawing dead pusht ihn rein Und er muss nur noch ihn weg snappen Also einfacher geht's nicht am Pokertisch Die Nuts machen und die Gegner die Arbeit verrichten lassen Nice Hand Kravitz So, ich nehm nochmal einen Schluck Weil beim zweiten Schluck ergeben sich manchmal noch ein paar Aromen Muss ich ja dem Kevin jetzt nochmal hier zum Besten geben, wie sein Whisky einzuordnen ist Auch wenn heute nicht der richtige Tag ist, so mit meinem leichten Halsweh Auf alle Fälle rauchig Aber so ein ganz weicher Rauch Wer Whisky trinkt, gibt da so Aschenbecher-Whiskys, die so sind Der ist wirklich hervorragend eingebunden Macht Spaß den zu trinken Also wenn ihr im Whisky-Game drin seid Highland Park 18, klare Empfehlung Kein billiger Tropfen, aber der ist jeden Euro wert Nice Kevin Nein Das ist das Springfangsteig Den hab ich den 18 Damals noch für 180 getoppt Das ist gut Nicht für 300 Boah Das ist dein Schmerkopf Alter ist echt nicht schlecht Aber auch ziemlich scharf Okay Fing mal mit Dauern leer drauf Bola Schön Kölngrün In welchem sich schmeckt Und dann noch drei Eisdöffel rein Ja Siprone 35 Auf jeden Fall warten bis der Eisdöffel Für den Geschmack Eieieieiei Eieiei Eieieiei Eieieiei Oh jetzt wird's Stratz Oh der Präsidente haut die Bits raus Sehr gut Manu Dankeschön Das heißt das bedeutet Warum auch immer diese Alerts am Tisch abgespielt werden, ich habe keine Ahnung. Eigentlich habe ich das alles deaktiviert, aber offensichtlich habe ich irgendwas verpeilt oder irgendwas hat sich wieder zurückgesetzt. Ja, der Manu schreit im Chat, die hören das. Ich muss das nochmal neu auflegen, dass die das auch sehen, wer und was und wie. Irgendwie ist das ziemlich verbuggt. Ab und zu wird das Sound abgespielt, ab und zu nicht. Beim letzten Stream hatten wir es gar nicht, keine Ahnung. Das ist ein Mysterium. Da gibt es zu viele Programme und zu viele Plugins, die da mit reinspielen. Das ist nicht ganz immer so richtig nachvollziehbar für mich leider. Aber nice auf jeden Fall. Danke an Manu. So, was haben wir denn hier eigentlich? Vier Spieler am Flop auf Dame hoch und Kevin spielt hier an. Das werden dir deine Fans hoffentlich verzeihen. Mein Call. Na, Krabbits bleibt hier dabei mit dem Ass. Ich muss mich schon lange freuen, was ich jetzt aufmache. Ja, alle Callen sogar. Warum auch immer. Gut, Uwe hat hier noch einen Gutshot. Chance auf Straße. Aber das war es dann im Grunde auch. Und So, Uwe. Der Turn bringt jetzt die interessante Karte, der König. Uwe spielt direkt an. Nach dem Flop war das ein Check von dir, gell? Ja. Und jetzt die 1.25er Bett. Nach dem Film. Das muss ich übrigens nicht beantworten, gell? Was ich gecheckt habe? Am Flop? Das wusste er ja. Deswegen hat er nicht fragt. Ja, genau. Okay. Jetzt war er ein Test. Das war ein... Das war jetzt... Ich f*** immer nur ein Test und ein Reef. Oh, man. Beste holt sich hier die Informationen ab und foldet. Okay. War ihm wohl nicht ganz geheuer, der König, mit seinem Kicker-Problem. 4,50. Und Kevin ist es allerdings eher eine Chance, anstatt einer Gefahr. Und der raced hier direkt. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Kravitz hier noch irgendwie für Ideen hat. Ob der hier noch einsteigen will. Was stimmst du mit dem Caesars an? War doch jetzt... Ja, vom Aufmachung her, aber Belagio für den am besten, weil so ein softes Spiel ist. Was hat der Kravitz denn hier für eine Idee? Folt hier mit Ass hoch. Ah, da hat es Herzass. Daher weht der Wind. Hab ich jetzt im Eifer des Gefechts übersehen. Ich bin mal gespannt, ob Uwe hier tatsächlich noch zum Fold kommt. Das war natürlich jetzt... Da war ich jetzt vor ein paar Tagen die Sprengung von Koppikana. Wie spannend. Vom Rest, ja, ja. Ja, da kommt ein Ding hin. Das war ein Sportstadion. Aber er called. Also, da muss der Kevin am River nochmal richtig auspacken. Vorausgesetzt der River blank. Oh, das Ast ist aber keine blank. Das wird dem Kevin nicht gefallen. Kann man nicht vorstellen, dass der Kevin hier nochmal eine große Bat auspackt. Also, da müsste er schon richtig jetzt hier reinhauen. So Richtung 15 oder so. Um hier Eindruck zu schinden. Also, ein Spieler wie Kravitz, der wird hier im Leben nicht folgen. Da gibt es schon viele Hände, die hier am River noch callen werden. Viele Two-Pair-Kombinationen. Bin ich mal gespannt, was der Kevin macht. Ich bin damals Mitte 80, weil das war schon richtig gut. So, ich bin jetzt hier gerade feiern. Du hast da echt an die Shows halt mitten im Casino da drin. Schon witzig. Und unser Diedertum-Tage nutzt auch gerade so die kleine Auszeit. Er entspannt sich ein bisschen. Der sieht auch nicht so fit aus. Ich glaube, der ist auch ein bisschen angeschlagen. Ja. Müssen wir mal gucken, wie lange noch durchhört. Schön für Familie, glaube ich, schon witzig. Aber schon ab, hatte ich ein Jahr. Da muss ich gerade an Fear and Loathing in Las Vegas denken. Nee, Serkis, Serkis. Ich glaube, 3,25 Dollar all you can eat hast du da gezahlt. Egal, Frühstück oder Abend. Wegen wir noch ein All-In sogar. Und Kravitz Insta-Fold. All-In ist ja der wahnsinnige Smooth hier von Kevin. Da haut er richtig einen raus. Und jetzt wird es für Uwe ganz schwierig. Knapp wahrscheinlich. Wird jetzt noch irgendwie zur Pumps gebaut, ja. Ja, mit dem König-Kicker 9. Aber überlegt. Das ist noch 19. Uwe in Gefahr. Nee, er foldet. Nice Hand hier. Kevin zeigt Insta die Hand. Nice Hand. Applaus. Ganz stark gespielt, eh. Leck, oh mio. Was für eine Hand, eh. Was für eine Hand. Und, yeah. Also, starker Move. Applaus an Kevin. Aber ich sag ja besser. Packen mit. Packen mit. Packen mit. zu gehen auf den Pott. Natürlich hochgerade Grisky mit Kravitz in der Hand. Der hier genauso viel hat. 400 BW-Bett. Mehr werden wir heute nicht sehen. Also, put up Kevin. Starke Hand. Starker Move. In der Konstellation genau der richtige Move. Wenn es natürlich jemand von den beiden Tupé hat oder halt den random Jungen auf der Hand hält, dann bist du halt im Eimer. Aber wer die Hand gewinnt, hat recht. Und von daher hast du alles richtig gemacht. Ich hab gedacht, dass er keine, dass er nichts, nicht so viel hat, aber das stimmt. Aber er hat gesagt, dass sowas richtig gut da bin. Und ich hab gehofft, dass du nur hochst. So, Blasch. Aber nicht nur genug, was du auch mit deinem Herz. Pass. Ja, ja, ja. Und hat Spaß. Einfach auf Weißsetzen und auf Flasch. Nico Reeves, das ist ein Haar. Und ich hab mir gedacht, du hast irgendwas. Spaß oder Flasch. Oh, nee, das war mir zu riskieren. Also Kevin hat sich kurz noch mal am Tisch ein bisschen thematisiert mit Gravitz. Analysiert. War ein guter Move. Weil ich dort auch messenmäßig auch gepennt hatte. Also ich war so messenmäßig. Starker Move. Da kann man sich was abgucken. Messtechnik halt. Also HBC, Ventilation, Air Conditioning. Ich bin von 50. Da geht's. Ich hab ja dort in den USA geschafft für dich. Und war dort halt mit dabei. Und hab alles gut gemacht. So, nach der großen Hand ist erst noch ein bisschen Ruhe eingekehrt am Tisch. Wir haben nur noch zwei Spieler. Oh, der Matze ist da. Sadi Matze, grüß dich. Haut gleich das Abo raus. Dankeschön. Und Sadi, grüß dich Matze. So, Fize gegen Pocahontas. Fize hier mit dem Treffer. Spielt hier direkt an von vorne. Die Fize hat noch Chance auf Backdoor. Callt hier auf alle Fälle. Und macht seinen Draw, beziehungsweise gabelt den Draw hier auf am Turn. Die Fize, der alte Floater, wie man so schön sagt im Poker. Rollt hier einfach mal am Flop, um am Turn vielleicht zu treffen oder seine Hand zu verbessern. Und die Pick 3 ist natürlich jetzt hier die Top-Karte hier von der Fize. Macht eben einen Gutshot auf die Straße und den Flashtor. Und die große Bett macht hier den Unterschied. Pocahontas schmeißt weg. Ist ja nicht ganz geheuer. Schwer Flop-Call und die große Bett am Turn. Also stark gespielt hier vom Fize. Nice Hand. So spielt man Poker. Macht er gut. Ist ja unser Iron Man mit der geballten Poker-Erfahrung von 1300 Händen in unserem Livestream. Also macht er richtig gut. Der Kevin hat es ja letztens analysiert, unser Statistik-Gott. Wir haben ja immer so einen Season-Abschluss gemacht mit unseren Statistiken. Und da hat er jetzt mal alle Seasons zusammengefasst. Fize mit unfassbaren 1200 Ungrad Händen, die er schon gespielt hat im Stream. Das ist schon richtig viel. Das ist schon richtig was. Ich glaube, mit dem Stream kommt er auf 1300. Keiner hat mehr. Fize, jeden Stream dabei. Eine Maschine. Hut ab nochmal virtuell an Fize. So, da geht's. Die Straddle-Lie nimmt auch langsam hier Fahrt auf. Wir haben Straddle, Doppel-Straddle, Dreifach-Straddle und Vierfach-Straddle von Kravitz. Kralos versucht jetzt hier noch den Uwe in den Fünffach-Straddle reinzureden. Wenn wir das durchziehen, schauen wir mal in den ersten Orden. Also die Runde nimmt langsam hier Fahrt auf. Ich weiß, dass ich es nicht muss. Ah ja, okay. Ich glaube, was reizt jetzt schon? Ich wollte dir nur helfen. Ich wollte dir nur helfen. Ja, klar. Also der Runde steht dann erst mal. Ich weiß, dass ich es nicht reizt. Und dann schauen wir einfach nur eine Fahrt an, oder? Dann haben wir es auch gemacht. Genau, allein. Uwe macht keinen Fünffach-Straddle. Ist auch verständlich. 40 BB da blind reinzusetzen, ist auch ein ordentliches Wagnis. Gucken wir mal, ob wir eine gute Standart dabei haben. Oh, Kravitzchen, wir sind Zehnern. Das ist natürlich ganz stark. Basti mit Ass 5. Effektiv. Zweieinhalb Big Blinds. Basti kann hier eigentlich nur die Lage reinbringen. Alles andere wäre verrückt. Und der Trommel schon auf dem Tisch. Zehn Choram geht nicht. Zehn Cent. Ja, das hat der große Nachteil, Vorteil durch die Stradelei. Steigen die Blinds ja effektiv. Also sind die jetzt 1, 2. Und Basti schmeißt hier Ass 5 suited weg. Viel zu tight, viel zu tight. Also da muss die Lage sofort rein. Effektiv. Zweieinhalb Big Blinds. Jetzt kannst du im Lebtag nicht folden die Hand. Und der Rest glimmt hier einfach rein. Nico hier mit 7, 8 Bein nimmt. Das finde ich okay. Bei so einer losen Runde, falls jemand mit einer Hand aufwacht, kann man das machen. Sich einfach mal den Flop angucken. Ist ja unwahrscheinlich, dass hier irgendjemand Preflop raisen wird bei so einer Titan Runde. Oder bei so einer passiven Runde. Tight ist der falsche Ausdruck. Tight sind die ja bei weitem nicht. Und er floppt hier auch ein Flasch-Draw. Von daher alles okay. Kravitz hier mit der besten Hand, mit den Zehnern. Spielt an. Drittel Pot. Ist natürlich auch sehr kontrolliert, die Bett. Lässt natürlich allen Draws und potenziellen Händen, spekulativen Händen, die Chance hier drin zu bleiben. Und Nico callt natürlich auf Insta mit den Odds. Und wird sofort belohnt mit dem Herz. Checker, das ist eine schöne Karte. Nico checkt's. Und Lenny gefällt das Herz auch nicht. Gefällt die Dame auch nicht. Der Ripper ist eine Blank. Und jetzt muss der Nico eigentlich anspielen. Macht er hier auch große Bett. Ten Large. Wie man so schön sagt im Livestream-Poker. Ten Large ist die Bett. Muss ich gerade noch einen Schluck von diesem hervorragenden Highland Park Whisky nehmen. Also Kevin, das ist wirklich ein Traum. Hervorragend. Hervorragend. So, Kravitz findet den Fold. Die Herzdame natürlich ein doppeltes Scarecard hier für den Kravitz. Zum einen, wenn der Gegner die Dame hält, ist er geschlagen oder massiv geschlagen. Und das Herz kommt an. Von daher, ja, easy game. Für Nico vielleicht hier tatsächlich eine Option, klein anzuspielen. Gerade gegen so einen Spielertypen wie Kravitz. Oben hier noch von, ja, so Händen wie Zehnern oder irgendeinem Random-Paar. Keine Ahnung, einer getroffenen Sechs oder was auch immer. Irgendwie noch Auszahlung zu kriegen. Oder auch von einer Dame. Da lohnt es sich vielleicht, nicht immer voll auf die größte Value-Bet-Size zu gehen, sondern eher klein zu setzen. Er hat sich hier für die Zehn entschieden und, ja, kriegt keinen Call. Der Matze fragt im Chat, was machen die Newbies? Wir haben viele oder mehrere Neulinge im Game. Einmal den Juven, aka Uwe auf Seed 6 und den Besti. Besti kennst du ja logischerweise. Die schlagen sich, naja, ich sag mal wacker, haben so ihre Probleme im Live-Game, hier mitzurudern. Aber sind zumindest stark involviert. Und wir sind, glaube ich, auch bald wieder bei der nächsten Statistikpause. Dann siehst du mal, wie die gerade so stehen im Ranking. Besti. Besti hat so ein bisschen Probleme gehabt am Anfang, weil er starke Starthände hatte, aber leider nichts getroffen hat. Da hat er so ein bisschen abschenken müssen. Dann ist er aber zumindest aktiv am Tisch und sorgt hier auch gut für ein Tabletalk mit Kevin zusammen. Hat sich da so ein Tabletalk-Eck formiert. Fize und Nico sind so Aktivposten und Besti und Kevin. So, was haben wir? Kevin erhöht hier am Button groß auf 2,25. Nico mit dem Call und Uber Folder. Das heißt, wir haben Heads-Up. Nico gegen Kevin. Hat man heute noch gar nicht. Bestimmt. Ja. 6,30 sind schon im Pott. Preflop. Das Board kommt runter. König hoch. Mit zwei Kreuz. Nico. Check. Check. Check, check. Okay. Ein gutes Board für den Conti-Bett gewesen für den Kevin. Jetzt kommt noch ein König. Nico. Ja, fast so ein Provokativ. Donkt hier ein Sechstel Pott rein. Ein bisschen Musik war nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, doch? Und das klingt immer ein bisschen blöd. Vegan. Ah, Copyright. Genau. Copyrights. Genau. So, Kevin called hier aber. Lässt sich nichts provozieren hier von Nico. Aber ich glaube, es ist nur, es ist nur, wenn du die, wenn du es wie O.D. auch mit der Musik hochladen tust. Ringt es Ass? Guck mal, ob Nico das zum Bluffen nutzt oder ob er Kevin hier in der Hand mit Ass hochgibt. Ich glaube, eigentlich keine gute Karte hier für Nico, weil Kevin hier ganz oft Ass hochhalten wird. Von der Musik halt ausblenden. Live Copyrights. Strikes werden relativ schwierig. Wobei natürlich, je nach Lautstärke oder so, der Tabletalk im Stream halt drunter leitet. Google, dann wird dann auch egal. Nico, wie fehlt der? Aber ja, so leise im Invertfond und so ein bisschen, auch wenn es nur Beats sind oder so, wäre eigentlich ganz schwierig. Ja, Thema Music oder Musik am Tisch, sage ich gleich noch was zu, wenn die Hand gespielt ist. Wir schauen uns erst mal jetzt die Entscheidung hier von Kevin an. Interessante Bett hier von Nico, der hier groß setzt. 6,50. Und Kevin hier vor eine Entscheidung stellt. Der Kreuzflasch kommt vermeintlich an. Kevin macht zwar sein Top-H, aber der Flasch kommt an. Das einzige Kevin hält selber ein Kreuz. Das heißt, so Hände wie 5,6, 6,7, 6,8 Kreuz blockt er. Das heißt, vermeintlich weniger Flaschdraurs sind draußen. Gerade eben, weil auch Ass und König jetzt auf dem Board liegen. Königdame, die ganzen Ass-Hoch-Flash-Draurs sind nicht möglich, weil sie auf dem Board liegen. Das heißt, ein Flaschdraurs ist eigentlich unwahrscheinlich beim Gegner. Von daher würde ich jetzt eher zu einem Call tendieren an den River. Und auch dieser 1-Euro-Bett war fischig. Und der Calls. Richtige Entscheidung. Wobei ich da nicht allzu viel machen will. Also nice Hand hier, Kevin. Nice Call, nice Call. Machst du gut. So spielt mein Poker. Ich war nicht mal die 1 am Turner, die ich verwirklich bin. Smaller am Turner. Ich habe an Halloween-Tour. Ich bin nicht halt König. Oder vielleicht sogar 3 oder so. Ich eigentliche. Das ist echt cool. Weil du halt doch quasi versuchst mich zu sagen. Dann habe ich auch gerappt. Ja, ja, ja. Aber ich bin zu schlecht. Ich freu das nicht. Ja, nee, gut. Also mit dem Ass am Ende. Ja, da diskutieren sie das Ganze nochmal aus. Ich stehe halt auch in alles aus. Ja, das Ass war eigentlich eine Scheißkarate für mich am Ende. Ja, eben Nico. Sag ich doch. Das Ass war eigentlich eine Scheißkarate. Genau, also richtige Entscheidung. Guter Move hier. Oder naja, sagen wir mal. Ein ehrenhafter Move hier vom Nico. Kevin identifiziert es richtig und callt es hier. Nice Hand. Macht er gut. Thema Musik im Stream. Kravitz hat es angesprochen. Oder es wird angesprochen am Team, dass es am Tisch, dass es eigentlich ganz cool wäre. Ja, man kann es natürlich laufen lassen und auf den Twitch-Videos ausblenden. Problem ist nur, das Ganze wird ja über das Tischmikrofon dann wieder aufgenommen und ist so minimal im Hintergrund zu hören. So, das heißt, auf Twitch wird es immer zu hören sein. Man kann es nicht hundertprozentig ausblenden, wie jetzt bei einem Gaming-Livestream, wo du keine Lautsprecher-Ausgabe innerhalb des Streaming-Setups hast. Und es heißt, auf Twitch wird es dann auf alle Fälle gestrikt und auf YouTube werden die Streams dann einfach komplett gemutet und vorne bis hinten, sobald du da irgendwelche Musik hast. Wir sind aber überlegen, ob wir uns so ein Lizenz-Ding holen. Keine Ahnung, Pretzel Rock kennen die meisten wahrscheinlich da draußen. Da kann man einfach so ein paar Beats im Hintergrund laufen lassen, was der Kravitz auch gesagt hat. Das machen wir vielleicht, wenn wir unser Streaming-Setup umbauen und dann gucken wir mal, ob es gut kommt oder nicht. Da wird es Tests geben, aber jetzt aktuell noch nicht. Von daher, sobald wir live streamen, können wir einfach keine Musik laufen lassen. So, wir schauen uns Handnummer 38 an. Pocahontas erhöht hier am Button und kriegt drei Caller von den üblichen Verdächtigen. So, Pocahontas trifft hier auch. Tipptopp. Ich bin auch da. Two-Pair. Aber hat natürlich noch viele Outs gegen sich. Flo ist krank. Hamidisch krank. Jens ist jetzt Krankheit. Und Karsten Peewitz kommt vom Kranksein und hustet die ganze Zeit noch rum. Äh, der hat äh... Ja. Und Uwe spielt hier an. Ja. Wir haben auch gerade welche im V-Bout. Ja, ja. Guck mal, ob Pocahontas hier ein Rays auspackt. Ja. Sieht so aus. Die Kinder kommen jetzt alle rein schon wieder? Also alle die Kinder haben... 4,50. Ja, finde ich auch ganz gut. Die Größe. Wie zu einem schnellen Fold. Gibt's richtige Kacke irgendwie? Ich glaube, äh... Und auch Kravitz mit dem Fold. Und jetzt halt... Über die Entscheidung. Mitte, Ende September. Durchgängig auch. Also angeschlagen. Sie sehen ja dann so... Laufende Nase und... ginn. Scheiße, wenn da der Garten Kita da... Äh... Schier, das machen wir da. Ohne? Super lange. Ich konnte jetzt am Wochenende auch meine Eltern nicht besuchen. Haben war eine Corona. Ah ne? Scheiße. Wappen bin ich gekommen. Aber... Habt ihr alle noch... Habt ihr alle noch so Testsaalen rumliegen? Und er überlegt, was er machen soll. Uwe foldet nicht gern. Und turn ist eine Blank, der Dame. Jetzt bin ich mal auf die Setzgröße von Pocahontas gespannt. Halben Pott, finde ich gar nicht so schlecht. Und Insta-Fold hier von Uwe. Also gut gespielt hier von Pocahontas. Und die zeigt auch die starke Hand. Okay, macht was fürs Image. Super, nice Hand, Lisa. Ja, die Setzgröße finde ich gar nicht schlecht hier mit dem halben Pott am Turn hier von Pocahontas. Oh, was geht jetzt? Wirkerträgen. Matze haut raus. Guter Mann, 100 Bits. Dankeschön, Daumen hoch. Halben Pott finde ich hier gut von Lisa, weil Uwe am Flop gecallt hat, das Race. Ist eigentlich von auszugehen, dass er hier auch nochmal eine große Bet am Turn callen wird. Macht er aber nicht. Aus irgendeinem Grund hat er keinen Bock mehr zu spielen. War ihm dann sein Draw wohl doch nicht wert. Die Wette. Naja. Muss man mit klarkommen. Oder muss der Uwe mit klarkommen. Ich sag nur Uwe in Gefahr an alle Uwe-Fans. Oh, was hab ich denn schon wieder gemacht? Schon wieder den falschen Knopf drückt. Dieser Operator oder der Kommentator ist auch nicht mehr das, was er mal war. Wie gesagt, heute ein bisschen angeschlagen. Leicht mit Kopfweh und Halsweh aufgewacht. Aber jetzt bin ich eigentlich stabil. Nur nicht ganz ausgeschlafen. Deswegen hab ich so den ein oder anderen Verdrücker drin. Das war eigentlich auch gut. War zwar die teuerste, aber... Ja, ja. Das ist halt leider auf sehr guten Sachen. Dafür bin ich zufrieden, dass das Stream heute läuft. Das hatten wir auch schon ganz anders. Ich glaub, Stream ist stabil heute. Und auch die Aufnahmequalität ist stabil. Hab ja gestern extra noch eine neue Kamera installiert. Wahrscheinlich keinem aufgefallen. Aber die Cam, die Nico und Fiza einfängt, haben wir geupgradet auf das nächsthöhere Modell. Das heißt, das Bild, was die beiden ins Licht rückt, ist auch noch mal deutlich besser geworden. So, wir haben wieder fünf Spieler am Flop. Wie immer, unsere Lose-Runde. Und da kommt völlig junge Dame. Interessant. Schauen wir mal, wer sich da berufen fühlt, was zu setzen. Kravitz mit der Zehn. Nico wird natürlich hier callen am Button. Mit seinem Open Ender. Und Fiza wird hier auch callen. Mit dem Jungen kann ich mir nicht vorstellen, dass der hier foldet. Coni natürlich auch. Kriegt hier viel zu gute Odds. Mit Chance auf Straße. Als wäre er ganz frisch aufgestanden. Kissen ist er fest. Du kannst dir das vorstellen. Alles gut. Der Turn ist nur blank. Das war echt krass. Krass anzugucken, was das ausgemacht hat. Die zeigt auch an, wo die Spieler in der Hand stehen. Alle checken schnell. Wäre jetzt eigentlich eine gute Option für Nico gewesen, mit einer großen Bett- oder Pot-Size-Bett den Pot hier abzuräumen. Hat er nicht gemacht. Gerade wenn hier Kravitz als Aggressor am Turn so schnell checkt, ist er wahrscheinlich nicht so stark. Also vermeintlich die Chance für Nico hier den Turn zu nutzen, aber er hat es nicht gemacht. Und jetzt hat Kravitz nochmal die Chance groß zu setzen und den Pot hier zu kaufen. Macht er aber auch nicht. Nico. Jetzt natürlich den Ripper nicht mehr bringen. Chance verpasst. Und checkt hier einfach. Gibt die Hand auf. Und Fize. Beste Hand. Nimmt hier einfach den Showdown und gewinnt die Hand. Nice Hand für unseren Iron Man. Also Fize, der Mann mit 1300 Händen in unserem Livestream, gewinnt diesen Pot. Dann macht sie halt die Maschine. Ja, und ich sehe jetzt gerade, wo er eingeblendet wird. Ich glaube, mit der neuen Kamera habe ich noch den Fokus noch nicht so hundertprozentig eingestellt. Ist auch immer ein bisschen schwierig für mich, weil wenn ich hier bin und die ganzen Kameras einstellen und einrichte, bin ich ja allein und habe dann die ganzen Spieler nicht am Tisch, um das Bild einzustellen. Ich denke mal, wenn wir diesen Umbau gemacht haben, werden wir nochmal einen Probeabend machen, wo ich nur Sachen einstelle. Da brauche ich aber immer halt quasi Statisten für. Besser gesagt Spieler, die halt da sind. So, wir spielen noch eine Hand. Dann machen wir das nächste Statistik-Standings-Break. Und ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Jetzt habe ich es. Und dann sehen wir mal, wie die aktuellen Spielstände und Statistiken denn so sind. Ich könnte mir vorstellen, der Kevin ist mittlerweile nach oben gerutscht in den Standings, nach den starken Händen, die er hier performt hat. Schauen wir mal, wie er in der Hand performt, ob er performen will. Dreifach-Straddle hier von Kevin. Nee, von wegen Banane. Mir hast du zweimal. Kevin foldet hier. Sam loose. Hat er keine Lust drauf. Schade. Nico limmt hier rein. Der ist weiter im Spielmodus. Und Vize und Coni auch. Also Nico, Vize und Coni, die sind wirklich schmerzfrei heute. Die drei. Die Kurve ist wirklich... Ja. Sagen wir mal, die ist nicht gekommen, um zu folden. Das ist so... Das sind die im Stadion, die immer La-Ola-Welle machen. Die stehen immer auf. Wenn das ganze Schalt und Sitzen bleibt, die drei stehen immer auf. So, wieder sechs Spieler. Dame, neun, sieben. Kommt das Board runter. Und Vize wird wieder belohnt. Unser Marathon-Mann. Dann trifft hier Top-Two. Zwei Hertz sind draußen. Draw-lastiges Board. Finde ich auch gut, hier groß anzuspielen. Oder größer anzuspielen auf alle Fälle. Kann man fast noch größer anspielen. Christian Call von Coni mit der sieben und von Uwe mit der neun. Und der Turn ist eine Acht. Natürlich jetzt nicht die schönste Karte für den Vize. Wir schauen mal, wie die Hand weitergeht. Alle checken. Turn ist die zehn. Und das ist natürlich jetzt eine absolute Scare-Card. Und das viertes Herz kommt. One-Card-Straight liegt draußen. Da bin ich mal gespannt, wie die Spieler hier spielen werden. Ah, Vize sagt, es wird immer schlechter. Und tatsächlich macht Coni hier die Straße mit der sechs. Eieiei. Coni gewinnt die Hand mit sieben, sechs. Macht hier das untere Ende der Straße. Wie sagt man? Nicht die Idiotenstraße. Aber die arme Leutstraße, die Einbahnstraße macht der Coni hier. Und gewinnt damit den Pot crazy. So. Also ich würde sagen, wir schalten in die Stats. Und gucken uns an, wie die Spieler denn so dastehen. Kevin mittlerweile ganz weit oben im Tableau angekommen. Fünf Lagen im Plus nach den starken Händen der riesen Pot. Und der Bluff gegen Kravitz und Uwe. Pocahontas und Kravitz krebsen so an der Plus-Minus-Linie rum. Der Rest in den roten Zahlen, aber alles noch sehr human. Vize, Uwe, Nico, eine Lage in den Miesen, nur Coni zwei Lagen in den Miesen. Also quasi das gesammelte Minus ist beim Kevin im gesammelten Plus. Der V-Pip, hier haben wir immer noch Kravitz, Uwe und Nico, unsere aktivsten Spieler. Und Kevin, der tighteste, die nit am Tisch, spielt hier nur auf Gewinn. Unser Table Shark hält sich doch ein bisschen zurück. Dafür ist er ganz vorne im PFR, zumindest der aggressivste. Also er will als Table Shark wahrgenommen werden und so spielt er auch nur Vize und Uwe. Uwe im Speziellen sind hier passiv und Raisin kaum. Winrate, wer gewinnt die meisten Hände am Showdown? Da haben wir Kevin und Nico und das ist auch der Eindruck, den man hier im Stream kriegt. Ja, damit sind wir durch mit den Stats und wir schalten in den letzten Orbits. Auf geht's, Carlos. Letzter Orbit, halt durch. So, ich gehe nochmal kurz rein und kläre das ab mit dem Tisch, nachdem der Captain gerade nochmal gefragt hat. Vielleicht wollen die ja auch nochmal ein extra Orbit spielen, da könnte man ja nochmal ein extra Orbit dranhängen. Ich frage mal den Cash in Bar, der muss ja dealen, ob er noch fit ist, ob er noch kann, ob er noch durchhält. Ich bin gleich wieder bei euch. Also streicheln musst du als... So, es hat sich noch Klaus Gesichtsausdruck erschüttert. Mein Gleichnis eingebrannt. Ja. Ungefähr, ne, also unvergleichbar. Das gab's so in der Form. Viel zu viel. Noch nicht. So, bleibt schon mal sechs Uhr Arbeit jetzt. Genau, außerdem wollte ich noch ein extra Orbit spielen. Kann er gar nicht noch? Ja. Ja, dann können wir danach nochmal Orbit spielen. Der Michi wollte dich was fragen. Der Michi wollte mich was fragen. Michi, was möchtest du denn wissen? Zwiebelkuchen bestellen. Was? Zwiebelkuchen bestellen. Ich bin nicht für Heißgetränke zuständig. Das ist auch kein Heißgetränkchen. Das ist ein Heißgetränkchen-Heiß-Kalcheschnittchen. Oder Kalte Schäuhe zuständig. Er sagt, du bist zuständig. Achso, wirklich. Die Zuständigkeit, ich gerade erwarte vor Orbit. Der steht da draußen. Der steht da draußen. Und soll ich dir ein Stück Kredenzen? Eine Schnitt, du kriegst da hin. Ein Schnitt, zwei oder so. Warm oder kalt? Was war das? Das war meine nächste Frage. Soll ich es warm machen? Also ich würde es in Anbetracht, das nicht als größer Aufwand, das kalt kredenzen. Und die Zeit, wo du quasi nicht investierst ins Warm machen, vielleicht in so ein schwarzes Ich erinnere meine Worte, die ich vorhin ausgesprochen habe. Oh Gott, Gott, Gott. Komm, wir haben dich auch gekuckt. Kannst du dem widerstehen? Also es gibt ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Heißgetränke, oder Schäuhe-Kuchen. Schließt. Niko? Ich bestelle. Dann bin ich bei Heißgetränk. Weil Schäuhe-Kuchen keine Röhe, was denn sie kommen. Machen wir nach dem Spiel. Ich bestelle auch Heißgetränk. Ist das ein Schwerz? Nach dem Whisky, finde ich, das zieht einen ganz schön runter. Der Whisky? Ja. Mich hat er rote Ohren beschert. Ich wollte gerade sagen, aber ich hat er auch eher gepuscht. Ich habe so eine Farbe Beckler. Du hast auch bezahlt? Nimm nur zwei Gläser. Ja, das kriege ich schon. Das ist nicht viel. Bei drei Whisky holt es mich noch nicht für mich auf. So, Lenny. Ich habe jetzt übrigens gerade noch einen. Aha. Check. Wenn du das Redaktion davon hast. Wenn du das Redaktion rein schütten möchtest. Achso, ja. Ja, ich bin. Ich bin schon raus. Ich konnte mir das Elend nicht mehr angucken. Danke für die Unterstützung. Sehr gerne. Lenni, du darfst wieder checken. Check. Check. Ewig steht er schon rum. Bestimmt, auf ja. Aber ganz verschlossen. Wer hatte den Zwiebelkuchen? Waren sie das? Nein. Okay, dann. Von links. Von links. Ganz schlecht. Er geht nicht. Von links. Ja. Oh. Das steht eigentlich ganz tief reif. Ja. Guck mal. Ein Kohl. Ja, wir haben noch jemand ein Stück. Äh, gerne. Wieso halst du dich denn so zurück? Wieso halst du dich denn so zurück? Was denn? Willst du ihn schon ziehen bekommen? Ja, wenn noch einer ist, ja. Das war eigentlich mein Lieblings. Aber der Richtfeeling ist nicht so schlimm. Nee, nee. Die Morgen vielleicht. Aber dann war ich das gut. Ich kann mir auch einen Döner holen. Das ist gut geworden. Ich wollte gerade sagen, ein prägendes Erlebnis war hier bei 35 Grad. Sonntag Mittag. Acht Kerle und sieben Dönerpizza. Also ich war echt bedient. So, Scheiße. Ja, ja, Glas war mir. Ich wusste, den hat einer. Sechster dritte. Von einem waren die sieben für die Straße, weißt. Aber man hat so viel. Ich muss der Sechster halt noch. Wer hatte Carlos sein Mittagessen von morgen? Meine Wenigkeit. Oh, seven. Wie sieht's aus? Kann ich noch. Alles gut. Ja, jetzt noch. Ich habe das Fachstück gehabt. Doppelt. Ich habe noch mal von der Schippe gespielt. Der Uwe, gell? Ich hatte die Augen gegründet. Ich habe mein extra. Aber nachdem der auch gegründet hat, dachte ich, ey, lass ich's lieber mal. Dann bin ich vorhin, werde ich dir geschenkt. Ja, Mann. So, 20. Gut luck. So, schuldig. Gut luck. Oh, ich nicht. Stimmt. Das ist ja hier alles noch von der ersten Fläche. Boah, ich würde da Kümmel reingehen. Nee, nee. Bisschen mehr. Das ist gut für die Verdauung. Ich habe viel nachgefauft. Musst du weniger Pups. Jo. Deswegen macht man Kümmel auch an Sauerkraut. Gut, jetzt auch so. Aber Kümmel mag ich ja auch gar andere. Nee, finde ich auch schwierig. Ja, aber so ist es. Auch so Seelen und so. Mehr mittlerweile. Ich finde das nur mit dem Alter. Da magst du dann mehr Kümmel. Ja, gut. Ich bin ja gerade mal 20. Ja, eben eben. Wie oft? Lisa? Wie oft? Das ist schon gut. Ja, ist ja gut. Wie oft? Hallo jetzt. Sag mal. Sag mal. Buh. Gleich wenig jetzt. Also früher konnte ich so Seelen zum Beispiel nicht essen. Mittlerweile finde ich es mega lecker. Ja, also ich kann es schon essen, aber ich schmecke bei jedem Biss diese scheiß Kümmel. Ja, aber mittlerweile ist es mir... Finde ich das jetzt geil. Ja, aber mittlerweile ist es mir... Finde ich das jetzt geil. Ja, schuldig. Ich finde es irgendwie auch unnötig einfach. 35? Also ich finde es die... So, die Spieler sind versorgt mit Zwiebelkuchen. Da komme ich doch gerade wieder rechtzeitig hier. Servus, bin zurück am Geschehen und sehe direkt hier, äh, wäscht die hier mit der Action. All in. Haut die Lage direkt rein. Nach drei Stunden... Ja, wo Gott, das sagt es. Nach drei Stunden schafft das endlich die Lage unterzubringen. Ja, Mazepan schreibt, gibt dem Kevin keinen Zwiebelkuchen? Ne, ne, keine Angst. Wobei, der hat gestern schon Zwiebelkuchen von uns gekriegt. Hab gestern zwei Blech gemacht. Und da muss ich mich gerade mal selber loben. Der ist hervorragend geworden, der Zwiebelkuchen. Kann ich jedem nur empfehlen. Geiles Rezept aus dem SWR TV. Hervorragender Zwiebelkuchen. So, was sagt die Action? Alle Folgen. Alle Folgen. Und Besty nimmt hier einfach das ganze Preflop-Gelimpe mit und zeigt die Kings. Nice Hand. So eine Hand wäre mal schön. So eine Hand. Ja, Kevin hat noch gefragt, ob wir noch eine Hand dranhängen. Ich werde jetzt noch mal nachher... Oh, jetzt ist der Matze. Ja, Matze ist da. Matze, Pan. Du hast gewonnen, kannst dir in die Kamera winken. Genau, Besty. Matze, ist seine erste Hand, dir gewinnt. Richtig, Kevin sagt's. Die hast du dir spielt. Hör gut zu, Matze. Und spielt, genau. Und spielt. Nee, also Besty hat heute ein paar Hände gespielt. Er hat versucht, in die Action reinzukommen, aber er hat einfach nichts getroffen. Besty ist bemüht heute, muss man einfach sagen. Der will in die Action reinkommen, aber hat einfach meistens Pech, hat gute Starthände und wird dann halt ausgefloppt und trifft halt einfach nichts und dann kannst du dann auch nicht viel reißen. So, wir schauen uns Handnummer 43 an. Gucken wir mal, wie lange der Dealer noch durchhält. Oh, Owe am Button hier. Mit der Best Hand Ever Created. Oh, da kommen die nächsten Bits. Der Money Train. So, Nico hat erhöht. Coni Call und Uwe nur mit dem Call. Das ist natürlich ein fataler Fehler hier, nur zu callen, nicht zu erhöhen. Jetzt hat er vier Spieler in der Hand, vier Gegner. Gucken wir mal, was das Board bringt. Acht, sechs, fünf. Okay, das ist jetzt natürlich entspannt hier für die Asse. Das darfst du jetzt in Vegas nie machen. So Chips tauschen. Also nicht die Dealer, sondern die Menschen gehen ab. Hey, da hat schon ein Chips. Oh no. Und dann so, ich cash out. Und dann gehen sie einfach so und sind völlig hysterisch. Ich habe mal Karten, waren dann so in der Mitte und der Dealer hat sie halt so nicht ganz hingeworfen, habe ich die quasi so hingeschoben. Du wolltest ihm helfen? Can't play the hand, can't play the hand. This man is disgusting. Ich bin aufgestanden, ist gegangen. Und ich sitze halt. Wenn du einen loshaben, will ich vor mir schaukeln. Am besten machst du das einfach. Ich habe mal gespielt in Bellagio und da war einer dabei, die ist eigentlich Dealerin, hat dann davor auch ein bisschen gezockt. Und die hat die ganze Zeit so scheiße gemacht. Wir waren in der Hand und dann hat die im Turn einfach ihre Karte aufgelegt. Top Hair, Top Kicker. Ich habe einen Fünferpaar auf der Hand. Ich folder. Top Hair, Top Kicker. Dann kommentieren die das alles noch ganz. Was soll ich auch so machen? Und bin halt so und denke so, hey, was macht die jetzt so? Und ich glaube, also es war check, check dann irgendwie. Und dann kommt halt ein Fünfer auf den River. Und ich war halt eben richtig angepisst. Und dachte eigentlich so im Nachhinein, wie dumm, weil wir dann auch gecheckt haben. Habe das Ding halt hingeworfen, habe den Pott genommen, weil ich gewonnen habe dann. Aber eigentlich hätte ich das so irgendwie, keine Ahnung, 15 Dollar oder so. Oder irgendwas reinhauen müssen. So von wegen, wenn du so einen Scheiß machst und dann komme ich mit einem Set. Dann mache ich dir jetzt Gedanken eigentlich, ob ich es blöff oder jetzt weiß, ob ich doch besser bin. Das war halt im Nachhinein so ein bisschen. Aber das war es, wie bescheuert ist denn das eigentlich? So, Uwe setzt hier nochmal am Turn. Wird da wohl doch noch ein bisschen Geld in den Potte reinkriegen. Pocahontas hier mit dem Gutshot. Haben wir im doppelten Gutshot. Foldet hier. Kroni mit Overcards und Gutshot. Wird natürlich callen. Die 7 wäre jetzt natürlich fatal. Jetzt kommt die 10. Und jetzt wird der Kroni einfach checkfolden. 3 ist die Bett hier von Uwe. Und einfacher Folds. Da hat kein Spieler irgendwas. Die Asse halten. Und Uwe schon fast ein bisschen, naja, enttäuscht. Keine Ahnung, wie soll man den Gesichtsausdruck deuten? Ich glaube, da hätte er gern ein bisschen mehr gehabt mit den Assen. Wenn man schon mal die Asse hat, dann will man eigentlich auch gern ausgezahlt werden. Aber dafür, dass das Board so viele kleine Karten hatte gegen die Spieler, kann er sich eigentlich nicht beschweren, dass er hier einfach safe den Pot kriegt. Nice Hand auf alle Fälle. Setzgröße kann man nochmal drüber streiten. Also weiß jetzt nicht, wie oft der Uwe Poker spielt. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er viel online spielt oder nach Strategie spielt, so was die Setzgrößen angeht. Da könnte er durchaus nochmal ein bisschen zulegen. Aber insgesamt macht er es ganz gut und furchtlos. Das muss man ihm sicherlich zugutehalten hier. Das ist im Nachhinein total dumm eigentlich. Oder übertrieben viel. Da hätte ich einfach Overpodge einfach. Aber das, was die eigentlich geschafft hat oder was die wollte, hat die dann bei mir eigentlich geschafft. Das ist total dumm eigentlich. Ja, aber da lässt sich auch normalerweise voll Value liegen. Da lässt sich ja normalerweise auch voll Value liegen bei Soda-Podge. Sie ja. Wahrscheinlich auch dumm. So, Renni, 75, weiß auch nicht, ja. Dichtete Bürger, der war eine Top-Wahl. Was war das für ein Sitz? Ja, also ich habe da auch gedacht, so hä? Und dann denke ich so, was passiert jetzt hier? Jetzt geht es rund. Niko nach seiner kleinen Episode, dem Schwank aus seiner Poker-Erfahrung in Las Vegas, mit der 3-Bett hier Preflop und kriegt einen Call von Koni. Heads-Up. Und der Flop ist natürlich super für Koni hier. Der wird Niko gar nicht gefallen. Guck mal. Niko erstmal mit dem Check. Und Koni wird er auf alle Fälle setzen. Du lässt spielen. Noch nicht zu knapp. Sieht da nach großem Wetter aus. Pizza macht seine 1.350 Hände. Eight Large. Also. Das ist 150 pro Session. Brauchst du hier nicht so über drei. Drei Viertel Pot. Jetzt haben wir 44. Ein bisschen mehr sogar. Und Niko mit den Overcards überlegt er tatsächlich weiterzuspielen. Gut. Der ist einfach so gut. 8 plus 18. Plus 18? Kennst du das? Das ist noch mal kein Schnitzel mehr gegessen. Das ist noch voll sicher auf Schnitzel. Dann isst du auch zwei. So ähnlich. Genau. Wann isst man nicht? Niko checkt ja noch die Stackgröße. Ob er hier noch Spielraum hat. Um noch irgendwelche Plays zu machen. Oder vielleicht den Gegner noch am Turn oder River rauszudrücken. Aber. Er macht gleich Display. Und schneller Call hier von Koni. All in und Call. Aus dem Nichts. Das ist ein riesen Topf. 500 Big Blinds ist der Pot groß. Oh oh. Okay. Ist das? Ich hab 5. Alles. Neu einlesen. Neu einlesen. Neu einlesen. Neu einlesen. Koni auch neu einlesen. Ja. Das stimmt. Okay. Genau. Cash & Bar hat jetzt. Top. Genau. Rechtseidig. Ja. Danke Kevin. Danke Kevin. Dafür bin ich da. Genau. Wenn der Dealer vielleicht mal kurz einen kleinen Fehler erwischt. Kann natürlich passieren. Erkläre ich gleich nach der Hand. Wir gucken uns erstmal den Runout an. Würde ich sagen. So. Was kommt? Die 8. Da ist schon direkt die 8. Das ist ja langweilig jetzt. Aber. Da liegt da der Nico auf der Straße. Das war flaschig. Ja. Es gibt noch Split-Part-Outs. Die 7 kann noch kommen. Schon direkt. Eine 7. Eine 7 für den Split. Eine 7 zum 5. Alles 7. Das wäre normal. Oh. Es ist die 5. Koni verdoppelt hier. Gegen Nico. Nice Hand. Michi machst du super. Gute Hand. Ja mit dem Geld. Ja mit dem Geld. Kannst du auch weiterklicken. Da steht 0. Starke Hand hier von Koni. Der Nico versucht es hier zumindest maximalen Druck auszuüben. Gibt dem Koni vielleicht wirklich nur ein Draw und sieht sich vorne. Aber Koni hat auch den Treffer und einen Open Ender. Also gewinnt die Hand zu Recht. Genau was ich gerade erwähnen wollte. Ihr habt es vielleicht kurz gesehen. Die Karten, die der Carlos, unser Team, von Nico in die Mitte bewegt hat, sind kurz über den Reader von Koni rüber und dann wurde die Hand einfach rüber geredet. Dadurch hatte der Koni keine Karten mehr. Das ist bei unserer aktuellen Softwareversion noch der Fall. Wird gefixt werden von unserem Programmierer, dem Matthias. Dann muss man einfach hergehen und die Karten nochmal neu einlesen, dass die richtig zugeordnet sind. Sonst hätte jetzt, wenn der Carlos das nicht gemerkt hätte, oder nicht gemerkt hat, dann wäre der Pott ja einfach dem Koni nicht zugeordnet worden, weil ja der die Königdame dann auf einmal hatte. So, in dem Fall haben wir es gerade noch gemerkt und gefixt. Dank Audio-Cue haben sie es dann noch gemacht. die Cash-in-Bar und Kevin, die beiden machen jetzt den Rebuyter für den Nico und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Hand, wenn die soweit sind. Ich müsste nur noch abklären, ob wir danach noch in Orbit spielen. Das hängt jetzt noch so ein bisschen von der Verfassung und von dem körperlichen Zustand unseres Dealers ab. Gucken wir mal ganz kurz. Der sieht ja auch noch ein bisschen angestarkt aus. Wir gucken mal. Aber es gibt die nächsten Bits. Danke, Matze. Sag mal, hast du das ganze Konto aufgeladen hier mit Bits und musst die raushauen. Sehr gut. Daumen hoch. Merci. So, ich gehe mal ganz kurz rein und kläre das, ob wir danach noch in Orbit machen. So, wenn er halt hier, wenn er davon auskriegt, etwas hohes. Ja, wenn er jetzt ein Paar hat, ist es tricky. Was hast du Preflop gecalled? 4,50. Mit 7. Oder? Nee, du hast gecalled. Du hast zwei Fehler? Weil du es entlangswipelt hast. Nee, du hast mit 3. Ja. Und dann mit Helvig. Ja, wie ich das gemacht habe. Beim rüberziehen irgendwie soll. Ein Euro. Ein Euro. Danke, Euro. Ähm, genau, ich mache jetzt gleich nochmal Stats Break beim Koni. Und dann wollt ihr noch ein Orbit spielen? Oder wie ist Kratos? Das kann das Kratos auch machen. Ist das egal. Ja, also dann machen wir jetzt Koni und danach noch ein Orbit. Also Bonus Orbit. Ja, oder halt Off-Stream und dann... Da räume ich ab und Bonus Orbit. Ja, oder? Machen wir ja was gefasst in das so? Wollt ihr das live oder wollt ihr das als Additional Mass? Schnallt euch an. Als DLC. DLC? Ja. Also Holger macht ja auch momentan so quasi die normale Session und dann macht er die Hände, die vorher oder nachher gespielt werden so noch als Special hinten dran. Das ist völlig wurscht. Hä? Was ist das? Was ist das? Das ist die Ziel der 330. Ich glaube, sie wollen es so spielen. Also, 330. Also, jetzt 1,3 Orbit, ne? Ja. Hä? Was ist jetzt los? Die haben Euro-Kreis. Was ist das? Gegen die Lawinen los? Das Ding in der Retroding ist schon ein längerer Start hier. Holger, du musst schnell moderieren, Holger. Er braut sich. Also, dieser Hurricane, der ist da mal im Rissen und Scheiß dagegen. Geil. So, ich bin wieder zurück am PC. Ich glaube, ihr habt es dann über die Tischmikrofone gehört. Wir spielen noch 1,5 Orbits, also noch ca. 10 Hände in unserem Stream. So lange hält der Cache & Bar noch durch, unser Dealer-Tentakel. Und dann schauen wir uns mal die Hand hier an. Was haben wir denn überhaupt hier? Pocahontas hier mit der 3-Bett aus dem Smallblind. Und Vize-Call, Coni-Call, Gravitz-Call, Uwe-Call. Besti und Kevin können auch noch callen. Was ist denn da los? Ein riesen Pod-Preflop. Was machen die denn? Ja, Besti stellt es jetzt rein. Was will er auch anderes machen? Ich stelle mal hier auf den Automodus. Was ist denn hier los? Du gehst da einmal kurz an den Tisch und dann passiert so was. Was ist das richtig? 5,35. Reicht nicht mal, ne? Für den Race. Moment. 1 auf 3,5 auf 3,30. Ja. Und jetzt 5,5, 2,0, oder? Ah, ist kein Complete Race. Ich habe gerade überlegt, das war knapp. Also ganz knapp. Incomplete Race hier von Besti. Das heißt, Pocahontas kann nicht nochmal erhöhen. Und dann geht die Callerei gerade weiter. Können wir jetzt nochmal racen? Nein, das war ja. Also alle werden natürlich jetzt gerade nochmal weiter callen. Wie 2,05. Und ein riesen Pod-Preflop. Das ist ja unfassbar. Was hat denn der Carlos da zusammengedealt? Das ist ja unfassbar. Aber jetzt muss er noch die richtigen Bets hier eingeben. Das schafft er auch, der Cash-in-Bar. Also 330 Big Blinds Preflop im Pod. Das musst du erst mal hinkriegen mit sechs Spielern. Das ist rekordverdächtig. So, und da ist wirklich für jeden was dabei. Schauen wir mal. Ass, König, 5. Okay. Das ist jetzt natürlich weniger interessant. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Für Pocahontas natürlich jetzt die Option hier zu setzen. Da kommen sie alle. Die ganz ließen Spieler vom Tisch. Und wollen natürlich die Hand hier sehen. Kevin, der Nico, unsere Table Sharks wollen natürlich sofort sehen, wer was hält. Pocahontas schmerzlos, schmerzfrei, schmerzbefreit. Packt direkt hier rein. Zweidrittel-Pott. Aber der Flop ist halt so brutal für die anderen Spieler. Der Einzige ist noch Uwe. Der hat ja noch einen Gutschot. Und Uwe foldet ja ungern. Uwe foldet ja wirklich ungern. Schmunzelt sich hier auch noch ein. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass der Uwe hier noch einen Call finden wird. Na, er sagt, es wäre nicht schlecht, wenn er es beendet. Was? Nur nicht in den Topf reinschieben. Was redet er da? Ja? Also die Spieler hinter mir sind auch fassungslos, dass er da noch überlegt. Na, hallo. Aber der ist ja nicht extra hierher gefahren, um zu folden. Und da geht's rein. Jawollo. So, jetzt bin ich gespannt. Brutaler Pott. 800 Big Lines. Ich habe vorhin gesagt, der größte Pott des Abends ist gespielt. Aber von wegen Banane. Jetzt haben wir den größten Pott des Abends. So, und Besty sagt, er hätte gerne eine Runner Runner zum Flasch. Das wäre wünschenswert, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, und jetzt schauen wir mal, was der Cash in Bar hier, falsche Kameraperspektive, so macht. Ich bin gespannt. Die 4 ist eine Blank. Ja, Kravitz betet hier für seinen Bruder. Und ist die 10? Nein, eine Blank. Nice Hand. Pocahontas zieht den Riesentopf. Nico hätte gewonnen. Mit den Pocker-Zweiern. Nico hätte gewonnen. Und die Zielei vom Kommentatorplatz. Sehr gut. Schön reingerieben, Kevin. Hast du gut gemacht. Also, nice Hand hier von Pocahontas. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Yeah. So spielt mein Pocker. Also, nice Hand hier von Pocahontas. Größter Pott des Abends geht raus an unsere Lisa, unsere Spielerin. Macht sie gut. Nice Hand. Nice Hand. Ja, da seht ihr mal, wie das am Poker-Tisch laufen kann. Incomplete Race. Vermeintlich alles klar gemacht, Preflop. Aber alle Spieler callen. Und dann ist es so ein Automatismus. Wenn einer callt, callen alle. Und so entsteht einfach so ein Riesen-Pott aus dem Nichts. Wenn im Preflop schon 300 BB drin sind, was willst du da noch machen? Ja, da gibt es halt auch einfach keine Hand mehr, die man folgen kann. Als Dame. Besseren Flop gibt es nicht. Oder natürlich gibt es bessere Flops, aber halt ideal. Und dass der Uwe hier juckeln will, ist natürlich auch ideal hier für Pocahontas. Mit seinem Gutshot. Will das einfach reinkriegen. Mega Hand, mega Potz. Mehr geht nicht. Also, hätte ich nicht gedacht, dass wir bei dem Abend noch so große Hände zusammenkriegen. Muss ich mich gerade mal zurücklehnen. Und erst mal einen Schluck trinken. Mein Tropfengetränk ist bald leer. Ich brauche, glaube ich, noch gleich ein neues. Aber ich mache mir erst mal einen Schluck Spezi auf. Muss ja noch irgendwie hier halbwegs fit bleiben. Pocahontas ist auf alle Fälle am Stapeln. Hat sie sich verdient. Hat ja die Chips auch gewonnen. Von daher sei es ihr gegönnt, dass sie die Chips hier stapelt. So, ich trinke gerade noch mal einen Schluck. Prost an den Chat. Muss man ja hier den Wolf reden. Ist ja Wahnsinn. Der Heckenwitz schreibt, stilgerecht trinkt er einen Kräutertee. Ich habe auch schon einen Tee getrunken. Aus der Tasse. Und zwar Salbei-Tee, weil ich Halsweh hatte. Habe ich immer noch, aber ist ja zumindest okay. So, jetzt schauen wir uns mal die nächste Hand an. Mal wieder tief durchatmen, wieder runterkommen nach dem Riesenpott. Gucken wir mal. So, zehn. So, spielst du ein Profi. Also, es ist ja halt wieder das Dame auf. Und dann ist man da noch so ein, weil vorne keiner kann irgendwas. Nee. Groß. Verrückter Hand. Der Einzige, der noch was hätte ausrichten können, wäre der Nico gewesen. Aber der hat sich ja für ein Fold entschieden. Ja, der wollte ja lieber Folden anstatt zu spielen. Von daher. Ja, Uwe, Uwe gibt nicht auf. Hat nochmal nachgeladen. Und jetzt wird es nochmal weiterspielen. Tja, jetzt cover ich endlich Kevin. So, Bessie. Ja, Buccahontas sagt, sie covert endlich Kevin. Hopfentee wäre dir lieber, schreibt der Matze. Ja, ich werde auch nochmal so ein Hopfenartiges Getränk trinken müssen. Aber mal so eine Zwischenspezi ist halt auch nicht verkehrt. So, und jetzt haben wir die Chance hier für Uwe nochmal wieder zurückzukommen. Wieder mit Askönig und er wird wieder nur callen. Das ist natürlich Preflop. Natürlich zu wenig, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Da hat er die Hand schon mal so gespielt. Ich glaube nicht, dass er da besonders viel Erfahrung im Live-Poker oder im Poker allgemein hat. Die starken Hände spielt er hier viel zu passiv. Junge 6, 9. Grund, alle verpassen, bis auf Bessie, der hier noch irgendwie seinen Paar macht. Vize mit der großen Conti-Bet-Pot-Size. König 8. Und jetzt muss der Uwe tatsächlich folgen. Und für Bessie natürlich auch nicht einfach jetzt hier weiterzuspielen. Mit dem Bottom-Pair. Und da holt ihr es auch direkt. Und Vize, unser Ironman, macht den Pot. Das ist die Erfahrung von 1300 Stream-Händen. Mehr kannst du einfach nicht verlangen. Ich kann mich da nur wiederholen. Dank geht nochmal raus an Kevin, unseren Statistik-Gott, der alle Hände nochmal einzeln zusammengefasst hat. In der Wahnsinns-Excel-Tabelle Vize schon mit 1300 Händen in unserem Stream. Wir spielen ja normal bei so einem Poker-Stream so zwischen 50 und 60 Händen. Und ja, könnt ihr euch ja überlegen, 12 Episoden haben wir pro Staffel. Zwei Staffeln haben wir gespielt, also 24. Plus jetzt hier die dritten. Vize 1300 Hände bei uns im Livestream schon gespielt. Eine Maschine. Der Ironman vor dem Herrn. Da kann doch jeder den Hut abnehmen und sich verneigen. Aber ich bin ja geduldig. Das stimmt, ja. Ja, Lob geht auch raus. Unser Dealer, Tentakel heute, Cash in Bar, nahezu fehlerfrei. Top-Leistung heute am Operator-Stuhl. Muss man auch immer wieder sagen, dass so ein Stream gar nicht möglich wäre, wenn nicht irgendjemand hier den Dealer und Operator macht, also sprich die Eingaben tätigt. Und Cash in Bar hat sich da wirklich reingeproovt. Seit jetzt 24, 27 Episoden ist er da eisern dran. Da, ich habe mal eine Episode gemacht, der Kevin hat mal ein paar Episoden gemacht. Hut ab dafür, auf alle Fälle. Was ist der da? Uwe? Der hat Kuffer. Ah ja, echt? War ich nicht auch dabei? Nee. Nur im Händen. Du warst dauernd weg. Ich leg mich mal eine Stunde hin. Ich muss sagen, wenn ich hier wohnen würde, weiß ich eigentlich, ob ich das... Man war so nah dran, ich werde nie das allererste Mal hier vergessen. Was hast du uns kaputt geredet? Wir müssten eigentlich nimmer weiterspielen. Aber echt zwei Stunden lang. Das reicht aber eigentlich echt, oder? Genau, das waren irgendwie so zweieinhalb Stunden vor. Also haben wir dann auch abgebrochen, weil wir konnten Carlos nicht mehr fragen. Das war echt bitter. Dass du das noch so genau wüsst. Ja, ja, ja. Das war psychisch. Boah, bin ich jetzt fertig? Äh, 75. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Boah. Aber jetzt... Wollt ihr noch... Wollt ihr wirklich noch... Jetzt geht's, aber du bist auch fertig, oder? Ich freue mich jetzt mit uns. Da freue ich mich jetzt dann aufs Pätigen. So, Pocahontas spielt hier an. Kriegt zwei Caller. Interessanterweise auch den Fishti. Mit seinem Ass. Spekuliert hier wohl auf den Runner-Runner-Out-Flush. Und Herz kommt auf. Ja, Pocahontas hier weiter auf dem Gaspedal bleibt. Macht's ja auch. Oh, jetzt. Und jetzt foldet der Bestie. Jetzt, wo er den Herz-Flush-Tour aufgrabelt. Interessant. Tör ist die Sieben. Verändert nichts. Gibt's eine Hardcore-Variante ohne Käppchen? Und Pocahontas spielt nochmal zwei an. Und kriegt einen Call von Coni. Also da hat sie ein bisschen Geld verschenkt. Hättest du noch mehr gekriegt von Coni. Wenn ihr auch schnell callt. Aber... Nennen wir es doch mal... Ups, falsche Kameraperspektive. Nennen wir es doch einfach mal Friendly-Poker. Pocahontas und Coni kennen sich auch schon ewig. Auch von alten Pokerrunden, die noch auf dem Bügelbrett gespielt wurden. So wurde es mir zumindest zugetragen. Auch eine alteingesessene Pokerrunde. Die spielen Friendly-Poker. Da haut man nicht zu große Chips ein. Coni ist ja eh ein schmerzbefreiter Caller. Auf der anderen Seite verpasst man natürlich da auch richtig hier Value, sag ich mal. Wäre natürlich die Chance gewesen, hier nochmal größer zu setzen und von dem schlechteren König ausgezahlt zu werden. Also immer wieder. Ich kann das nur häufig genug sagen. Setzt eure Hände. Vor allem im River. So, nach der Hand werden wir nochmal die Statistiken einblenden und dann gibt es den finalen Orbitz. Würde ich nicht sagen. Nicht ganz so bequem wie hier. Der Tisch ist schon geil. Muss ich sagen. Ich habe noch nicht so gemütlich Poker gespielt. und koni mit dem race aus dem small blind aber das ist auch eine kleine größe hier also für alle gefährlich bestie spielt hier an und poka und das die einzige mit kreuz folgt hier und bestie setzt hier am turn koni foldet also alles richtig gemacht so nice hand hier von bestie und wir schauen uns die standings an wer ist im plus wer ist im minus los geht's also pocahontas hat es geschafft ist vorbeigezogen an kevin fünfeinhalb lagen plus kevin fünf lagen plus die beiden dominieren hier den tisch zumindest was die plus-minus statistik angeht koni bei plus minus und der rest in den roten nico und uwe ganz hinten im tableau angekommen vier lagen in den miesen vpp zeige ich euch noch mal kurz kevin immer noch der tighteste spielt hier initiativ am wenigsten der pfr hier sind pocahontas lico kevin am aggressivsten und die winrate die spricht für sich selbst kevin hier mit 53,8 prozent vorne geht es selten zum showdown aber wenn dann gewinnt er einfach die hände am river bestie und uwe hier ganz unten und wie immer links oben bitte die table durchschnittswerte beachten durchschnittspot mittlerweile bei 17 46 also haben wir fast verdoppelt von den ursprünglichen 10 52 13 vp und pfr also auch schon ordentlich also dann würde ich sagen auf in den letzten orbit bringen was zu ende das ist jetzt hand 49 ich sehe jetzt gerade im chat der martin hat geschrieben sind durch danke für die gute unterhaltung sehr gerne wenn es euch gefällt freut es mich wir tun unser bestes auch wenn es heute ein bisschen anstrengend ist aufgrund ich kann mich wiederholen der angeschlagenen stimme aber so langsam bin ich wieder fit heute morgen dachte ich noch so vielleicht krank irgendwie muss man den stream vielleicht canceln aber hat mich dann noch mal ausgeruht heute und noch mal geschont und dann hat es auch gereicht für den für den stream unser statistik beauftragte gibt hier gerade ein paar insides raus ok wir haben drei spieler im gerasten pot kundenfloppt hier am besten wir haben leider wir haben leider nicht den nachdenken ich wollte gerade sagen 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 also das klingt jetzt echt wenig aber das ist tatsächlich das sind das sind also ja ja also ich habe früher online hat man gesagt dann donkt hier 50 rein das ist natürlich auch eine katastrophe in den pot also das kannst du dir einfach schenken da kannst du einfach auch checken einfach 50 lesen einfach direkt direkt hier entsorgen so viel zu called hier die 50 unser float king der gern mal den flop einfach bezahlt um zu gucken was am turn passiert und koni hier mit der einzig vernünftigen entscheidung hier zu erhöhen und dann direkt den pot einzukassieren nice hand koni einfach richtige entscheidung der einzige der hier noch halbwegs den überblick behält am puckertisch 100 händen 180 vp 1% winrate 16% winrate und 33 kevin gibt jetzt hier die insides raus und liest dem krebs mal die leviten ja malin schreibt gerade im chat ist bei dem riesen pot wohl untergegangen in der hektik ja ja da ging es kurz mal rund ja sehr gerne sehr gerne dafür machen wir ja auch das projekt dass die leute das angucken und sich unterhalten fühlen auf twitch leider noch nicht so viele zuschauer dafür streamen wir einfach viel zu selten wenn wir nur einmal im monat oder zweimal im monat streamen auf youtube fangen die videos so langsam an besser zu laufen also da kriegen wir schon ein paar views die eine episode hat jetzt schon über 600 views also da geht es so langsam aufwärts wenn wir jetzt diesen winter mal ein bisschen mehr streamen und mal ein bisschen mehr videos hochladen könnte so langsam mal was in gang kommen aber da musst du wirklich dabei bleiben das ist eine zähe geschichte so hier streamen und social media da musst du echt am ball bleiben musst du auch zeit haben diese ganzen videos dann immer zu schneiden und zu machen und zu tun und auch motivation haben natürlich auch nochmal das größere problem sich da stundenlang immer am pc hocken und das ganze zeug machen auf der anderen seite sind wir eigentlich schon mega happy dass das projekt jetzt auf dem stand ist wo wir aktuell sind also ich glaube kamera qualität und alles und stream qualität ist mittlerweile schon echt gut da gibt es nicht so viele poker streams die auf dem niveau arbeiten zumindest im hobbybereich gibt es gar keinen poker stream der auf dem niveau arbeitet im home game bereich und wenn du dir dann so ein live stream irgendwie das muss ich mal ganz kurz hier aus dem Nähkästchen plaudern guckst du so ein live stream wie von diesem poker room kings an in rosvardorf kennen ja alle die poker interessiert sind also das ist halt die absolute vollkürze also es ist ja stinklangweilig da anzugucken dieses turnierpoker mit irgendwelchen leuten die kein wort sprechen also ich meine irgendein live stream aus amerika wo ein bisschen table talk ist und hier die ganzen superstars spielen da ist natürlich lustig da geht was am tisch die machen show sind halt amis aber jetzt diese poker room dings da kings stream also da gucke ich doch lieber unser game an da ist was los da labern die leute da haben sie spaß am tisch da passiert was auch wenn es nur um sense geht ja genau so viel dazu wollte ich es nochmal gesagt haben wenn ich gerade schon in rede rede rage bin so genug gelabert gucken wir uns jetzt die nächste hand an und eigentlich ist ja der große plan kann ich auch gerade mal aus dem Nähkästchen plaudern wenn ich schon aus dem Nähkästchen plauder ein mobiles Streamsetup zu bauen dass wir auch bei den Leuten zu Hause streamen können wenn wir beim Matze im Keller pokern zum Beispiel da muss ein mobiler mobiler pokertisch hin mit dem wir da durch die Lande ziehen kommt aber alles kommt 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 gibt uns nur Zeit so Heckenwitz muss ins Bett genau Zähneputzen Pipi machen ab ins Bett würde ich auch sagen gute Nacht danke dass du zugeschaut hast viel Spaß morgen beim Arbeiten aber nur die Winning Player die Losing Player dürfen nicht an gut weil du man verdient schon auch nichts dann puttasch dir nur rein dann brauchst du nichts anmelden Pokeronda ist schon nicht Pokeronda ist halt schnell 38% ich weiß 173 plus ja also du musst halt nur die 2-3 großelände Gewinner am Abend haben das reicht's ja ey aber was wie der Kevin da die die Stats da rausgibt ist ja abartig du kannst die Reise kosten und die Turnierball ins als Kosten angeben so da gibt's noch mal ein paar Bits danke Matze sind sie aber bald weg du das seh ich schon das waren nur noch 3 da ist nimmer viel da so jetzt gucken wir uns aber noch ein bisschen Poker an Ass hoch kommt hier runter mit 2 5ern in Deutschland in Deutschland aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn wir können ja ein kleines Video einspielen von ihm bei SWR 1 bei SWR 1 im Turn kommt auch eine Blank die 2 oh Kravitz hier also das Finanzamt hat ja jetzt also das Finanzamt sagt ja alle die Plus machen müssen versteuern die die Minus machen dürfen aber nichts anderes ja aber du musst ja mindestens irgendein gewisses ihrer Cent also wenn die wollen prüfen sie jeden Cent einforben aber woher kriege die raus dass du Online Burger spielst das frage ich mich mit dem Call hier warum auch immer grundsätzlich ist das und jetzt gucken wir mal was der Kravitz macht am River aber es gibt halt es gibt ja immer noch Regionen er setzt ihn all in und Uwe hat natürlich jetzt nichts getroffen und Uwe mit dem schnellen Foles gar nichts getroffen kann er nichts machen ja da hat er es wohl Haus aber kann halt nichts machen wenn der Gegner nichts hat dann kriegt es natürlich auch keine Auszahlung schade hier ja auf der anderen Seite wenn du mit so einer Hand da irgendwie unterwegs bist 5-2 ist auch relativ unwahrscheinlich dass da irgendwie wenn du die Hand triffst dass der Gegner da was hat also ich meine das sind ja wirklich Gemüsehände die der spielt trotzdem nice hand hier von Kravitz das heißt du erquenchst 90 Millionen im Euro-Checkpot dann kriegst du 90 Millionen so und Kevin gibt hier im Table Talk irgendwelche Steuertipps für Glücksspieler zum Besten keine Ahnung weiß ich auch nicht gibt übrigens kannst du machen auch interessanter Side-Fact du kannst ein Gewerbe anmelden als Glücksspieler mit Gewinnabsicht muss aber mit Gewinnabsicht sein also du kannst nicht als Glücksspieler mit Verlustabsicht ein Gewerbe anmelden sondern mit Gewinnabsicht und dann kannst du ins Casino gehen und kannst daddeln Roulette mit Gewinnabsicht und wie der Kevin sagt wenn du gewinnst darfst du auch Steuern zahlen wenn du verlierst darfst du dir aber nicht absetzen also ist crazy deutsches Steuerrecht was das angeht völlig Banane Glücksspieler mit Gewinnabsicht Augen auf bei der Berufswahl so jetzt haben wir doch nochmal eine Hand da könnte doch noch was passieren so kurz vor dem Ende Nico Mack erhöht mal wieder einer der wenigen die hier stabil den Raise-Button finden und Pocahontas mit der 3-Bett cool ich tue was für meine DPR ja 160 oh Mann ey wann komm ich mal günstig an der Hand ja Bestie wird gern hier den Flop sehen aber nichts gibt's also heute schon eine große Frequenz hier was Raise und Rerase angeht also von der Gewichtung her haben wir so die Hälfte passiv die Hälfte aggressiv am Tisch und dadurch ergibt sich halt immer die Dynamik dass viele Spieler Preflop drin sind und oft ein großes Raise kommt was dann auch von vielen Spielern gecallt wird so schauen wir uns erstmal das Board an kommt hoch König hoch wird natürlich den Nico Mack gefallen Pocahontas schauen wir mal ob sie eine Conti-Bett bringt ne sie checkt Nico auch mit dem Sneaky Check hier Kaffee zum Pokern Bombe ich bin mir vielleicht begonnen das nochmal die Möglichkeit geben zu blöffen letzter Pokerabend für dich das kann schon mit gar nichts anfangen Carlos Carlos macht aber Mahoni rein das kann man machen ja Mahoni Nico setzt hier einen Euro und den callt die Pocahontas auch noch jetzt kommt auch noch das Kreuz an wird jetzt aber nichts mehr glaube ich groß verändern glaube ich dass Lisa hier groß blöffen wird ich glaube er der Nico setzt hier nochmal 2,50 oder so und Pocahontas wird einfach folgen setzt 3 und einfach klarer Checkfold hier von Pocahontas so sie überlegt jetzt hier ob sie noch vorne ist mit dem Ass 1 Euro Nico da Matsu schreit im Chat liegen gerade 3 Jakob und er kriegt die Moneten kriegt den Call hier von Pocahontas also nice Hand hier von Nico Maximum Value rausgeholt hier mit der Hand gegen Ass hoch das musste erstmal schaffen ist ja auch das was ganz viele Spieler nicht machen oder nicht schaffen bei uns im Stream mit diesen kleinen Händen auch noch irgendwie Geld in den Pot rein zu locken den Gegner anzureißen anzufüttern dass er da noch was investieren macht er hier richtig gut auch wenn es nicht viel ist das summiert sich über den Abend wenn du das ein paar Mal schaffst dann hast du auch wieder ins Deck wieder zusammen geklaubt ja also nice Nico der versucht es heute der spielt schon nicht schlechter Nico muss man schon sagen und ich habe schon wieder die falsche tasse wie oft mir das heute passiert ich muss hier mein Stream Deck mein Steuerungselement nochmal neu belegen es ist nicht ideal eingerichtet muss ich immer wieder feststellen so und was ist hier los da ist schon wieder eine ganze Menge los also ich sehe schon diverse Pocket Pairs ich sehe einen dreifach Straddle bei Kravitz und Uwe hat eine Entscheidung er hat die Pockets zwei Dreier und limpt rein Kevin sagt er hätte gerne bessere Hände an Button Nico jetzt wieder in alter Manier haut hier direkt einen drauf da fackelt er nicht lang und zwinkert kurz rüber zu Coni seinem Erzrivalen die haben heute so einen kleinen Battle am Laufen die beiden und sind jetzt auch richtig deep jetzt bin mal gespannt was da Coni macht Coni erhöht nochmal auf 12 12 Large hat Uwe wieder überlegen das ist halt die crux an der strategie limpt hier den einen rein kriegt ein race und noch ein re race und jetzt überlegt er tatsächlich ob er die hand noch weiter spielen soll also da ist er ja so oft hinten tritt gottseidank noch die richtige entscheidung foldet hier im gegensatz zu nico der callt hier einfach aber gut Coni und nico haben wie gesagt eine rivalität mit mine card ich mal was das board uns bringt wer führt eigentlich bei euch da kommt der king nico checkt und Coni wird noch mal ansetzen natürlich kein schönes board hier für ace king 14 15 ich hab auch 15 gezählt oder ich hab 15 gezählt vielleicht 15 ich hab 15 ich hab 15 ich hab 15 ich hab 15 jetzt wird's ernst ich hab auch 15 gezählt ja das kann der nico nicht callen wollt's nico ein bisschen günstig machen also und zwei schnapper nico das schnapper seht da keinen call hier beim nico black friday bei black folds tja bist du ein plus jetzt grad ich glaub leicht minus echt ja aber heute hast nicht jede hand gespielt ich hab versucht mich ein bisschen zurück zu halten aber ich hab trotzdem round folds gute hand hier nice und koni zeigt ein ehrenmann am pokertisch ein ehrenmann ja ich sag ja friendly poker so macht man das koni ein ehrenmann zeigt hier ace king die starke hand und war ja auch zu vermuten bei der setzgröße und dass er hier preflop die große vier bett auspackt ähm das macht der koni nicht äh mit irgendeiner äh mit irgendeiner gurkenhand da ist in der regel schon immer was dahinter spielt sich die hand hier eigentlich von ich sag mal von allein gut fold ist die richtige äh richtige aussage einfach preflop callen flop check holen alles richtig gemacht von nico hier aber auch von koni alles richtig gemacht den flop auf alle fälle anspielen wobei der nicht ungefährlich ist für arskönig so und der stream biegt auf die zielgerade ein wir haben focahontas am button das heißt danach noch nico und vize am button und dann sind wir durch mit dem abend dann haben wir auch vier stunden gespielt äh und dann sollte es auch genug sein müssen wir unseren dealer mal erlösen der hier vier stunden ohne pause durchdealt aber die zwölf oder nicht krass ach nee komm schon wieder oh gott das ist echt wie die blauen so bonbons boah weißt du diese gletschereis boah und davon eine ganze dose ja das flüssig halber netter das muss man auch müssen in so bonbons da kann ich eins essen aber dann ist vorbei mein vater hat die früher an der tankstelle meine kinder verteilt als kind habe ich da immer als die kinder nicht mehr kommen nee ich habe da massi gegessen davon flächlingern als kind ich bin ja immer zur tankstelle so bestie hat er erhöht free flop und packt die conti bett aus ja das ist schon der nur schatz ich muss ja sterben kann ich noch ein stück trinken ich muss mal zwei ich habe das immer gehasst dass ich ding anfasst haben sie so bonbons rumgeschmissen ja was sind das so eisbonbons weißt du was wir damit machen ein flasch vodka und dann eine handvoll von den eisbonbons in die flasch vodka bis die sich auflösen dann hast du den vodka nochmal geschmeckt dann hast du eisbonbons und dann hast du drei schlücken und dann hast du auch schon tot so wie vorkstorfer bei Anfassungsveranstaltungen als nice aber mit einem guten Hucher noch dass du gleich noch richtig finden wirst das machst du der dealer ist durch der dealer ist nicht durch ganz sicher wirklich ganz sicher Carlos seine Stats guck mal der hat auch mal mitgespielt oh ja so Besti hier mit 2 pair am turn und Pocahontas mit dem Open Ender spielen weiter gucken sie den River an und der River ist die 7 bringt die Straße wie soll es auch anders sein Pocahontas reitet hier auf der Wette des Erfolgs guck mal minus 80 wer Carlos Carlos wie viel Hände 410 immerhin das warst gleich wie ich er hat ja immer gedient bis auf paar Mal wo ich dann gedient hab und hier Minerays von Pocahontas das ist eine interessante Entscheidung schneller Call hier von Besti und schlechte Nachrichten hier für Besti Eieieiei ob ich da noch den Call finde hier mit Zupair da gibt es noch viele Hände die ihn schlagen Eieieiei Eigentlich ein klarer oder klarer eigentlich ein Spot hier Bad Fold zu spielen am River Bad Call gegen Pocahontas die doch konservativ spielt heute oder zumindest Postflop tight spielt naja da wäre Folden wahrscheinlich die richtige Wahl gewesen naja da war ihm das Zupair wohl zu viel wer ist dem Besti konnte er sich nicht trennen kann das da auch noch wieder jedem empfehlen sich kurz die Zeit zu nehmen und nochmal kurz zu überlegen war wieder so direkt Insta gecallt wenn man manchmal drüber nachdenkt mal kurz so 10 Sekunden innehält trifft man vielleicht die bessere Entscheidung schwierig naja Pocahontas sei es gegönnt und dass das ja dann nur eine Momentaufnahme ist der der das ist ja echt so ganz oft gewesen der Fischi ist da so ein Beispiel der hat im Afro Stream eigentlich immer sehr gut performt und im Stream war es halt einfach scheu die Scheiße am Schuh geklebt das ist halt so und Carlos ist ja auch so Carlos ist ein Grinder der kann ja nicht so viel spielen da werden jetzt nochmal die Ergebnisse der Stream Stream Performance wiedergegeben und diskutiert hier von Kevin und den anderen Leuten am Tisch ist tatsächlich so bei uns im Stream dass die Spieler im Stream anders performen als nach dem Stream also der eine oder andere die eine oder andere lässt sich da doch ein bisschen beeindrucken wenn die Kamera läuft und wenn die Karten eingelesen werden nach dem Stream spielen die meisten doch deutlich befreiter auf wobei man das kaum glauben kann so loose wie die alle spielen sollte man eigentlich meinen die spielen immer befreit aber ist ja auch nicht immer so so auf dem Board geht auch nicht viel gefühlt hätte man uns die letzten Orbit auch schenken können bis auf so ein paar Hände wenn man die Chips zurückwünschen ha 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 muss ich einfach mal kaufen oder äh was was nichts 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 kostensreich ja check soll ich verholten oder kostensreich günstiger als beim Penny check check toll call so last hand im stream bringen was zu Ende kennt ihr die Penny äh die Spiegelziffer Penny Doku ja und dann noch die Spiegelziffer ja und dann noch die Spiegelziffer ja ja ist gut ja war noch die Skull die Kapitän zur See ja Kevin sagt's vorletzte Hand eigentlich die letzte Hand schon hat er wahrscheinlich falsch identifiziert aber wir lassen die mal laufen dieses klicken ähm weiß ja nicht was das ist da unten kannst du ein klicken überreden äh äh das ist jetzt die die letzte Hand zweit letzte Hand 56 siebenmal ja zur letzte Hand ich geh kurz rein das ist dann oder ein Glückspär dann Glückspär jetzt da alles hast du hier dann ein Euro saven ja schau lasst dann lasst dann ja 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 jetzt was kein Glückspär dann Glückspär so also die letzte Hand im Stream sieben Orbits sind dann gespielt schauen wir mal ob da noch was geht wo kommt das mit den äh Pocket äh Sixes und alle spielen nochmal mit da lässt sich keiner lumpen doch einer lässt sich lumpen der Kevin die Titanit holtet hier die letzte Hand das gibt's doch gar nicht jetzt macht er wieder den Lealer verantwortlich na gut was willst du machen so hast Dame sieben also ich darf jetzt das von Holger gerne mehr lehren ob ich da was verpasst habe aber komm mal ah sorry ähm sorry so Glückspär spiel ich mit da bist du mal ja ja oder ich oder ich cashier auch aus also ich würde dir da lieber auf Nummer sieben und da kommt direkt das kreuz an hier für Besti und Koni weiter am setzen und auch Kravitz am callen so jetzt Besti deine Chance nur callen nicht raisen gib den Leuten eine Chance eine Hand zu machen und alle callen sehr gut gemacht Besti aber wirklich die 6 bringt es leider nicht allzu viel kann sich nicht einer mal erbarmen und ordentlich was setzen ja reicht nicht das ist echt zu wenig das ist zu wenig reicht doch jetzt schon da drin sind doch schon 12 drin also macht er endlich eine Hand wird er zufrieden sein nice Handbeste hast du gut gemacht so genau also es gibt noch ein Glückspär ähm die Spieler haben sich drauf verständigt Glückspär jeder Spieler äh setzt 10 Big Blinds äh blind ähm danach gibt es keine Setzrunde und es wird einfach offen gespielt beste Hand gewinnt den Pott schauen wir uns an was bei rauskommt ganz einfaches Pokerspiel ich schalte euch in die Totale dann gucken wir es an und meine Rübe aus dem Bild und danach schauen wir wer sich äh heute in den Stats nach vorne arbeiten konnte man kann sich natürlich schon denken äh wer die Gewinner sind äh wer die Verlierer sind die vermeintlichen aber wir schauen uns natürlich noch mal zusammen an ah sorry das sind immer noch die Chips im Weg ja da hat man einer noch rein wenn du willst oder nicht äh du hast schon reingelegt ja ja das ist ja ist da drin ja meine Strinde hier aber ich hatte hier auf meinem auf dem Sensor die noch Chips rumliegen also die Hand muss ich jetzt schon gewinnen mal ich werde jetzt auch nehmen so ist es nicht so also ich zeige was du kannst reicht doch jetzt schon oder? die Spieler checken schon mal ihre Hände ab kann ich verlieren ich kann nicht verlieren ich kann nicht verlieren das stimmt gar nicht so haben wir alle eingelesen ja sehr gut Carlos 4,4,6, Rainbow Herz, 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 Herz aber nur 1,2,2 ja wieviel Carlos? Carlos 4,4,4 ach so wie liegt vorne oder? ja 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 noch noch da Kreuz, Kreuz, Kreuz und Dame, 6, Junge zwei Kreuz die Spieler sind schon freudig erregt Kevin steht schon noch zwei Kreuz noch zwei Kreuz Nattflasch Nattflasch noch zwei Kreuz es sind ja so viele outs die hat ja Nattflasch Junge 6 macht jetzt voll Haus Niko ganz weit vorne da ist im Grunde schon alles gelaufen der River bringt den Flasch aber Niko gewinnt hier easy game hier glückspär geht an Niko das war mein bestes Spiel heute das wäre schön das ist dein bestes Poker gespielt das ist der letzte easy game hier also 10 Cent wird zu gierig sein das passt okay nice hand so hat er jetzt schon die Setzrunde gewechselt hier unser Dealer jawohl hat er schon gemacht genau die Stats hat er noch mal verbessert geht noch mal ein bisschen aufwärts der Niko so ich nehme euch schon mal meine Perspektive die Spieler machen jetzt einen Chip Count sprich zählen noch mal kurz zum Vergleich einfach ihren Stack ob da alles passt dann können wir euch final die Statistiken hier zeigen dass wir das auch richtig in der Datenbank drin haben interessanter Pokerabend muss man einfach mal so sagen da ging einiges heute unsere Newcomer Kravitz beziehungsweise der Newcomer Uwe und Besti haben sich gut eingefunden bei uns in die Runde waren aktiv, waren bemüht wenn auch nicht immer ganz erfolgreich zumindest haben sie gut teilgenommen bei uns am Spiel Stimmung am Tisch war heute mega überragend Table Talk hervorragend da kam ich fast nicht gegen an ich bin mal gespannt im Replay wenn ich mir das dann zu Hause anhöre wie das ist vom Mixen da muss ich noch mal ein bisschen hier an der Tonspur arbeiten dass das gut kommt im Replay Action war natürlich brutal heute also selten so eine lose Runde gehabt wo so viel gelimpcalled wurde Höhepunkt der Limpcallerei war die Riesenhand die Pocahontas da gerockt hat wo wir 330 Big Blinds Pooflop drin hatten von 6 oder 7 Spielern unfassbar das hatten wir so in der Form glaube ich noch gar nicht dann gab es zwei Riesenpötte einmal Kevin Riesentopf gespielt ne Kevin hat zweimal einen Riesentopf gespielt Pocahontas hat einen Riesentopf gespielt 800 BB-Pot da ging schon einiges heute über den Tisch Poker-Technisch muss man schon sagen auch wenn wir so viel Limpcall-Passiv-Poker hatten ging schon extrem viel von daher können wir eigentlich zufrieden sein Technik auch ein Punkt bin ich heute sehr zufrieden die neue Kamera die Nikon Vize gezeigt hat top besser als natürlich das vorherige Modell Technik hat durchgehalten fehlerfrei kein Absturz alles rock solid wenn jetzt noch die Aufnahme klappt oder geklappt hat bin ich mega zufrieden Dealer überragend heute nochmal virtuell verneige ich mich Cash & Bar der hier vier Stunden komplett durchgepowert hat 56 Hände sieben Orbits ohne Fehler also einen kleinen Fehler mit dem Reader aber ansonsten fehlerfrei heute durchgepowert muss der erstmal hinkriegen Hut ab an Cash & Bar kann man sich nur verneigen muss der erstmal hinkriegen so jetzt ist die Frage ist der Chip-Count schon durch weiß man schon was da kommen schon die ersten Spieler hinterm Vorhang vor ist der Chip-Count schon fertig Coni fast ja danke Coni gefällt der Stream die Stream-Optik geht super Niko Niko findet ist super ist super würde ich jetzt auch sagen wenn die Kamera drauf ist genau also Stream-Optik ist gut für gut befunden ich warte immer noch auf den Chip-Count ich glaube ich weiß auch woran es liegt es hängt an der Pocahontas weil die hat einfach zu viele Chips vor sich liegen und ja und macht neuner Stapel das ist natürlich immer hilfreich so Coni will gerade wissen was ist denn hier alles eingeblendet da sind verschiedene Sachen zum Beispiel wie viel Bits und Sachen uns die Leute schenken und spenden cheers so im Chat schreibt noch der Mr. Propsch Wasserhütte schickt Grüße an den Tisch und den Super Moderator danke nehme ich doch gerne mal entgegen die Kevin sagt gerade die meinen nicht mich ich glaube ich glaube die meinen schon nicht Kevin ja jetzt wo auch der nächste Statistikbeauftragte am Tisch ist Kevin ist denn der Chip-Count schon fertig? Nein, nein, nein Ah, nein, nein okay, alles klar gut weil Pokerhütte das hat anders nicht ja genau ja genau dem Michi fällt gerade auf dass unsere Stream-Optik leicht schräg ist die ist nicht schräg die ist perspektivisch im Raum verschoben 3D-Effekt Michi Wahnsinn, ne was da alles möglich ist so jetzt sind fast alle Spieler hier und ich kriege das Go Cash in Bar zeigt mir dass ich die Statistik einklenken kann also seid ihr bereit? ich bin bereit hauen wir rein, oder? Michi hauen wir rein, ja? bist du bereit? also los geht's hier kommen die Stats die schonungslose Wahrheit wer ist im Plus wer ist im Minus Gewinner des Abends erwartungsgemäß Poker Honters 6,5 Lagen im Plus naja Kevin sagt es gerade im Hintergrund eine Hand es war dann doch ein bisschen mehr als eine Hand Pocahontas gewinnt hier dominiert hier den Tisch zieht die größten Pötte am Abend und gewinnt den Abend zurecht Kevin auch im Plus 5 Lagen im Plus nach den starken Händen die er hier gegen Kravitz unter anderem gespielt hat und Uwe starke Moves beim Kevin aber auch wenig Moves der hat nicht viele Hände gespielt die Hände die er gespielt hat hat er gut gespielt Koni heute furchtlos vor dem muss ich mich auch ein bisschen verneinen der hat halt wirklich der wollte spielen am Anfang so ein bisschen lustlos aber dann später ging es aufwärts und das sieht man auch seiner Chipkurve an oder seinem Grafen Besti so eine klare Nulllinie der war motiviert hatte aber leider keine Hände oder wenn er Hände hatte hat er nicht getroffen Kravitz ging es hoch und runter der hat immer gern große Pötte gespielt aber auch mal größere Pötte verloren beim Vize lief nicht so viel zusammen zweieinhalb Lagen im Geniesen Nico mit Abstand der Spieler mit den meisten Moves Postflop vier Lagen Minus da ist leider nicht jeder Move aufgegangen besonders gegen Koni ist er wohl ins offene Messer gelaufen oder war der Goodideckel nicht aufgelegt da ist er einfach kurz mal abgestürzt Potttechnisch aber er hat es versucht und das muss man auch anerkennen Am unteren Ende heute leider unser Newcomer Uwe ich sag nur Uwe in Gefahr so hat seine Fancrew gesagt Uwe in Gefahr am Anfang hat er den Tisch dominiert am Ende muss er leider abschenken da hat er doch leider zu viele Pötte abgeben müssen auch ein paar große Pötte wo er mal all in gegangen ist aber trotzdem ein gutes Debüt so wir gucken uns mal die Statistikwerte an Vpip wird freiwillig am häufigsten in den Pott investiert und auch da sind Gravitz und Uwe ganz vorne 67 Prozent Vize bis Besti um die starken 50 und Pocahontas spielt hier kontrolliertes Poker einzig heraussticht der Kevin die Titan mit der hier wirklich quasi gar nichts spielen wollte man kann fast sagen der Kevin hat heute für die Statistik gespielt nicht für den Stream sondern nur für die Statistik ist man fast geneigt das so festzuhalten aber gut das zeichnet das zeichnet gute Spiele aus ja genau PFR Preflop Race wer steigt am häufigsten mit einem Race ein Pocahontas 20 Prozent die aggressivste Spielerin heute starkes Poker am unteren Tableau Gravitz und Uwe die nicht viel geracet haben der Rest so im Durchschnitt insgesamt eher eine verhaltene Runde auch wenn hoch getrei und vier bettet wurde war es doch eigentlich Preflop Verhalten was sich auch dann wieder gespiegelt hat in die hohe Anzahl der Spieler die wir am Flop immer hatten Win Rate hier zeigt sich der Kevin ganz stark oben 46,7 Prozent aber das ist halt wenn man nur dreimal zum Showdown kommt und dann hat man halt eine gute Win Rate wenn man nur dreimal mit den Nats zum Showdown geht Nico auch mit einer starken Win Rate schwiegelt sich nicht in den Winnings wieder aber eigentlich wenn er zum Showdown geht hat er hier doch viele Pötte gezogen die großen hat er leider abschenken müssen und der Rest hier dann am unteren Tableau so geht die Session zu Ende nochmal kurz die Standings interessant auch der Average Pot über den Abend 17,17 ist der Durchschnittspot über den Abend Durchschnitts V-Pip 53 Prozent Durchschnitts PFR 13 Prozent Okay Das waren die Stats und ich würde sagen damit geht unser Stream zu Ende ich hoffe es hat euch gefallen mir hat es gefallen nochmal Hut ab an Carlos der heute super gedealt hat wirklich der vermeintliche Iron Man auch wenn der Vize der eigentliche Iron Man ist heute Carlos der Iron Man hat er super gemacht Hut ab an unsere Neulinge die hier gute Vibes an den Tisch gebracht haben Stimmung war mega Hut ab an Kevin für das Outfit überragend heute wo ist er? da ist er da ist er da ist er Hut ab an Kevin überragendes Outfit überragender Whisky von Kevin nochmal Hut ab der war wirklich hervorragend und ich würde sagen damit beschließen wir diese Episode Replay gibt es auf YouTube und dann geht es weiter am 1. November mit unserem 24 Stunden Poker Event jetzt habe ich es gesagt ach du Scheiße also 1. November 24 Stunden Poker Event allerdings nicht 24 Stunden Stream weil das halte ich nicht durch ja genau wir schauen mal aber da wird richtig gejuckelt alles da Leute gute Nacht vielen Dank fürs Zuschauen schaut rein wenn wir das nächste Mal streamen vielen Dank und adios adios Mexico ciao ciao jetzt ist nach dem Stream Koni das hast du richtig erkannt jetzt ist nach dem Stream tschüss tschüss kaffee für Koni tschüss 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 Ich mach kein Video mehr, ich steh hier nur dekorativ rum. Läuft der Stream? Läuft der Stream? Ich glaub der Stream läuft. Wer bist du, Kevin? In dem, was ich mal anhatte, weiß auch, ob ihr das gesehen habt, das mit dem Pelikan drauf. Das dürfte ich, damit dürfte ich in die Stadt gehen mit ihr. Das geht. Danach kommt die Grenze. Ja, aber dann finde ich das ein bisschen geiler, muss ich sagen. Ja schon, hab schon gedacht. Da würde ich mich eher drin sehen, wie ein Pelikan drauf. Definitiv. Das Handy ist eigentlich geil, die ganzen Sachen drauf. Das ist grenzwertig. Also, als ich das gesehen hab, dass das im Jahr, was Euro gibt, hab ich gedacht. Ne, ne, ich mein, wir sehen noch mal den Karten. Ach so, alles jetzt da? Äh, vielleicht auch. Das ist eigentlich unfair. Also vereinzelt ja schon, aber wenn das so viele von denen sagen... Ja, aber ich seh dem, was ja nicht ganz heiß. Ja, das muss ich rechnen. Ja, so. 40. Ich fand das immer ganz angeneinig. Ja, so. 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 Du bist sechs Stunden in Lagosch. Ja, genau. Dann kriegst du deine Zehn irgendwann, was ich auflöse. Ja, genau. Bewertung zwei von fünf. Ich hab gedacht, boah. Ja. Dann haben wir. So, als dann. Du plackst, ne? Ja, ja. Die auch, ne? Ja, ja. Die auch. Ich hab aber Angst, wenn ich am Handy bin. Das war auf mein Handy hier. Ja, da hinten. Das sieht man doch alles, oder? Die guckt, ja, ja. Hast du dich jetzt hier irgendwo genannt? Du musst schon jemand wahrscheinlich einen Screenshot machen und das kannst du dann zoomen. Sobald es im Internet ist, ist es weg. Da ist es für immer, oder? Wenn du, vor allem wenn du unterschiedlichen schreibst, gleichzeitig schreibst du es. Ach so, ja. Okay. Von deinem Copy-Paste, ich kriege halt die gleiche. Ja, genau. Scheiße, die waren ja auch zu. Verdammt. Schon vorbei. Jetzt ist schon draußen. Das ist schon draußen. Das ist schon draußen. Das ist schon draußen. Das ist auch. This one goes out to my brother. Der Bruder hatte vorhin einfach den Blind gestohlen. Hat er das gemacht? Ja. Aber ich bin ja nicht von mir. Das haben alle gefolgen. Das haben alle gefolgen. Das war Spick-Blein. Der war Small-Blein. Er hat erhöht und durch verloren. Aber dafür ist es zu wenig. Oder die 10 Cent. Nee, aber es passt schön zu dem braunen. Die Tasse ist abgestimmt. Ach so, ja. Wow. Krass. Ich schwör dir. Pegas. Einmal. Schon, ja. Ich bin echt so. Ich hab jetzt ein T-Shirt drin an. Ich glaube, ich muss einfach so ein Fein-Riff-Underhemd. Mit Unterhemd. Ich schau noch mehr so. Ich... Wahrscheinlich keine richtige... 6-7. 6-6. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alle 6 oder bald. Ja. Wir laufen sich seitens hin! Youtube 나� Historien handicieren.